So, Chat, wir machen den Run weiter. Heute vielleicht sogar Finale, heute Abschluss. Ich mache hier einen Full Randomizer Run. Alles ist gerandomized. Die Nebelwände, wo ich rauskomme, ist gerandomized. Die Items, die ich finde, sind gerandomized. Die Gegner sind gerandomized. Die Bosse sind gerandomized. Und wenn ich ein Item finde, muss ich es aufheben und muss es auch benutzen. Solange bis ich halt neue Items finde. Und das ist momentan der aktuelle Stand mit dem Equipment. Ich habe einen Panzerbrecher das letzte Mal bekommen. Hatte eine sehr geile, starke Waffe gehabt. Habe damit auf jeden Fall ein paar Bosse gemacht. Und jetzt wieder eine Schwache bekommen. Oder was heißt Schwache? Eine, die noch nicht geupgradet ist, die ich aber auf Plus 5 machen könnte. Und Yala, Abfall. Uns fehlt auch gar nicht mehr so viele Bosse. Dementsprechend könnte es sein, dass wir heute fertig damit sind. Ich muss mich nur wieder erinnern, wo ich hin muss. Daran muss ich mich wieder erinnern. Ist jetzt ein paar Tage wieder her. Ist hier irgendwas nicht gerandomized? Nein, alles ist gerandomized. Wurf am Elden Ring ist, habe ich aufgegeben. Ja, war zu schwer. Waren wir bei der Bibliothek fertig? Wir müssen auf jeden Fall in die Archive. Ja. Junge, die Musik. Wo ist meine TXT? Hier, Duke Archive Nebelwand zu Sivs Büro. Das habe ich aufgeschrieben. Kommen wir nach Anolondo. Da wollte ich wohl weitermachen. Hey, es geht ab. Die Frage ist nur, wie komme ich am besten dahin? Ich kann mich ja hinporten. Dieser Song ist... Daisuke Ishiwatari. Topic Jack a Dandy. Steht da. Ich weiß es auch nicht, Escape. So, wir gehen zum Bonfire wieder. So, okay. Ah, Teleporaten. Wir gehen nach Archive. Heute endlich die 300 Tode voll machen. Ja, let's go. Habe ich Steine noch? Sechs Stück, fuck. Vielleicht noch irgendwo Steine kaufen. Habe ich noch irgendeinen schnellen Weg zu Steine kaufen? Kannst du Pinwheel als Endpost bekommen? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil es ist eigentlich schon so... bisschen gebalanced. Dass leichte Sachen eher am Anfang kommen. Wow. Und schwierige Sachen am Ende kommen. Oh mein Gott, bitte lass mich doch laufen. Sprich, äh... Pinwheel muss nicht unbedingt kommen. Also er kann theoretisch kommen und dann ist er ganz hochskaliert und super tanky und stark. Aber dadurch, dass wir schon... äh... dass wir einige schwierige Bossen noch gar nicht gesehen haben. denke ich, dass wir eher die schwierigen Bosse bekommen. Hoffe ich. Also ich hoffe nicht, dass es super schwer wird natürlich. Junge, ich komme nicht rüber! Aber, ähm... Es wäre ja auch langweilig, wenn wir als Endboss einfach, äh... Pinwheel hätten. Wenn ein Gegner Waffen droppt, musst du sie benutzen. Ja. Wird automatisch ausgerüstet. Ja, Bosse können doppelt kommen. Wir hatten ja schon... Genau, zweimal Ornstein hat mir gehabt. Also können theoretisch auch doppelt kommen. Wobei... Was ich eigentlich dachte, dass es nicht nicht geht. Wir haben auch zweimal Mausi schon gehabt. Weil ich dachte, das geht eigentlich nicht. Nicht, dass ich das eingestellt habe, dass es nicht möglich ist. Aber irgendwie ist es doch möglich. So. Äh, und generell, was Progress angeht an Key-Items, uns fehlt nur noch eine große Seele. Eine große Seele fehlt uns noch. Dann können wir zum Endboss. Pinwheel hatten wir zweimal. Einmal auf dem Dach von den Gargoyles und einmal, äh... im Raum vom Tutorial-Boss. Hey, Paul! So, ähm... Ja, wir können, ähm... runter zu der Nebelwand bei Ornstein und Smaug und die testen. Das Ding ist, wir haben ein kleines Problemchen, Chat. Wir haben ein klitzekleines Problemchen. Äh, hier in Anolondo... Okay, ist meine Einstellung wieder reverted? Ich kann nicht mehr auf Stick springen. Ich kann gar nicht mehr springen. Äh, jetzt geht ein doch Stick. Jetzt ging doch Stick. Okay, jetzt geht doch Stick. Keine Ahnung. Vielleicht war ich nicht schnell genug oder so. Ähm... Wir haben ein klitzekleines Problem in Anolondo. Und zwar... Es gibt ja hier einen Schmied. Das Ding ist aber... Ähm... Dass der Schmied... Beim Schmied gerade ein... äh, ein... ein Ding jetzt ist. Taurus-Demon. Dass, wenn ich von oben zum Schmied gehe... Da ist er. Wenn ich von oben zum... Wenn ich von oben zum Schmied gehe, so wie man halt normalerweise zu ihm geht... Dann versucht er mich anzugreifen, der Taurus-Demon, und trifft die ganze Zeit den Schmied. Und der Schmied bleibt Gefahr, halt zu sterben. Und wenn der stirbt, wäre es richtig, richtig scheiße. Weil es ist ein guter Schmied. Wichtiger Schmied. Wow. Cool. Jetzt bin ich auf der Seite, Chad. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Items, die wir looten können. Und eine Nebelwand. Irgendwo ging es rein. Und dann gab es hier einen Töderschädel. Okay. Moin. Scheiße, ich komme da nicht raus. Fuck, der hat mich komplett... Nice. Ui, Steinmann. So, und irgendwo ging es hier noch gleich hoch. Hier waren diese Steinmänner. große Scherbe. Was ist hier wieder los für eine Party? Uah! Ich habe gesabbert. Verdammt. Hier ging es hoch. Runter und dann hoch. Es gibt so viele potenzielle Bögen. Ja, das Problem ist, dass diese ganzen potenziellen Bögen sogar doppelt kommen können. Und dreifach kommen. Und vierfach kommen können. Boah! Boah! Jo, wie niedrig, wie runterskaliert er ist. Ich mache voll viel Damage. Mwäh! Was genau fehlt dir an dem Punkt noch? Äh, mir fehlt eine große Seele. Dann können wir zum Endpost. Aber ich weiß halt nicht, wo sie ist. zweimal göttlicher Segen. Stark. Okay, bei dem mache ich einfach gar kein Damage. Krass. Ich weiß nicht, ob es noch auf der Seite ein Item gab. Nee, ne? Nee, ne? Boah! Der Magic Man! So, dann gehen wir hier hoch. Da war irgendwie ursprünglich mal der Wolfsring oder so. Twitch ist so kacke auf Mobile. Äh, ist wie ein Downgrade. Ja, ich hätte irgendwie letztens irgendwie nicht gecheckt, wie ich nach Streamern suche, die gerade, also die ich schauen will. Ich habe nur so eine Vorstellung. Ich öffne Dornen, das ist doch cool. Ich öffne die App und dann habe ich irgendwie so eine Auswahl an Streamern. Beim Runterswipen. Und habe irgendwie die Lupe nicht gefunden. Mittlerweile habe ich sie gefunden. Es ist ein bisschen noch weird, ja, die Twitch. Aber ich gucke momentan auch sehr wenig Twitch über Handy. Momentan eher seltener. Äh, die kommt nochmal zurück. Da hinten. Wir haben ja da hinten noch eine Nebelwand. Wenn du rechts die Treppe hochlockst und dann zum Schmied gehst. Wo meinst du hochlocken? Ja, ich, ich, mein Plan war eigentlich den Taurus Demon einfach zu töten. Wenn ich eine Waffe finde, die akzeptabel ist. Und dann habe ich Ruhe beim Schmied. Hä? Jetzt bin ich verwirrt, Chat. Habe ich diese Nebelwand nicht getestet gehabt? Hier war ja Ornstein. Ich habe hier Ornstein getötet. Und dann habe ich nicht diese Nebelwand getestet? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hoffe, die Frage greift dich nicht an oder überschreitet eine Grenze. Aber kann es sein, dass du YouTube komplett an der Naga gehängt hast? Nö, ich habe einen neuen Kanal. Da kam sogar erst Samstag ein Video. Kannst mal abchecken. Ja, und dann haben wir das natürlich noch mal. Ja, wie es aussieht, ich habe den Boss besiegt und habe vergessen, die Nebelwand zu nehmen, oder wie? Ich bin ja dumm. Ja, der hält ein bisschen was aus. Oder besser gesagt, ich mache keinen Schaden. Wohin rennst du? Ist halt eine Dex-Waffe, ne? Und nicht geupgradet. Ich habe es vergessen. Dummwatz, dummwatz, dummwatz. Nice. Leichte Handschuhe. Ich glaube aber, ich habe ein paar Büsche. Ja. So, unten. Hä? Das ist Toxin, Chat? Ich wurde nicht geheilt. Ist das Toxin? Okay. Ich dachte, die machen auch nur Gift. Aber hier im Untergrund, da haben wir noch einiges zu looten. Und ich kann halt noch komplett hier entlanglaufen. Richtung Bonfire. Ja, gegen Toxin habe ich leider nichts. War ich jemals in meinem Leben hier? Ach ja, stimmt. Da unten ist ja der Start. Ja, ich habe noch 17 Flas. Das ist ja... Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott. Junge, was für ein Unfall. Kuss, Moritz. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Wir machen das auf jeden Fall auch nochmal mit Dark Souls 3. Das wird auch geil. So, Chat. Hier habe ich gesagt, müssen wir einmal die Regel umgehen. mit dem Auto-Equip. Dark Souls 2 geht nicht. Da sind die Randomizer noch nicht so weit vorangeschritten. Wir müssen hier die Regel einmal ändern. Mit den Ringen. Weil Auto-Equip bedeutet ja, alles wird automatisch ausgerüstet, was ich finde. Und das muss ich benutzen. Und darf nicht manuell etwas ändern am Equip. Aber das Ding ist, die Randomizer sind natürlich nicht dafür gedacht, dass ich mit so einer Extra-Regel spiele. Und dieses Gebiet kann man nicht ohne einen bestimmten Ring machen. Deshalb, der nächste Ring, der wegfallen würde, wäre der hier. Dann packe ich den weg. Es gibt so zwei Situationen, wo die Regel, die ich ja gemacht habe für mich, für diesen Run, nicht funktioniert. Und das ist ja eine der Ausnahmen. Ich habe noch geschrieben, dass Sedi und Yasu stinken. Mir ist nicht angekommen. Ich muss noch mal, noch mal donaten mit der zweiten Hälfte des Textes. Schlau gemacht. Die meisten sollten ja hier tot sein von diesem Forsos. Also hier stehen normalerweise in diesem Gebiet überall im Lava Gegner. Danke. Das war ein wichtiger Teil. Hier in der Lava stehen eigentlich überall Gegner, die jetzt aber tot sind, weil die wurden natürlich gerandomized durch Gegner, die nicht unsterblich sind in der Lava. Dementsprechend ist das hier ein bisschen entspannter als in Vanilla. Und dann kann ich zum Beispiel da hinten das Item ganz entspannt holen, ohne von so ganz vielen fucking Drachen und Zombies angegriffen zu werden. Zerstörter Anhänger. Was ist das? Ist das das Item für Manus? Was ist das? Polizei einfach. Polizei spendet. Dankeschön, Polizei. Zerbrochener Stein Anhänger. Stark verzaubert. Was ist das? Eine Hälfte eines zerbrochenen Stein Anhängers. Die Rebe scheint aus. Okay, das dealt sie. Eine mächtige Magie entströmt diesem uralten Stein. Doch können die heutigen Menschen ihre Macht die eine ausgeprägte Note von Hä? Aber wie benutze ich das dann? Ich dachte, das ist so ein Consumable. Ich kann das einfach so reinlegen und benutzen. Wie funktioniert das Chat mit dem Ding? Also wir haben jetzt zwei Manusse besiegt und es gibt ja diesen einen Amulett mit dem man Manus Zauber irgendwie blocken kann. Ist nur damit du zum DLC kommst. Ist nicht Das ist das DLC Amulett? Also das So sah das aus? Wow. Ich bin komplett verdrängt wie das aussieht. Ich kann mich daran gar nicht erinnern wie das aussieht. Aber gut, dann haben wir jetzt eine neue Nebelwand. Theoretisch, ne? Ist ein bisschen laut hier. Wir müssen ein bisschen lauter schreiben, Chat. Ich kann euch nicht ganz gut verstehen. Der Boden ist Lava. Ich höre nur Lava. Boah, nein. Ich verstehe dich nicht. Okay, was? Ach, die Bundeswehr ist jetzt auch hier. Alter, einfach everyone is here. Polizei hier, Bundeswehr hier. Alles käcki Zuschauer. Krass. Ich muss ihn einfach nur in die Lava locken, dann ist er tot. Wow. Plunging Attack. Opfer. So, hier hätten wir jetzt noch ein Bonfire und noch eine Nebelwand. schäbige Stoffkapuze. Mann, hört die Musik gar nicht bei der Lava. Mann, hört gar nichts bei der Lava, außer die Lava. Weiß nicht, gab es da in der Richtung noch ein Item? Nee, ne? Generell auch so bei Dark Souls einst ja auch so durchs Wasser laufen, auch sehr, sehr laut. Wieso sammelst du Sachen, wenn deine Rüstung davor noch gut war? Weil ich die sammeln muss, erstens. Weil ich verbinde das hier mit einer Challenge, dass ich die Items, die ich finde, auch einsammeln muss. Sonst hätte es ja keinen Witz. Wenn ich einfach irgendwann eine gute Waffe finde und sage, so, ab jetzt loote ich jetzt nichts mehr, das wäre ja langweilig. Das wäre ja nicht mehr lustig. Und unter anderem muss ich ja das letzte Key Item finden. Und ich muss auch noch sowas wie eine Glut finden, damit ich meine Waffen besser upgraden kann. Unter anderem. Oder zum Beispiel eine coole neue Waffe. Ey! Jetzt sind wir auch noch hier in Anolondo. Okay. Ist da Quelack auf der Brücke? Okay. Das sieht einfach Quelack! Das ist ja weird, dass die im Pool mit gerandomized wird. Da steht ja eigentlich ein Gargoyle. So, ganz wichtig, bevor ich irgendwas mache, schnell, 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 ich wollte sagen, schnell den Döner holen. Schnell das Bonfire holen. Schnell den Döner holen! Bevor wir irgendwas machen. Weil das ist ein Teleportierpunkt. Hier kann ich jederzeit wieder hinkommen. war, 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 Chad? Ich habe Gewinnewehr nicht getötet. Das Bonfire funktioniert nicht. Scheiße. Ist das, weil ich die Lordwessel habe? Oh mein Gott. Hä? Das ist ja mega dumm. Ach, weil ich Gewendolin getötet habe. Also Ornstein. Digga, ich mache keinen Schaden. Scheiße. Ja, das ist jetzt echt arsch, ne? Dass wir jetzt hier kein funktionierendes Bonfire haben. Das ist echt scheiße. Weil wenn sie stirbt, kann ich das Bonfire nicht benutzen, weil sie ja die Feuerhüterin ist. Wow. Das lästig. Das heißt, wir haben kein Bonfire in ganz Anno-London. Wir haben kein Bonfire in ganz Anno-London. Oh doch. Durch die Archive. Durch die Archive-Chat. Warte, ich mache trotzdem hier nochmal. Weil ich will von hier aus looten schnell. In meinem Dark Souls 3 Run wurde Dragonslayer-Armor auch einfach wie ein normaler Enemy gerandomized. War problematisch. Ja, du kannst theoretisch einstellen, dass normale Gegner mit normalen Gegnern, äh, mit Bossen getauscht werden und andersrum, dass Bosse mit normalen Gegnern getauscht werden. Aber der da unten ist ja kein normaler Gegner, sondern ein Gargoyle. Und obwohl er keine richtige Bossleiste hat, wird er wohl von einem Randomizer trotzdem als Boss gezählt. Deshalb steht da jetzt Quellack. Hättest lieber den Dänen-Döner geholt. So, wir looten mal hier den ganzen Spaß. Gab's auf der Seite auch eine Kiste? Nee, ne? So, solange ich da jetzt nicht drunter zu ihr laufe, sollte sie mich ja nicht angreifen, ne? Da oben halt, wenn wir da lang gehen, Richtung Archive, da ist ja auch ein Bonfire. Da benutzen wir immer das Bonfire. Aber Moment, zu dem Bonfire da oben kann man sich nicht porten, ne? Ja, auch scheiße. Ich wusste nicht, dass sie eine Firekeeper ist. Du kannst bei dir auch deinen Essos und so upgraden von so'n Shit. Falsch. Falsch. Okay, ich bin gefangen. Ich renne nochmal durch. Kann man nicht beim NPC hinter den Gargoyles sich von seinen Sünden freikaufen oder so? Äh, das funktioniert hier nicht. Weil der NPC ist ja nicht wütend, weil du ihn geschlagen hast. Das funktioniert dann nur bei NPCs, die du schlägst und sie dann gargrott sind. sie greift dich ja an, weil du äh, einen Boss hier besiegt hast. Das ist ja quasi Story, dass sie dich angreift. Und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Oh, Chat, Moment. Das Bonfeuer da unten, das ist portable, ne? Bei Gwindolin. Das ist portable, ne? Das Bonfeuer können wir benutzen. Glaube ich. Das sollte gehen. Hier kann man der Mondfinsternis oder so. Vielleicht verwechsel ich das auch mit Dark Souls 3. Ich meine, kann man ja versuchen. Äh, ja, wenn es günstig wäre, aber es kostet, glaube ich, irgendwie 20.000. Soll ich 20.000 für etwas ausgebe, was nicht funktioniert. No, this joke. Ich muss jeden Cent umdrehen, den ich finde. Krabbi die Krabbe. Ja. Ich muss die Krabbe. Ich muss die Krabbe töten. Mit diesem legendärem Dammage. Cool, ich kräfte nicht mal, Chat. Okay. Ohne Anvisieren nach unten gucken, klappt besser. So. Immer noch nicht. ist das wegen dem Typen da hinten, oder was? Mir ist nie aufgefallen, dass die Gießkannen tragen. Der hat ja eine Gießkanne dabei. Ich habe da nie drauf geachtet. Ist ja auch ein Gärtner, ja. Ich habe ihn eher als Vogelscheuche immer gesehen, als Gärtner. Aber scheint wohl ein Gärtner zu sein. So, jetzt darf ich Bonfire benutzen, oder? Ich glaube, Fahrstuhl hochfahren bringt auch nichts, ne? weil da oben war ich ja schon in dem Raum und habe ich mit den NPCs da, äh, mit den Gegnern geprügelt. Das heißt, wir laufen wieder in diese Richtung. Boah, Banger Song kommt jetzt. Laufen jetzt, äh, Richtung Quelag. Ich gucke mal, wie viel Damage ich bei Quelag mache und wie viel Quelag bei mir macht. Und dann zu Gwindolin. Zum Bonfire. Moment, ich kann gar nicht, Chat. Das geht gar nicht. Der Fahrstuhl kommt ja nicht runtergefahren. Oder? Damit der Fahrstuhl kommt, muss ich ja seitlich durchs Fenster rein. Und da hinten ist eine, äh, und wenn ich da durchgehe, dann ist ja da ein, äh, Nebelwand. Aber ich kann trotzdem da runtergehen, dann gibt's Items. Hast du den Fahrstuhl schon bewegt? Ne. Äh, Entschuldigung. Bei Quelag unten gibt's noch Items und ich gucke mal auch, ob ich Quelag bekämpfen kann mit meinem aktuellen Damage. Vielleicht springt auch Quelag irgendwie runter oder so. Mein Lieblings-Boss-Boss-Fight in allen Souls-Spielen. Asylum Demon. Der hat einen geilen Arsch. Und ich gucke mir gerne in Campen geile Ersche an. Ach so, du bist schon hier. Ich darf gar nicht raus und looten. Also, es dauert halt ein bisschen, ne? Aber es ist machbar. Äh, geht die? Ah, danke. Seht ihr Lebensleiste? Ich hab sie gleich. Ich mach bumm. Ich hab sie gleich besiegt. Okay, vielleicht kommen wir später, wenn ich ne stärkere Waffe habe. Ich hab nicht so viel Sachen zum Werfen. Ein bisschen hab ich was, aber nicht so viel. Ich hab eine Bombe, Vier-Wurf-Messer. Boah, Chat. Goldharz. Let's go. Boah, 52. Von 19 auf 52. Das ist huge. Also. Aber ich hab nicht genug Goldhast. Junge. Hey, Chat. Theoretisch können wir sie stehen lassen und wenn ich mal wieder einen Bogen bekomme, komme ich mit einem Bogen hierhin. Ich mein, diese Ecke ist ja eh nur für irgendwie zwei Items oder so. Ansonsten ist da ja nix interessantes. Ich hab bei der den Tod vorhin nicht gezählt. Darfst du das schon Abzugshaube? Ja, am freien Himmel darfst du grillen. Das Fenster ist offen. So, okay, dann gehen wir. Wohin gehen wir? Ich geh mal kurz zum Schmied. Hey, Elster. Ich geh mal kurz zum Schmied und guck mal, ob er ähm, Steinchen verkauft. Um meine Waffe abzugraben. Und dann, wenn ich das upgraden kann, dann gehen wir mit der Plus-Fünf-Waffe runter nach Neulondo und machen endlich das Wasser weg von Neulondo. Er verkauft aber sehr teuer. Ja, ich weiß halt einen, einen NPC, der ist recht günstig verkauft. Aber das ist halt DLC. Da muss ich ein bisschen laufen. Das geht nicht. Ja, André hat auch die Inflation erwischt. Verkaufst du vielleicht auch Steinchen? Graue Brocken verkauft sie für 10. May the flag und zwar da unten der eine Bloodborne-NPC. Der verkauft recht günstig Steinchen. Ich fühle mich immer noch mies, dass ich André mal gehittert habe und alles ohne Waffe aufleveln auskommen musste. Ja, spätestens beim Innenkatakomben oder beim großen Schmied kannst du ja wieder upgraden. Hast ja noch anderen Schmied. Aber ja, bis dahin dann ohne Schmied ist das mal ist natürlich erstmal ätzend. Das stimmt. Safe State verloren. So, wie teuer sind die? Oder stimmt, beim Magier-Schmied ist ja direkt unter Feuerbahnschrein. Stimmt. Den vergesse ich immer wieder, dass es den gibt. 200. Den vergesse ich immer wieder. Der Händler, der glaube ich diesen Dämonenhammer oder so verkauft, in einem Gebiet am Anfang verkauft, die meine ich für 100. Der Dämonenhammer verkauft? Wer hat denn den Dämonenhammer verkauft? Ich bin mir nicht sicher, wie der normal ist. Ach, ich kaufe mal direkt direkt ein paar mehr. Ich hätte glaube ich die Seelen auch kurz bei Farmen geben können. Damit ich nicht die Dinger verbrauchen muss. So. Okay, ich habe 72 Steinchen. Das reicht erstmal für die nächsten paar Waffen. Dann gehen wir wieder zurück. Dann mache ich die Waffe auf plus 5 und dann Yala Abfahrt zum Feuerbahnschrein. Ich brauche Seelen. Warte, das machen wir. Hier kriege ich immer Seelen umsonst. Die, 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 die. Probe! Kann man Framed eigentlich töten? Nee, ne? Wenn ich mich da irgendwie hinstelle mit Magie-Spells und töte den oder so. Wenn man den oft genug schlägt, dann geht er einfach. Das ist dann ne... Jo, wieso gibt es auf einmal so viel mehr hier? Habe ich nicht immer so 4.000 bekommen? Ich habe gerade 9.000 gehabt. Okay. So, äh, wo ist mein Panzerbrecher? So, wo ist mein Panzerbrecher? Kurz bevor man normalerweise zum Taurus-Dämon kommt, bei dem kauft man... Ach, du meinst den mit dem Uchi-Katana, den Typen. Ja, stimmt, der hat auch die verkauft, ja. Ja, schon. Aber das wäre auch etwas, wo man ein bisschen laufen müsste. Wäre auch nicht so direkt am Bonfire, müsste ich auch ein bisschen laufen. So, ich hoffe, ich mache damit genug Damage. Ey, ja, ich hoffe, wir machen heute das Finale. Das kommt drauf an. Ich kann jetzt sehr viel Pech haben und dann ist das Finale eher schwierig. ich könnte aber super viel Glück haben und wir sind gleich in einer halben Stunde fertig. Die Magie des Randomizers, alles ist möglich. Ich bin fast mit der Refinable. So, wie viel Damage mache ich? Boah, 43, Chat. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Mit 43 Damage. Ja, jetzt hätte immer noch eine Dex-Waffe, ne? Ne, wenn ich das richtig verstanden habe, du musst, damit du in den Raum kommst, wo Gewinn ist, musst du vorher die vier Lot-Souls haben. So, also es ist ja an sich kein Problem, so sich ein bisschen so durchzuquellen hier, aber das Problem ist jetzt hier die Ecke. Parieren? Ne, kann man nicht. Vielleicht einhändig? Ne, kann es nicht. Und zwar da hinten. Ich komme halt nicht zu dem Typen durch, der Blitze schießt. Und hinter ihm steht noch einer, der Blitze schießt. Deshalb wollte ich eigentlich hinkommen, wenn ich guten Damage mache. Hinter dem großen Tentakel Typen, da steht einer, der Blitze schießt. Der wurde gerade noch nicht getriggert, das ist gerade sehr gut. Ich habe eine Feuerbombe. Wenn der dahinter getriggert wird, habe ich ein Problem. Ich habe aber gerade sehr viel Glück. Ich habe sehr viel Glück. Der jetzt wurde getriggert. Jetzt kommen die Blitze. Nein! Doppelblitze. Ich muss den hier weglocken. Diese fröhliche Musik, Mann. Wieso steht der eigentlich so provokativ? tief. Der Hebel funktioniert noch nicht. Das ist gerade sehr, sehr nice. Da liegt noch so ein Steingolem. So ein Steinritter. Fick mich. Junge, was? Ja, er kann durch die Wand schlagen. Schummler. Jetzt blockiert er halt die Wand. wo ist der hin, Der Riese. Alles wieder zurück. tot. Ich bin tot. Er kommt hier durch. Er kann jetzt plötzlich doch laufen. Shit. Nein, 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 geschlafen, nein, geschlafen, er hat mich gestern. Ich hätte mir mehr Oh, oh, ich glaube, es trifft mich. Ich hätte mir mehr Estus holen sollen. Nice, 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 nice. Und jetzt mit zwei Estus das Drecksloch dahinter gleich machen. Ja, geil. Das ist ja schon mal das, ne? Kann man hier rüber hüpfen? Da ist eine Nebelwand. Da ist eine Nebelwand. Fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, wir können doch vielleicht kein Wasser ablassen. Äh, bei der Leiter war ich ja noch nicht. Wie du vielleicht siehst, ist hier eine Nebelwand. Das war ein grauer Brocken. Ach, komm schon, was ist, ob der Typ da jetzt ist. Ich dachte, vielleicht bist du auf der anderen Seite. Ne, bin ich noch nie. Neulondo hatte ich bisher nur hier den Eingang gehabt. Wir haben noch irgendwo eine Nebelwand gehabt, die dich nach Neulondo führt, aber die gerade nicht funktioniert, weil da steht, dass da das Wasser noch abgelassen werden muss. Cool, ich bin tot. Leber. Junge, was ne Scheiße. ist weg. Er ist einfach hochgefahren. Okay. Cool. Nehme ich. Nehme ich. So, wir haben halt da jetzt noch ein Item und da steht halt ein Typ. Ich versuche den mal hier runter zu lotten. Oh, er wird gar nicht getriggert. Aber ich komme trotzdem nicht zum Item. das Ding ist, hier sind eigentlich ganz viele Geister, die quasi schlafen und dann irgendwann aus den Wänden rauskommen. Und dementsprechend sind dann viele Gegner gefreezed, weil sie halt nicht diesen quasi, wenn ich das richtig verstehe, dass diese Geister einen besonderen, besonderer, einen besonderen Status sind, den andere Gegner diesen Status quasi nicht haben können. Und dadurch, dass sie ausgetauscht sind mit den Geistern und die diesen Status nicht haben, wie die Geister, stehen die da und machen nichts. Ja, ich habe Beine von Einstein bekommen. Und ein paar Pfeile. Oh! Capra, äh, Capra. Gaping Dragon. Hier ist er. Wer ist es, Chat? Es ist, es ist Smaug. Es ist Smaug. Ist es der große Smaug oder der kleine Smaug? Es ist der große Smaug. Das wollte ich nicht, scheiße. Damage geht voll klar. Ich habe halt keine Säulen, die ich benutzen kann, um ihn zu mobben. Das hat er jetzt ein bisschen schwieriger. Also gibt es hier, hier gibt es auch Säulen, aber die sind nicht so wie bei Anolondo. Wenn er so weitermacht, bin ich zufrieden. Ich hoffe, ob ich das noch getroffen habe. Er ist schade, scheiße, scheiße, scheiße. Mann, mein Buff geht weg. Wieso habe ich wieder einen Fluch? Scheiße, scheiße, scheiße. Arschbombe! Scheiße. Nice! Silberanhänger. Ja, hat sich nicht gelohnt. Aber das ist jetzt für Manus, ne? Vertreibt Dunkelheit, ja. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt ein drittes Mal gegen Manus kämpfen muss, dann habe ich einen Counter. So. Der kann mir gar nichts mehr. Ja, cool. Dann haben wir das auch abgehackt, diese Boss-Arena. Ich könnte einmal leveln. Wie bin ich nochmal hier hingekommen? Durch Neulondo. Fuck. Ich hatte ja gehofft, wir lassen das Wasser runter. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert mit dem Wasser runterlassen. Weil jetzt hier eine Sackgasse ist, ne? Wohin gehen wir dann jetzt? Wohin gehen wir, Chad? Wie hast du das erkannt? Was habe ich erkannt? Wie habe ich was erkannt? Dass das Smaug ist. Achso! Ja, ne Textur. Da konntest du... Also die eine Textur, die nicht langgezogen war, war halt sein Bauch. Man hat's halt am Bauch erkannt. Der hat halt so Stacheln, die aus dem Bauch rauskommen. Eine goldene Rüstung mit Stacheln, die aus dem Bauch rauskommen. Das ist halt sehr... Ja. Quelag wartet. Ja, Quelag mit der Waffe ist halt echt Arsch. Deshalb überlege ich... Ob wir noch mal anders hin können. Äh, stimmt. Hier. Wir haben doch jetzt das Item, um ins DLC zu gehen. Das heißt, der Eingang zum DLC ist ja auch jetzt noch eine neue Nebelwand. Äh, wie komme ich da am besten hin? I guess Feuerbahn schreien. Oh, da gemein wäre der Untot. Für Quelag brauche ich irgendwas Mächtiges. Oder einen Boden. Dann kaufe ich mir ganz viele Pfeile, stelle mich hin und snipe die Alder weg. Hast du so einen Schleifer-Wolf? Einfach Schleifer. Schleifer der Himmelsdrache! Äh, den hatten wir schon, ja. Also die einzigen Boss-Arenen, wo ich noch nie drin war, ist die Boss-Arenen vom Endboss, die Boss-Arenen vom Ziegendämon, die Boss-Arenen von Ornstein und Smaug, die Boss-Arenen von... ähm... von den Four Kings. Und das war's. Aber das sind die letzten. Die Boss-Arenen fehlen noch. Äh, und die Manus-Boss-Arenen. Da waren wir auch noch nicht. Manus-Boss-Arenen fehlt auch noch. Ich müsste generell noch in das Manus-Gebiet gehen. Ja, Gwynn habe ich aufgezählt. Gwynn-For-Kings-Manus-Ziegendämonen. Und da war noch... Ah, Ornstein-Smaug. Die fünf Bosse. Die Arenen fehlen uns noch. Äh, wir hätten auf jeden Fall noch den Raum vor... vor... vor Nito. Da habe ich eine Nebelwand, wo wir... dass wir da hinkommen können. Da gibt es auch noch ein paar Items zu looten. Wir haben... noch den... diesen Scheiß-Raum in... Lost Isileth. Unter Bed of Chaos. Wo der Boden da kaputt geht. Da haben wir noch einen Raum... mit Items. Aber Nebelwände an sich... fallen mir nicht mehr so viele ein. Es wird langsam knapp. Mit den Nebelwänden. Und es ist so... mies, dass ich immer noch... keine Geloot gefunden habe. Damit ich meine Waffen... weiter upgraden kann. Immer noch nicht. Einzige, was ich machen kann... ist halt, meinen Waffen Elemente zu geben. Dadurch kann ich sie quasi... auf plus 10 bringen. Oh, da ist jetzt ein Item. Wenn ich zum Beispiel jetzt... eine Feuerwaffe mache oder sowas. Oder eine... Magie-Waffe. Haben wir ja schon mal... einmal gemacht. Dafür braucht man ja... eine grüne Scherben. Und grüne Scherben kann ich... glaube ich auch ganz günstig... kaufen eigentlich hier... die bringen. Hallo, Maske. Hi. So, wo kommen wir hier raus? Hä? Okay, das bleibt wohl gleich. Das ändert sich nicht. Hier waren wir schon. durch diese Nebelwand kam ich hier rein. Da hinten steht Nito. Ach ja, stimmt, klar. Klar. Ähm. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, lass den Raum vor... vor Nito gehen. dafür müsste ich zum Ziegen-Dämon. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ach, stimmt. Die, komplett die Archive. Die Bibliothek. Die habe ich ja kaum gemacht. Da gibt es auch noch super viel zum Looten. Das ist ja super viel. Aber auch noch einiges zum Looten. Einige Items haben wir dann noch. Die habe ich nicht komplett gemacht. Moin, Jungs. Kann ich einmal? Nein. Jetzt. Danke. Irgendjemand ist gestorben. Nice. Es gruselt mich, dass wir halt immer noch keinen Gewinn hatten. Ich habe davor Angst, dass er kommt. Ich sehe es schon kommen. Er wird einfach wirklich Endlos sein. Wieso hat mir immer noch keinen Gewinn, ey? Wo ist Gewinn? Was macht dieser Wurm hier? Was ist der Gehen? Wir red V-Jam. Ja, ist doch jetzt gut. So, kriege ich die Nebelwand, ohne jetzt die Gegner da noch oben zu bekämpfen? Das wäre geil. Das wäre cool. Das wäre sexy. Okay, nice. So, hier bin ich jetzt vor Nito. Moin. So, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Hier war eigentlich unten ein Gebiet, wo die Gegner unendlich spawnen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier geregelt ist. Werden jetzt die Gegner hier alle jetzt respawn? Oder sind die einmalig da? Ich bin vergiftet. Ich hasse Hunde. Und du schaffst es. Wow. Ich glaube, den nicht, wenn ich ihn anvisiere. Der ist noch nicht hier. Nein. Oder der Randomizer hat jetzt gemacht, dass hier anstelle von unendlich Babys die ganze Zeit unendlich fliegen können. Das wäre ein Traum. Doggo! Double Kill! Weil die Fliegen sind ja, glaube ich, auch so ein unendlich Spawner mäßig. Unterwegs. Doggo! Einfach unendlich Doggo! Ja, Mann, das wäre geil. Was ein Drecksloch hier unten. Holy shit. Weiße Scholle! Das ist lustig. Weil in dieser Höhle bekommt man auch eine weiße Scholle. Von fast Tränen-Facement. So, die weiße Scholle liegt normalerweise hier drin, glaube ich. Nee, das ist der Ausgang. Da gab es irgendwo so einen kleinen länglichen Gang, irgendwo unten. Und der führt dich eigentlich zu einer weißen Scholle. Da, der Hund ist gespawnt, oder? Der ist gerade vor meinem Gesicht gespawnt. Der ist hier, glaube ich, gerade einfach gespawnt. Die sind wirklich unendlich am spawnen, die Hunde. Äh, aber wo war dieses dumme Loch? War hier nicht irgendwo so ein dummes Loch? Warte, da bin ich dumm, Chad. Ich war doch irgendwo so ein kleines längliches Loch. Oben links. Äh, aber es hätte schlimmer können mit den Respawns. Ah, hier. Ich meine, die hätten jetzt die ganze Zeit Ziegen-Dämon und Taurus-Dämon kämen können, oder so. Eine Keule! Neue Waffe. Stärke Waffe, Chad. Oh! Ungeupgradet schon schon dreimal so viel Damage. Ja, wenn ich jetzt noch ein Mensch wäre, würde ich in Invaid kommen. Können theoretisch nochmal zurückgehen. Ich mach mich menschlich. Ähm, sorry. Und hier embedet ja dich irgendwie Leeroy Jenkins. Und der droppt ja dann irgendwie seine Waffe, glaube ich, oder so. Oder ich glaube, sogar sein ganzes Rüstungsset. Und das wäre eigentlich ganz nice. Der hinten liegt neidend. Oh nein! Ja, ich wollte mich ja eh menschlich machen, ne? Ich es actually gut habe damit meinen ersten Dark Souls 3 Run gemacht. Aber funktioniert die auch so gut in Dark Souls 2? Äh, in Dark Souls 1? Ich mach gleich Uga Uga Bamba mit Grelak, ja? Uga Uga Bamba So, wenn ich mich jetzt aber menschlich mache, darf ich mich, darf ich nicht sterben. Da, wo ich gerade gestorben bin. Deshalb entfache ich den Spaß hier nochmal. dann haben wir hier 15 Estus dann mache ich meine Keule stärker und dann abfuck. Uga Uga Bamba dieses Grinsen, wie es da rausguckt aus diesem Helm. So, wo ist meine Peule? Kleine Scherbe! jetzt mache ich OP-Damage jetzt geht's ab, Chet. Quäle Waffe an sich. An sich? An sich? Puh! Was hat die für ein Scaling? Oh, hier ist sogar Blutung drauf. Ein C auf Stärke. Und mit Blutung. Imagine ich könnte die Waffe jetzt noch weiter upgraden. Dann wäre das wirklich sehr, sehr stark. Imagine. One Hit. Okay, jetzt die ultimative Prüfung. Ich habe bei dem Typen vorhin 43 Damage gemacht. Der war sehr tanky. Ja, okay. Boah, 153! Boah! Okay. Wir können zum Endboss gehen. Oh mein! Oh mein! Ah! Ich habe die hier getötet, aber die liegt da. Okay. Ja, diese Scheißratten, ne? Manchmal. Die machen ihre komische Scheißkompo. Die macht keinen Damage, ne? Aber vergiftet dich jetzt, weil ich hasse es. So, blickst du mir auf den Sack gehen. Ich töd dich auch, weil du blickst mir auch auf den Sack gehen. So, Jalla-Abfahrt. Ja! Ist in Richtung Leroy nicht auch noch eine Nebelwand? Ja, aber da waren wir schon. Also, ich meine, ich bin schon die Nebelwand von da oben schon rausgekommen gewesen. Okay, das wäre ein Problem. Ich will mich schon kurz töten. Ich will mich abpacken. Ich will drop eine Menschlichkeit. Nice, den Skelett, diesen Kristalltypen nicht zu töten, war smart. Jetzt kommt der Schwarzritter nicht durch. Der Schwarzritter ist durchgekommen. Ungleich kommt noch in den Bait. Ich muss ihn hier töten. Jetzt, perfekt. Runterkicken. Ah! So, Rache. Er hat mich auch runtergekickt. Arschloch. Geil. Grüne Scherbe. Bilderbuch-Kill. Ja, wirklich. So, hier muss jetzt ein Invade kommen. Ich bin noch ein Mensch. Das erkenne ich an meinem Grinsen. Chat, wo ist er? Er kommt nicht, Chat. Okay, funktioniert wohl im Randomizer nicht ganz so einfach. Vermutlich habe ich irgendwas nicht getriggert, damit er spawnt. Er ist schüchtern. Ich werde, glaube ich, hier nicht lebend rauskommen. Ich weiß auch nicht mehr, wohin die Nebelwand da oben führt. Ich werde hier nicht lebend rauskommen, Chat. Vielleicht kommt irgendwo, oh, das ist ein Item. Vielleicht kommt irgendwo aus der Dunkelheit ein Gegner rausgesprungen und schubst mich runter. Das kann ich euch jetzt hier predikten schon mal. Nee, ich habe ihn noch nicht gekillt. Man kann ihn doch nur hier killen. noch nicht so viel Damage. Nein, 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 nein. Hast du nicht? Nee, wo spawnt denn Leeroy noch? Bin gerade erst dazugekommen. Leeroy kommt erst, wenn das Lordbessel platziert ist. Ja, habe ich schon. Dann hat sich das mit Leeroy erledigt. Ja, lass uns Archive gehen. Ich habe jetzt eine solide Waffe. oder Quelag. Quelagi. Bin ich gerade noch mal nach Andolone gekommen. Ach ja. Ich erinnere mich. Aber dann hätte er eh nichts Relevantes, weil es ja missable ist. I guess, dass das so funktioniert. Jawohl. Wenn ich schon hier gerade Archive bin, um zu Quelag hinzukommen, dann machen wir auch direkt die Archive einfach. Lass uns aber direkt die Archive machen. kurz mal einen scheiß Bogen holen, weinen. Weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Auf der anderen Seite auch nicht, ne? Nee. Was ist eigentlich mit dem FF-Marathon? Ist das schon durch oder auf Pause? Äh, abgebrochen. Ich mache keine Marathons mehr. Ich bin ausgebrannt. Katze. Schlange. Ich bin ausgebrannt. Ich bin ausgebrannt. Ich bin ausgebrannt. Ich bin ausgebrannt. der ist zu breit. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich spiele wie ein Trottel. Kurz Gegengift. Die Frage mit dem FF-Marathon wird bestimmt noch ein paar Mal kommen. Ja, ist ja okay. I mean, ich kann ja nachvollziehen. Wenn man das mochte, den Marathon, ne? Und dann plötzlich kommt er nicht mehr. Kann ja das, die Frage, nachvollziehen. So, der Typ war da hinten. Ursprünglich eine Mimic. Der ist noch ein Skelett-Hund. Was ist denn hier los mit diesem Skelett-Hund? Der kommt durch. Die Katze ist hier. Die war doch oben in der Decke geglitscht. Jetzt ist sie rausgeglitscht. Jetzt wieder reingeglitscht. Was macht der eigentlich hier? Mit wem kämpft der? Der führt ja auch seinen eigenen Kampf hier irgendwie gerade. Katze? Die hält ja voll viel aus. Du helfe mir, Stiefbruder. Wow. Okay, bei dem mach ich echt wenig Damage gerade. Nase! Nase! Ja, ich töte lieber die Katze, bevor sie irgendwie hier aus der Wand rauskommt. Und mich gleich tötet oder so. Okay, sie kommt nicht mehr. Wo ist sie hin? Ich höre sie noch. Na gut. Ich bete und hoffe einfach, dass sie nicht durch die Wand kommt. So, der da hinten ist eine Mimic. Der sollte ja eigentlich ein Item droppen, ne? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendeine Scheißwaffe gleich loote, ne? Okay, jemand ist gestorben. Vielleicht die Katze? Komplett durch den Boden durchgefallen? So ekelhafte Viecher. So ekelhafte Viecher. Ein Speer! Schade. Also theoretisch müsste ich jetzt wieder zurück zum Bonfire und Waffe erstmal auf plus 5 machen. Oh mein Gott. Wie viele sind denn hier? Ja, 15 Damage. RIP. Einfach nur RIP. Ja, ist doch... Oh mein Gott! Ja, das ist auch das geilste Move, das Move-Send bringt mir halt nichts bei einer Dex-Waffe, wenn ich auf Stärke spiele. Ach, Mann! Warte, ich upgrade sie noch nicht. Ich öffne mal kurz den Shortcut. Wenn ich da lebend ankomme. Moin! Ich weiß nicht, ob da hinten noch ein Item war. Magik-Mann. Ja, genau! Oh, Dodgen! 30 Damage, hä? Was hältst du davon? Backstab, Arschloch! 91! Ich muss tot zählen, by the way. Und vorhin bin ich runtergefallen, noch ein Tod. Scheiße, kommt irgendein Doggo. Och mein Gott, diese Skelett-Hunde! Das kann doch nicht sein! Wieso ist hier alles voll mit diesen Skelett-Wichsern? Jetzt hab ich ein Problem, ne? Jetzt hab ich das Ding, jetzt hab ich die Treppe gedreht. Jetzt komm ich da nicht mehr hin. Und Otto, Dankeschön für die neuen Monate. Jetzt hab ich die Treppe gedreht und komm da nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob die jetzt, wenn man stirbt in solchen Situationen, ob sie sich zurückdreht. Ja, die Schwarzmagier sind noch schlimmer als eigentlich die normalen Magier. Die Schwarzmagier machen so viel Damage. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das nur hier im Randomizer ist. Aber die machen echt viel Damage. Ja, ist jetzt gedreht. Ich bin jetzt hier mit ihm gefangen. Ich muss hier kurz. Danke. Hör zu. Hier. Danke. 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 Waren beim allerersten Dark Souls Run wirklich peak. Fand so geil, weil halbwegs schwer ist. Die Atme ist geil. Ich hab mich zehnmal die Minute gefragt, ob ich schon hier gewesen bin. Ja, ich mochte das Gebiet auch sehr. Das war echt cool. Also ist immer noch sehr cool. So, dann haben wir hier einen Shortcut hier offen. Ich hab absolut keine Ahnung, ob ich schon den Schlüssel gefunden habe. Oh, leichte Hose. Nice. Ob ich schon den Schlüssel gefunden habe, um die Leiter hier zu öffnen. Moin. Wieso mach ich Doppelrolle? Das weiß niemand. 88 Damage. Okay. Mit ein paar Backsteps klappt das, ne? Das war kein Backstep. Die Schelle hab ich verdient. Backstep. Zwischendurch ein bisschen looten. Der Disrespect. Habe ich verdient, die Schelle? Definitiv. So ein Speer im Arschloch ist echt nicht geil. Geil. Evelyn Chat. Nice. Jetzt können wir doch endlich Quelag machen, ne? So. Habe ich den Schlüssel oder habe ich nicht? Ich glaube, man braucht so viel Schlüssel, oder? Checkt mal die Nebelaband hier ab. Oh, hier ist noch ein Item gewesen. Kann mich gar nicht erinnern. Flammenberge. Ui. 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 Wie geil ist das? Ne Dex-Waffe. Nice. Aber mit blieb, ja. Ui. 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 Okay, jetzt sind wir auf der Seite von Anolondo. Ah, lol. Ah, lol. Scheiße. Also Chat, wenn ihr das nicht kennt, da ist eigentlich eine Illusionswand von der anderen Seite. Von der anderen Seite sieht das aus wie eine richtige Wand. Aber wir sind hier gerade von der Seite, wo man eigentlich vorher gar nicht hinkommen könnte. Normalerweise beim Playroom. Und das ist eigentlich eine Wand. Und die geht erst weg, wenn man einen bestimmten NPC tötet. Weil das eigentlich nur eine Illusion ist. Oder, ja genau, wenn man einen bestimmten Ring hat. Wenn man den NPC tötet oder den Ring hat, dann geht das hier auf. Aber ich habe beides nicht gemacht. Du baust einen Ring, ja. Oder wenn ich Guinevere töte, dann kann ich ja auch hier. Und ich habe beides nicht. Gut, ähm. Hey, Sabrina. Wo gehe ich hin? Wenn du den Ring schon hättest, aber er wegen Autogöp nicht ausgerüstet wäre, dürftest du dann den trotzdem kurz anlegen? Würde ich schon sagen, ja. Ich lege den kurz an. Moment, oder habe ich den schon mal? Ich meine aber, ich habe den noch nicht gehabt. Doch, ich habe den schon. Das ist doch, oder? Der Finstermund Klingling? Nee, das ist, glaube ich, den, den du bekommst, wenn du dem Eid beitrittst, ne? Nee, habe ich nicht. Hey, Paul, was geht ab? Ja, ich kann es probieren, aber auch. Und jetzt muss ich ja eh nicht mehr in Lava laufen, also dann machen wir wieder... Wobei, warte... Nee, jetzt machen wir wieder den, den ich vorher fragte. Ähm. Ja, wir können theoretisch schon das Loch in Lost Iselef reinspringen. Und generell in Lost Iselef kurz vor... Mit der Anlauf reinspringen. Äh, kurz vor... Bad of Chaos. Das sind auch noch einige Items. Ja, da sieht nur so aus, als wäre da... Da ist keine Lücke. Da sieht nur so aus, als wäre da ne Lücke, Chad. Da ist ja eigentlich ne Wand. Da ist ja eigentlich komplett ne Wand. Das sieht nur so aus, als wäre es ne Lücke. Genauso wie unten. Da ist ja auch keine Lücke unten. Von der anderen Seite ist es ne Wand. Dumpen geht hier nicht. Äh, ja, wir gehen... ...zu Bad of Chaos. Du kannst nicht in den Archiven noch in das Gefängnis, da war ich schon. So bin ich überhaupt in die Archive gekommen. Durch das Gefängnis. Wie komme ich nochmal... ...nach Iselef? Da gibt es echt kein Bonfire? Wo man sich importen kann? Du könntest doch Quelag machen. Ähm... Ich glaube, die Waffe hat Flammendamage. Ne, hat kein Flammendamage. Aber auch wenn. Ja, wenn ich sie töte, kriege ich... ...kriege ich zwei Items. Du hast ein Bonfire, echt? Ne, ich sehe hier keins. Ja, klar, dass ich da vorhin war, aber es gibt dort keins, was zum Teleportieren ist. Du kannst in Dark Souls 1 nicht an jedes Bonfire teleportieren. Wie bin ich da nochmal hingekommen? Ich war ja gerade bei dem Bonfire nach dem Skorpion. Also zum Start von dem Lavasee. Da bin ich durch die Nebelwand gegangen. Wo bin ich da rausgekommen? Nach Quelag hat es ein Teleport-Bonfire. Ja, aber ich bin wieder zum Lavasee. Und zum Lavasee komme ich nicht... ...von Quelag aus durch. Da gibt es Bonfire. Willst du Bad of Chaos oder wohin? Ja, ja. Ich will zu diesem Lavasee wieder hin. Und ich war vorhin... ...bin ich komplett durch den Lavasee durchgelaufen. Und war halt am Ende... ...äh, quasi am Anfang vom Lavasee. Da, wo man Vanilla normalerweise startet, da ist ja ein Bonfire. Da, wo auch... ...zu leer sitzt. Da war eine Bonfire. Da war ein Bonfire. Äh, da war eine Nebelwand. Ich glaube, die Nebelwand hat mich... ...die Nebelwand hat mich, glaube ich, in den Wald gebracht. Und dann habe ich in dem Wald die Nebelwand benutzt. Und wo hat die mich hingebracht? Ich glaube, niemand hat aufgepasst, ne? Ja, ansonsten laufe ich wieder komplett... ...von unten. I guess, dann laufe ich von unten. Das ist halt mega der Umweg. Aber it is what it is. Ja, es war irgendwie alles sehr verwirrend. Ich bin aber auch... Also, ich bin im Wald auf jeden Fall rausgekommen. Und dann im Wald bin ich... Äh, ich bin hier falsch, ne? Moment, wie komme ich nochmal... ...ne, ich muss wirklich komplett runterlaufen von... ...von Quälack aus. Doch, stimmt. Ich muss komplett von Quälack aus runterlaufen. True. Aber wenn ich schon mal hier bin, ich teste mal kurz beide Nebelwände. Doch, doch, du hast recht. Ich muss komplett von Quälack auslaufen. Ja, 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 doch, doch, doch. Doch, doch, ich muss komplett durchlaufen. Quasi wie man Vanilla zum Firesage läuft. Katakomben war ich fertig, ne? Ja, doch war ich. Ja, imagine, man könnte in Dark Souls 1 zu allen Bonn feiern. Ich meine, ist Vanilla nicht so notwendig, ne? Aber... Aber in so einem Randomizer ist schon ganz nett, ne? Das heißt aber, wenn ich jetzt auf dem Weg... ...zu Bed of Chaos sterbe, dann muss ich den ganzen Weg nochmal lauten. Das wäre nicht so schmackofatzig. Und ich meine, wenn ich gleich bei Bed of Chaos bin, dann weiß ich ja wieder... ...ähm... ...was in der Nebelwand im Wald war. Dann haben wir das Geheimnis gelöst. Den ganzen Weg nochmal. Aber das ist halt jedes Mal, ne? Bei so einem, äh... ...bei so einem Foggate-Randomizer. Je weiter du kommst, desto komplizierter wären die Wege. Das wird zum Glück in Dark Souls 3 dann nicht ganz so schlimm. Weil da kannst du ja wirklich zu jedem Bonnfeier teleportieren. Das war auch in, äh... ...Elden Ring ab einem Punkt... ...auch nicht mehr ganz so kompliziert. Aber ja, in Dark Souls 1 ist es noch ein bisschen... ...bisschen schwierig. So, von hier aus muss ich jetzt jedes Mal laufen... ...wenn ich auf dem Weg zu Bed of Chaos sterbe. Hi, Margin. Wie ist der Rando heute? Äh, bisher recht solide. Ich hatte zwar noch nichts Wichtiges geschafft. Außer den Boss. Aber es holt noch nicht so viel Pain. Bisher. Autsch. Autsch. Ja, diesen Weg sind wir letztes Mal sehr, sehr oft gelaufen. Asami Barry, Dankeschön für den Prime Sub. Ich hoffe nur, diesmal muss ich nicht so oft laufen. So, auch eine Schelle. So leer ist es da. Immer noch. Miss-Click. Der Prime Sub war ein Miss-Click. Ja, glaube ich, kannst du nicht mehr zurücknehmen. Bist jetzt einen Monat hier gefangen. Pech für dich, Glück für mich. Ha! Hey, Ghost. So, go. Feuer. So. Hier komme ich jetzt bei Quelax Arena raus. Und wenn ich dann da hinten die Nebelwand benutze, dann komme ich beim Wald raus. Und wenn ich im Wald die Nebelwand benutze, dann komme ich... Komme ich da bei Capra raus? Komme ich da bei Capra Demon raus, Chat? Nee, Moment. Ich bin so durcheinander. Ich bin so verwirrt. 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 gar nicht mitgenommen, da unten. Moin! Hier gibt es gar keinen Bordfighter, das war Dark Souls 3, scheiße. Der, äh, das bewegt sich trotzdem nicht. Loll! Jett, jemand stirbt. Wieso stirbt jemand? Jemand Wichtiges stirbt. Ich hoffe, das ist nicht der Schmied. Okay, ich gehe ja schon. Ich habe gesabbert, ich muss die Zabber wegmachen, aber ich muss rennen. Ich hoffe nicht, der Schmied ist gestorben. Vor allem, ich habe auch keine Seelen bekommen. Aber es klang, als wäre jemand krasses gestorben. Ja, komm, wir bleiben doch hier. Kurze Schelle. Quäler, aber dann würde ich ja Seelen bekommen. Und Loot bekommen. Oder? Quäler? Quäler ist... Nee. Das war wirklich, glaube ich, Quäler, Chat. Die ist weg. Nein! Wie? Hä? Du hast einfach den Zaun hochgelaufen. Hä? Oh mein Gott, der ganze Weg nochmal. Die ist einfach straight ab den Zaun hochgelaufen. Hat die nicht gejuckt. Gott, du musst dafür leiden. So. Ist das eine dumme Scheiße. Eigentlich wollte ich ja in das Loch unter Bed of Chaos runterspringen und da in diesem Giftsumpf mich umschauen. Äh! Äh! Aber Anor Londo ist spannender. Waja, ich habe gerade Quäler nicht mehr gesehen. Das heißt, wir können theoretisch von der anderen Seite von Anor Londo wieder... wieder rüberlaufen. Und die zwei Items oder wie viel da liegen bei Quäler looten. Ist das weird, dass gar keine... gar keine Menschlichkeit droppte? Keine Seelen droppten? Gar nichts. Da liegt jetzt einfach eine Lord Vessel, wo sie stand. Äh, Lord Vessel. Äh, so eine Fürstenseele. Ich habe doch nicht gewusst, dass das nämlich trifft. Weil ich bin halt schlecht. Mach kein Damage! Loll! Blut! Lass mal kurz hier looten. Hier oben. Mh, nicht hier. Sondern hier. Weil wir haben hier ein Item. Das ist nur eine Statue, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Gegner. Ah! Fall runter! Da haben wir hier ein Item. Handschuhe. Oh mein Gott! Großschwert! 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 Ah! Feuer! Kurze Frage, wohin muss ich, nachdem man Craft Hero of the Deep erledigt hat? Keine Ahnung, wie es weitergeht. Was ist das für ein geiles Schwert, Chat? Kein Scaling! Obsidian Schwert! Äh, I guess du musst nach den Abyss-Watchers weiter. Das Großschwert ist eine der seltenen Drachenwaffen und wurde aus dem Schwanz Oh, das ist Kalamids-Waffe! Oh! Oh, ja, das ist eine Drachenwaffe. Hab ich nicht gecheckt, weil ich hatte einfach Obsidian-Waffe. Ich hab die Waffe noch nie gesehen. Nie benutzt. Hi, Doggo. Also damit könnten wir jetzt vielleicht Quälergang greifen. Aber die ist ja vielleicht weg. Wusstest du, dass es einen Monster-Ranger-Ableger mit Kaijus gibt? Meinst du hier, ähm, UK-Watch? Was? Nein. Äh, nee, wusste ich nicht. Malte, Dankeschön für 21 Monate. Gibt's da einen Riki in Riesig, der eine Stadt zerstört? Ich werde niemals Yo-Kai-Watch in meinem Leben spielen. Ultra-Kaiju-Monster-Rangers. So heißt das. Ist das sogar ein Spin-Off von der originalen Reihe? Was ist das für eine Scheiß-Animation? Was hat ich mal auseinandergebracht? Ist das was Neues, oder wie? Oder was was entdeckt? Ey, das hat mir Damage gemacht. Gold-Harts, okay. Wir können hier Gold-Harts griden. von einem Jahr, oder so. Ist das auf Steam? Ultra-Kaiju. Gibt's nicht. Monster-Rancher. Was ist das denn? Ein Switch-Game. Bäh. Die Junge. Soll das Zeitlupe sein, oder ist das die Switch? Er ist ja wirklich einfach Monster-Rancher. Scheiße. Ich brauche das Game-Chat. Scheiße. Es sieht so kacke aus. Ich brauche es. Ich kann die kombinieren. wie bei Monster-Rancher. Derselbe noch mal. Derselbe noch mal. Ach du Scheiße. Ich brauche das in meinem Leben. Da gibt's einen riesigen Mochi. Vielleicht haben wir wirklich Glück und es gibt einen riesigen Riki. All-Hidden-Breeds. Ich frage mich, wie viel es davon gibt. Da ist ein riesiger Mochi auf dem Thumbnail. Spoiler. Wo soll ich das? Ich frage mich Ich frage mich es gibt auch roboter das auf der switch spielen brauche ich weiß nicht besser als erwartet es sieht schon scheiße aus euch lieb switch gibt im gewissen noch gibt dem allen noch ein gewissen crash dazu switch 2 wird abwärts kompatibel da können wir es dann spielen oder ich möchte den trailer sound aber cool und zwischendurch immer irgendwelche lauten geräusche von den wieso habe ich nur noch eine estus habe ich die ganzen estus verloren ich habe gegen die schnecke gekämpft schnecke hey schnecke er gegen die muschel so da werden wir wieder Hi Komme ich von hier aus zum Bonfire? Da ging es ja zu Schmied Der Schmied ist in Gefahr Der lebt noch Sehr gut Mein Schmied lebt noch Chat, wie komme ich nochmal zum Bonfire? Hier Doch, ich habe noch Humanity, aber ich will zum Bonfire Und dann ist alles wieder in Ordnung Ich gues Ob man da jetzt nicht runterkommt Welches Bonfire? Das hier So, ich könnte versuchen jetzt mit der Waffe den Taurus-Dämon zu töten Sodass der Schmied Nicht in Gefahr ist Und dann können wir zum Schmied Und dann können wir zum Schmied Und dann können wir zum Schmied haben Und dann können wir zum Schmied haben Und dann können wir zum Schmied haben Dass man dort richtig geil mit Gamba spielen kann Weil die neueren Teile Kommandieren Damit die überhaupt irgendwas reißen können Und das, was wir gespielt haben Da konntest du auch gewinnen Ohne irgendwelche Befehle zu geben Und das war ja das Geile Weil das war das Beste daran Dass man so die ganze Dumme Gambas machen konnte Hier im Chat Oh, geil Let's go back to Rapier Wieso denn auch Spaß haben mit der coolen Waffe Es gibt ja so viele tolle Dex-Waffen Die machen ja so viel mehr Spaß Warum geht der Hebel nicht? Weil der nur von unten geht Beim ersten Mal Danach kannst du ihn von oben benutzen Aber beim ersten Mal, wie es aussieht Musst du Von der anderen Seite von unten kommen So, mein lieber Schmied Michael Schmied Wie sieht's aus, Kollege? Er verkauft eine günstige Ritterseele Er verkauft das hier Er verkauft kleine Sterben für 100 Große Scherben für 50 Holy shit, ist das günstig Und das war's Ähm Das Geile bei ihm ist halt Wir können bei ihm vernünftig upgraden Weil bei dem können wir ja Waffen auf Plus 10 bringen, ne? Was mach ich da? Ich will ins Menü, ins Inventar Und dann können wir theoretisch den Rapier auf Plus 10 machen, I guess? Ich glaube der Kristallglut Wir können Kristallwaffen machen Jo, aber es geht Das ist der letzte Das ist jetzt der vierte Twitch-Account Weil ich ständig meine Passwörter vergesse Stark Oder geht das nicht, Chad? Kann man bei dem nicht Plus 10 Waffen machen? Ich dachte man konnte bei dem Waffen Plus 10 machen Geht gar nicht Scheiße Ja gut, dann Dann weiterhin alles scheiße Ne, Kristallwaffen sind nice Die sind recht stark Gehen halt schnell kaputt Aber sind super stark So, hier auf der anderen Seite War ich ja sonst schon Hat er hier schon alles weggelootet Alter, die geile Dex-Waffe Plus 5 Mit dem Minus-Damage Wuhuhu Scheiße Ich wurde weggeboxt Ich wurde weggeboxt Ob sie plus 5 ist Minus 5 Oder sonst was Macht kein Damage Ich bin gestorben Zweimal Besser als eine Armbrust oder Bogen Ja Ja, stimmt schon Ja, stimmt schon Ich kann damit wenigstens ein paar Gegner Zur Seite hauen Wenn sie im Weg stehen Das stimmt schon So, jetzt bitte nicht wieder einfach hier Den Sound hochlaufen Und wie geht's voran? Äh, ganz okay Ganz okidoki Da ist noch ein Item hinten Was ist mit dem Golem hier? Komm mal hier hin Nein Genau Wo mag ich meine Golems? Moin! Was ist jetzt von meinem brutalen Damage, Digga? Der spuckt nicht an Respektlos Der hat nicht Chat hat nicht schon Immer nur 3 Waffen Und nicht 4 Ich lerne so viel neu In Dark Souls Die Gießkanne Die 3 Waffen Chromsäbel Wee Die nächste Dexwaffe, oder? Nice Eine geile Dexwaffe Nee, Dominik Ist einfach nur Eine Nachricht im Chat Die allen Leuten sagt Dass man mehr Punkte bekommt Wenn man Einen höheren Zapp hat Das war's Oh Die andere Seite, Chat Jetzt haben wir beide Fahrstuhlräume gefunden Den Fahrstuhlraum von Ornstein Und den Fahrstuhlraum von Smog Smog Einfach Smog-Mog Jetzt haben wir beide Seiten gefunden Aber immer noch nicht den Bossraum Ich kotze Wusstet ihr, dass Smog-Mog rückwärts Cobra heißt? Ja So, wir können noch oben lang Hier noch Items looten Hier war ich nur Das ist eine Mimic Der sollte ein cooles Item dropen Vielleicht Ich hab ihn gleich, Chat Irgendjemand kommt da Auf den ich keine Lust habe Ja Ja, dann keine Mimic für mich, Chat Schade aber auch Äh, scheiße Hier ist eine Sackgasse Damage sind safe, ja Oh, der kommt da gar nicht durch Trottel Die droppen auch immer zu 100% drocken Irgendwie, ne Bei denen kannst du easy Brocken farmen Einfach 100% drop Jedes Mal Hab ihn gleich Chat, ich hab ihn gleich Er ist bei Hälfte Ich hasse Videospiele Mann Seine Animationen sind so dumm Er sieht nicht mal aus, als würde er mich angreifen Oh, dann ist dieser Ohrensohn noch vorne Entschuldigung Oh, ich weine Tränen Was? Woher kommt dieser Damage? Oh, er steckt seinen dicken, fetten, regierten Schwanz durch die Wand in mein Gesicht Okay, kann ich jetzt die dumme Scheißschnecke alleine machen? Kannst du bitte alleine kommen? Nein, geht nicht alleine Wer hat diese dummen Gegner ins Spiel gebracht? Die hier Wer zum Kick hat diese dummen Gegner ins Spiel gebracht? Hat sie jemand jemals geschafft zu töten? So, kein Spieler killt die doch, oder? Jeder Spieler rennt nur weiter Keiner kämpft gegen die Ich werde der erste Spieler sein Den tötet Oh mein Gott Ja, okay, der ist eine ganze Armee dahinter Ich bin ein weiterer Spieler, der einfach nur wegläuft Hast du wieder den Doppel-Damage-Ring an? Nee Das hat sich ja ein Auge überm Kopf Er hat mein Arschloch gespalten Das sind halt die DLC-Gegner Diese komischen DLC-Gegner Keine Ahnung, woher heute die kommen Aus welchem Arschloch die rausgekrochen kommen Keine Ahnung Aber die sind halt super stark Die sind auch in Vanilla Ultra stark Die machen so viel Damage Das ist insane Die sind so tanky Haben so viel Poise Und machen so viel kranken Damage Der Kettenmann kommt Ja Ich schaff die Schnecke nicht Wenn der Kettenmann da ist Und ich mach null Damage Um den Kettenmann zu besiegen Gibt's da noch ein Item? Gibt's kein Item Okay, jetzt bangen die aneinander fest Irgendwie Was willst du machen? Ja, was will man machen? Weglaufen Jetzt hab ich die scheiß Schlange getriggert Jetzt packt er mich ab Seitlich gebacksteppt Ich darf da nicht zu nah an die Wand rangehen Nicht, dass der Dark Wrave Dark Wrave Gepullt wird Ich hab keinen Magier dabei Der ihn sleepen kann Dann wipen wir So, was mach ich jetzt mit dem Dreh? Lass ich den einfach stehen Dann kommt er mit hoch Und oben könnte es zu gefährlich sein Wenn er oben ist Wow Mein Dreh ist nicht hier Wo ist mein Dreh? Was passiert da draußen? Scheiße, der kommt hinterher Gerade der Zeit Er ist hier Item Schnell Er schlägt Das ist ein Schock Perfekt vom Shortcut gestorben Aber Hauptsache Die Musik ist fröhlich Wuhu 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 Jo, ciao Andy Gute Nacht Dann laufe ich diesmal nicht runter Dann laufe ich hier rüber Weiß nicht, ob hier noch Items gab Ne, ne? Genau, man kommt ja nur hier zu der Treppe Äh, hier links und rechts War ich schon Ja, ich glaub wir sind an der London Durchchat Also bis auf die Stelle Wo Quelag ist Aber die ist ja jetzt Vielleicht tot Deshalb gehen wir jetzt In die Archive Und hoffen, dass Quelag tot ist Können da noch Zwei Items looten Und hoffen, dass da vielleicht was Interessantes liegt Ne, den Plinplinmon Ne, den Plinplinmon Plinplinmon Ah, ich kann nicht reden Plinplon, Plonman Hab ich so nicht getroffen Ne Äh, Archive Ja, geile Käsehobelhelm Schön aufpassen Nicht mit dem Finger dran kommen Tut B Oh, ne ist's doch Die Magie halt Ich will das mal Da hinten ist Knight im Chat Der ist ne Kiste, die hab ich nicht gelootet Die holen die gleich Kann ich denn, warte, wir holen die jetzt Überlebe ich das Gebt jetzt eure Wetten ab Werde ich wieder oben Lebend ankommen Okay, hier war der Gegner Der ist weg Der ist weg Okay, ich komm leben dann Glaub ich Bitte Wurfmesser und Stahl gemaschen Mh, schön dicke Hose Holder Holder Ja, easy Ich dachte, ich sterbe Ich dachte, der dicke Ritter hier Der rennt mir hinterher Hier stand vorher noch irgendwie ein Gegner Ich dachte, der rennt mir hinterher Die Skeletthunde Die haben ja hier die Archive irgendwie übernommen Es gibt irgendwie 50 Skeletthunde Die kommen ja gleich aus allen Ecken Spawnen aus den Wänden heraus Aus dem Boden Ja, hab ich Hubble Double Ja, das ist normal bei Twitch Wenn du Spiele ab 16 spielst Dann kriegst du immer so ne Warnung Und Dark Souls ist ab 16 Äh, ich bin dumm, oder? Ja, ich bin dumm Willst du das wirklich beantwortet haben? Ne, ich hab sie schon selbst beantwortet Dieser Stream hat es geht von Skeletthunde übernommen Wirklich Okay Weil ich muss ja Durch den Haupteingang Ich will ja wieder zurück nach Anolondo Zu dem Eingang von Anolondo Und um da hinzukommen Muss ich ja einfach nur Durch den Haupteingang wieder raus Und der ist ja hier unten Und da hinten ist der Moin Meister Skelettrund Nummer 1 Skelettritter Nummer 2 Magier gefährlich Tötig Vergiss du Ach du Scheiße Die Schnecke Wow Ha Shit, wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Verdammt Das sah gerade so aus Als wäre ich auf den Kopf Von der Muschel gesprungen Und die macht ihren Dingens auf Ihren Schnabel Und kaputiert Katapultiert mich nach oben So sah das gerade aus Das auch so passiert Ja in der Regel kann er das ja nicht machen Sondern Ich glaube man bouncet automatisch So ein bisschen von Gegnern ab Wenn man auf deren Kopf landet Und durch die Animation von ihm Sah das gleichzeitig so aus Als wäre dieser Abbounce Eigentlich nur gekommen Weil er seinen Schnabel aufgemacht hat So aber jetzt ist mein Du Du Fahrstuhl oben Jetzt müssen wir nur durchrennen Bei der Macht Des Käsehobels Der Cheddar wird gehobelt Der Gauder wird geschnibbelt Lang lebe der Käse Moin Moin Ich hasse ihn Ich hasse ihn sehr Backstabus 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 Kein Banditus Ich trau mich Ich renne einfach Wenn er mich jetzt von hinten anschießen wird Schon wieder Das ist so geil Da kamen Polizide angeflogen Irgendjemand fällt runter gleich oder? Keiner fällt runter? Okay nice Magst du KI gemachte Musik? Ich liebe KI gemachte Musik Ich liebe KI gemachte Bilder Ich liebe KI gemachten Content Weil dann können wir Menschen aufhören Content zu machen Und das Internet verlassen Und endlich ein normales Leben leben Weg von diesem Internet Das macht uns eh nur krank Und vergiftet uns Und wenn die KI eh das Internet übernimmt Und dann das Internet für uns Menschen quasi tot ist KI gemachte Streams please Gab Gibt's ja schon Gibt's schon Gab's schon Wir sind guckt Es ist vorbei Ein paar Jahre noch Dann gibt's kein Internet mehr Also schon gibt's dann Internet noch Aber Dann ist das Internet tot Besteht nur aus KI-Inhalt Dann müssen wir wieder rausgehen Irgendwie spazieren gehen Oder so Bücher lesen Nee du bleibst hier Quilaji ist wirklich runtergefallen Geh doch wenigstens Bonfire Du denkst du bist smart Aber das Bonfire funktioniert nicht Ich bin dir einen Schritt voraus Dann gab's hier doch nur ein Item Ich dachte es waren sich zwei Welches Talisman Schädellaterne Schädellaterne Hast du den NPC getötet? Nee aber der ist gar grot Weil Gwindolin tot ist Chat mit der Schädellaterne Ach die wird gar nicht automatisch ausgerüstet Weil ich den Zweig als zweites bekommen habe Schade Ich wollte sagen Damit können wir den Secret Raum öffnen im DLC Da ist ja auch ein Item Tja Was machen wir jetzt? Kannst du ins Gemälde Ich komm nicht in den Raum Um in das Gemälde zu gehen Aber du kannst ja nicht garantieren Noch eine Laterne zu kriegen Rüsst du doch einfach aus Oder? Ja solange es nicht zwingend notwendig ist Warum nicht? Weil Ich da nicht hin kann Wegen dem Randomizer Ich hab noch keine Nebelwand gefunden Die mich da hinführt Deshalb ja Wo kämen wir noch hin? Wo hätten wir noch Nebelwände? Kann man von hier aus nicht rüber laufen? Nö Um von hier aus rüber zu gehen Brauche ich den Fahrstuhl Der ist aber noch nicht aktiviert Und um von oben rein zu kommen Ist da eine Nebelwand Die mich wegportet Secret Raum bei DLC Bei den Pharoos Manus Im Abyss Oder welchen Da gibt es einen Secret Raum Der sich nur mit Licht öffnet Mit einer Lichtquelle öffnet Und dann Kriegst du dort Den Talisman Um Manus zu schwächen Weg zum DLC Hab ich versucht Ja Ist nicht Gerandomized Wo ist da eine Nebelwand? Wenn du über die Über die Decke rüber gehst Und dann Quasi in den Turm gehst Wo der Hebel ist Da ist eine Nebelwand Also da drin oben Ist eine Nebelwand Das Spiel ist gerade so kompliziert Ich weiß nicht mal Wie du alle Nebelwände merkst Ja ich gehe im Kopf durch Die Nebelwände Und dann denke ich mir War ich da schon? War ich da nicht? War ich da schon? War ich da nicht? War ich da nicht? War ich da nicht? Wo fehlt uns noch eine Nebelwand? Wo war ich noch nie? Nee Nee Listen machen ist doof Das ist nervig Dann sitze ich die ganze Zeit nur Und gucke mir ständig eine TXT an Denken macht mehr Spaß Aber man kann sich doch Vom oben im Gemälde Raum Runter droppen lassen Für das Gemälde Loading Gate Ich muss doch das Mit dem Gemälde interagieren Und ich kann auch Mit dem Gemälde eh nicht interagieren Weil ich gar keine Puppe gefunden habe Mir fehlt ja das Item Um mit dem Gemälde zu interagieren So oder so Auch wenn ich ins Gemälde Raum komme Wo fehlt mir noch was? Ich war schon bei Pinwheel Bin schon hochgelaufen Warst du schon in dem Raum Wo man die Puppe normalerweise findet? Ja Hmm 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 Aber kannst du nicht Wenn du vom Schmied aus Zum Aufzug gehst Da dich Dich da doppelt lassen? Wo soll ich mich droppen lassen? Bei welchem Schmied soll ich mich wo droppen lassen? Und wofür soll mich das hinführen? Klon dich Zu dem Aufzug Ich muss Damit der Aufzug funktioniert Muss ich von da unten Muss ich von da oben kommen Ich muss da oben rauskommen Damit der Aufzug funktioniert Solange ich da oben nicht rausgekommen bin Wird er weder von dieser Seite funktionieren Noch von der anderen Seite funktionieren Ich muss da oben sein Und dann kommt er Und drüberjumpen geht nicht Also ich meine Ich kann es probieren Aber wäre mir neu Dass man Einfach auf den Fahrstuhl springen kann Vom oberen Teil Solltest du das nicht überleben Nein Also von hier aus komme ich definitiv nicht ran Aber ich meine von der anderen Seite Auf der Gegenüberseite Ist da die Das Ding näher dran Dass man rüber springen kann Ich glaube nicht Ich meine wir können es schauen Aber ich glaube nicht Dass das möglich ist Bin hier relativ sicher Dass er Fallschaden nicht keilt Ja ich bin mir eigentlich auch Ziemlich sicher Dass man da nicht rüberkommt Aber bevor wir das machen Ich check nochmal was die Nebelwand hier oben war Wo hat mich die Nebelwand hier nochmal hingebracht Das war eine recht early Nebelwand Da waren wir recht früh im Spiel Da Ich weiß nicht mehr was das war Nee ich hab den Katzen drin nicht Schaut ich das? Ich schaff das nicht Ist auch egal In der Thiefboss Arena waren wir auch noch gar nicht Wo gibt es ja noch Nebelwände Die ich nicht habe Wo gibt es noch Nebelwände Wo ich noch nie war Mit dem Sarg bin ich auch schon gefahren Also an sich habe ich noch ein paar Spots Wo es Items gibt Die wir noch looten können Aber mich macht es fertig Dass mir keine Nebelwände mehr einfallen Weil auch wenn ich jetzt Items Weiter hingehe und loote Die werden mich ja nicht Weiter bringen Ja da war ich schon bei Magier Ich hab den schon befreit Eventuell ist Dark Seons Ring der Key Boah Stimmt Boah was ist wenn der wirklich dann Key ist Boah das wäre ja katastrophal Scheiße Boah das wäre ja richtig kacke Der kann ja überall sein Der kann ja überall sein Irgendwo in der Ecke oder so Habe ich ein Item oder so Vielleicht liegen gelassen Und das ist der Ring Das wäre ja mega scheiße Wenn wirklich dann am Ende Alles nur auf diesen Ring hinausläuft Das wäre crazy unlucky Beim Riesenschmitt eine Kiste Da gibt es eine Kiste So kam ich hier hin Hinterm Schmied echt Lass mich mal hier Ne warte wir wollen es bei dem nächsten Mehr ist das Der Falken Ring Boah das wäre ja wirklich crazy unlucky Wenn alles nur auf diesen Seons Ring hinausläuft Das heißt ich muss wirklich jetzt rumlaufen und Items suchen Aber Kann sich noch jemand erinnern wie ich In den Raum gekommen bin Wo man einen Seons Ring braucht Was war das nochmal für ein Ring Es gibt in Anolondo eine Wand Die geht entweder auf Wenn du einen bestimmten NPC getötet hast Oder einen Ring hast Und zu dem NPC komme ich nicht Und den Ring habe ich nicht gefunden Äh das ist ein Persona Song Aber die Version ist aus Smash Area of the Soul Aus Smash Genau die Wand zu Gwindolin Nein ich wollte mir erst das machen Die Wand zu Gwindolini Es gab aber nicht irgendwie einen Ort In Dark Souls 1 Wo Irgendwie alle Items landen Von toten NPCs oder so Oder NPCs die man verpasst hat Nee ne Kanalisation Bleitorn war ich schon Ich war eigentlich in jedem Gebiet schon Aber teilweise in den Gebieten nicht unbedingt ganz Weil mir da kleine Abschnitte fehlen wegen Nebelwände Wichtige Items landen bei der Schlange Bei der Kiste So Key Items Vielleicht ist da was gespawnt Aber ich denke nicht dass so ein Seons Ring ein Key Item ist Weil vielleicht spawnt ja ein Äh Droppt ein NPC irgendwas Zum Beispiel sowas wie der Leeroy oder so Der jetzt nicht mehr kommen kann Weil ich Nito getötet habe Jaaa Was ist das für ein Overkill Kannst du eigentlich noch Gwinnewehr schlagen Wenn du Gwindolin schon besiegt hast Ja das Ding ist ja Ich habe zwar Gwindolin getötet Aber Anolondo Ist nicht in Dunkelheit gewinnt Das heißt Gewinnewehr ist noch da Mein momentanes Set ist scheiße Normalerweise bekommt man in der Kiste den Abyss oder Lava Ring Wenn man sie abwirft Ja die habe ich beide Das Seons Ring denke ich mal nicht Dass er dazu zählt Weil der braucht ja nicht um das Spiel durchzuspielen Okay Jungs Das Mann ey Ey das Weil mir fällt halt kein Nebelwand mehr ein Außer die oben in Anolondo Zu der ich nicht hinkomme Weil ich diesen scheiß Ring nicht habe Und es kann doch nicht sein Dass wirklich alles danach Da Da Gelockt ist dahinter Das wäre ja crazy Ach komm schon Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da war auch irgendwo eine rote Scholle versteckt Glaube ich unten in dem Loch Die war ein bisschen trickier zu bekommen Weißt du in den Tiefen da wo unten die ganze Fluchviecher sind Ist noch ein oder andere Nebelwand Ist noch ein oder andere Nebelwand In den Tiefen wo die ganzen Fluchviecher sind Da ist eine Nebelwand Also ich war bei Capra bei der Nebelwand Oben bei der Nebelwand Dazwischen ist eine Nebelwand Wo ja der Magier ist Bei der war ich Aber ganz unten Bei denen wo die Fluch spammen Da ist eine Nebelwand gewesen Äh Neulondo kann ich nicht machen Weil ich komme nicht in den Teil Wo ich Wasser abdrehen kann Ja da wo der Magier ist Da die Nebelwand hatte ich Ich glaube mehr Nebelwände gab es da nicht Junge der Stich Weißer Brocken Getot Dieser Hammertyp ne Junge die haben alle drei Leider gerade angegriffen Und alle drei in verschiedenen Äh Intervallen Intervallen Ey äh ich bin die ganze Zeit am denken Ich gehe die ganze Zeit Gerade das ganze Spiel durch In meinem Kopf Ne Und ich finde keine Nebelwände Ich meine Wo könnte ich theoretisch Wenn ich den Seance Ring finde Und ich schaffe es dann Nach oben nach Onderlande zu fahren Dann kriegen wir ja Dann kriegen wir zwei neue Nebelwände Das wäre Weil wir hätten dann eine Nebelwand Quasi der Teleport Wegen dem Bild Auch wenn ich das Item dafür noch nicht habe Und natürlich ganz oben in Neulondo Über dem Fahrstuhl Wir hätten hier jetzt zwei Nebelwände Wo könnten die mich hinführen Wenn die eine Nebelwand davon mich zu Neulondo führt Dann haben wir wieder sehr viele neue Möglichkeiten Dann können wir Wasser abdrehen Und dann hätten wir da mehrere Möglichkeiten gehabt Ja stimmt In der Arena von Onstein und Smao sind ja auch mehrere Da drin sind ja auch mehrere Da ist glaube ich Das ist glaube ich die rote Scholle, oder? Aber ich glaube ich muss Irgendwie von unten oder so glaube ich kommen Dahinter Da hinten Rüberjumpen geht nicht Habe ich schon letztes Mal probiert Oh Junge Der ist hier Geh weg Das ist eine Kiste Sionsring Abfahrt Göttliche Glut Der hat so eine komische Nebelwände Glaub ich hier bin ich richtig So Dunkle Glut Hey Ich finde alle Gluten in diesem Spiel Nur nicht die wichtigen Ich habe immer noch keine große Glut Und ich habe immer noch keine Riesenglut Das kann doch nicht sein Ich finde jede Okay mit Lost Ice Lift bin ich fertig Ja wir können jetzt mit der Laterne Muss jetzt wieder cheaten Äh aber ich kenne den Weg dahin nicht Chat Wo ist dieser geheime Weg Geheime Geheime Tür Ich helfe dir Okay Schieß los Sag schneller Ich werde angegriffen Halte dich rechts von den Dächern Das war doch irgendwo unten Irgendwo in diesen Häusern war das Aber ich weiß nicht wo Aber ich weiß nicht wo Genau da runter Wie sieht denn der Schmutzraum aus Brocken Gib mir den Brocken Das Krumsäbel ballert aber auch gut rein Ist das das Geräusch War das vielleicht sogar schon da wo du gerade warst Ich muss nur die Lampe hoch halten Hier Sjonsring Let's go Käfigschlüssel Lol Wir können Logan befreien Er ist actually on the bed Wir können doch Der hat dann auch ein paar Items Zum verkaufen Aber ich weiß nicht wie smart ich für ihn sein muss Damit er mir was verkauft Ist er nicht inzwischen tot Ist er das Wann stirbt der Bis wann muss ich ihn befreit haben Ich weiß nicht wie Ich weiß nicht wie Dichtere Ich weiß nicht wie Ich weiß nicht wie Aschloch. Weggezogen. Wenn du den Riesentürschlüssel hast, kannst du ihn zweimal befreien. Und der hat zwei verschiedene Shops. Also unten im Gefängnis war er nicht. Also in den Archiven. Da war er nicht. Ich glaube, da geht er ja nur hin, wenn du hier mit ihm redest vorher, oder? Die Tür ist wieder, die Wand ist wieder zu. Ich muss wieder von oben kommen. Nein, ich probiere nicht mit dem Glitch. Weil der nicht funktioniert. Boah, crazy, dass ich jetzt so stuck bin. Und dann muss man dann nochton. Stich Okay, der ist voll gut Der ist voll stark Aber ich weiß, wo sein Arschloch ist Ich muss gar keine Glitches machen Du weißt, ich habe mein Schwert in seinen Arsch gesteckt Und dann ist er gestorben Ich kenne seine Schwachstelle Laut Google Logans erste Shop ab 15 Int Und den zweiten macht er dann so 15 Ich bin dumm, ich habe keine 15 Int Wasamos usem usem at usm ich hab 10 int ich hab 10 int, damit ich ich hab mittlerweile 12 int trage ich irgendeine Rüstung wir müssen 3 level leveln gleich in int moooin altes Haus grüß dich ist da noch Platz hey no go, was geht ab genau, ihn steht für internets so, da sitzt er hab ich genug Seelen für 3 level wir lassen es uns herausfinden ansonsten kann ich noch runter zu Framed und da noch ein paar Seelen schießen hey Lundberg wir können auch einmal Abfall wegbringen bei Snuggie oder wie die Eule äh, wie die Krähe heißt ich hab ein Apfel ein, ein Apfel Apfel ich check nochmal kurz vielleicht geht's auch ab 14 ja, ich bin dumm ist okay respektlos ähm die Kiste hinten ist leer so, wir schießen kurz so, wir schießen kurz da, 10.000 wenn man irgendwie äh, wenn man sich hier wenn man sich hier das erste Mal wenn man zum ersten Mal hier runterspringt dann kriegt man hier 10k wenn man sich nur hinsetzt und wieder aufsteht kriegt man nur 4k ich weiß nicht, was schneller ist immer den Weg hier runter zu laufen oder einfach sich hinzusetzen und aufzustehen hey, der wahre Zippi was geht ab, man mag den Cheat ist ein guter Cheat bist du jetzt immer nur ein YouTube-Normie jetzt bist du ein cooler Twitchler so, 15 Intelligenz wieso bekommst du viele Seelen ja, wegen einem Randomizer hinter der Tür sind ja immer so so eine Geisterwelt wo so Geister, Ritter laufen und die werden gerandomized zu irgendwelchen Gegnern die dann nicht die Geistertreppe benutzen können sondern runterfallen und dann sterben sie direkt und ich krieg Seelen so, Schmutz 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 Schade so äh Chat wann geht er hier weg musste man bei ihm hier alles nee, nicht hier wann geht er weg wie läuft seine Quest jetzt weiter muss ich dafür muss ich dafür ins Gefängnis weil er geht hier gar nicht weg wenn ich mich hinsetze ja, aber ab wann ist er in den Archiven er ist ja immer noch hier darf ich dir ein Game vorschlagen zum Zocken schieß los der muss ja erst hier weggehen damit er in den Archiven ist Skrull wird vergangen ja, das wollte ich heute streamen hatte ich ja sehr lange auf der Wishlist gehabt wenn du eine du kommst aus dem Gefängnis freie Karte hast hast du nichts zu befürchten ja, aber ich will dass er ins Gefängnis geht ich hab nichts im Gefängnis zu befürchten aber er Daxus 2 Rendo geht nicht je nachdem machen wir 3 ich weiß ja nicht welche Trigger welche Trigger gemacht werden ich glaub man muss Ornstein und Small vielleicht besiegen mit Gewinn im Bär reden damit er hier weg geht ja, ich kann mich rüberporten reinigen mal schauen der Riesenspiegel geht mir gleich ab aber der müsste ja zuerst im Gefängnis sein ne und nicht direkt schon hier ne er muss erst im Gefängnis sein dann befreit man ihn dort und dann geht er nach hier hin aber halt unten ist der Raum auch schon offen eigentlich wahrscheinlich muss ich runter mit ihm dort reden wenn er dort ist bevor ich hochgehe zum Gefängnis guck ich mal ob er jetzt weg ist ja der zweite ist auch sehr nice aber es gibt halt dafür nicht so viel randomizer Support mein Boy ist auch hier weg ist die ist jetzt unten schon äh Dingens da die Quelana ist die ist Quelana schon unten da in dem Blythorn die hätte dann auch Items war das mit Quelana nicht irgendwie etwas kompliziert ja ich weiß es auch nicht ne ich glaube ich glaube die kommt nur wenn du die äh Faust äh abgegradet hast die Flammenfaust ich glaube nur dann kommt sie oder ja genau bei Flammen plus 10 irgendwie sowas genau das hat nichts mit Progress zu tun man muss die Flammen upgraden aber der Typ ist halt jetzt weg wo ist denn der Typ dann jetzt wenn er hier vom Bonfire abhaut äh vom Feuerbahnschrein abhaut wo geht er hin Meckes ja da hab ich noch keine Nebelwände Scheiße 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 falsche Zeitung ich weiß auf jeden Fall wo wir noch zwei Items haben die ich liegen gelassen hatte weil ich keinen Bock hatte sie zu looten da gehen wir jetzt hin und zwar den Baum runter Richtung Leere da gab es noch zwei Items die ich nicht looten konnte weil ich immer die ganze Zeit gestorben bin mega geiles Video mit der Pfanne das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit der Pfanne war schon sehr funny wer dann erkannt falls extra recht nicht mehr was bei dir spawn weil es extra recht hat bei dir spawn ach nicht mehr bei dir spawn Leute sorry ja ja genau weil ich glaube wenn du die Waffe nicht wenn du die Faust nicht geupgradet hast bevor du ähm Bed of Chaos tötest dann kommt sie nicht mehr dann hast du verkackt ach du Scheiße ey das war's mit der coolen Rolle ich hab wieder Fat Roll wuhu ach komm fick mich doch diese dumme Hunde in diesem Spiel okay wir gehen ähm woanders hin wir gehen zum Schmied die Kiste bei ihm looten Junge war da gerade der Pipe Drop Sound irgendwas ist hier in den Archiven umgekippt warum tust du dir das eigentlich an äh weil mir das sehr viel Spaß macht ich liebe es mich in Dark Souls zu challengen Ladviki musst du in einen Raum gehen in dem man Sieve zum ersten Mal trifft mit Logan in der Zelle ist damit Logan in der Zelle ist ja war ich ja schon also stehst du auf Schmerzen nee ich hab dabei keine Schmerzen ich hab Spaß unsere Definition von Schmerz ist eine andere ähm so spawnt der Taurus Dämon neu wenn's Taurus Dämon neu spawnt dann wein ich Krokodilstränen Tauri ich glaub Tauri respawnt nicht nice wir können zum Schmied gehen wieso bin ich diesen Weg zum Schmied gegangen ich bin so dumm jetzt muss ich kämpfen nein ich krieg nicht mal den okay wenn ich schon mal hier bin ich hab keine Ahnung wieso Clips getimeredet werden man kommt hier doch runter Draghi du miese Sau du bist schuld ich bin schuld ja wie der Draghi ja weil ich gesagt habe man kommt hier nicht drunter und Draghi hat gesagt ja das stimmt man kann da nicht runter und dann war es für mich gegessen Dominik hatte von Anfang an recht ja 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 ich hab's selbst gesagt aber du hast es bestätigt und durch diese Bestätigung habe ich mich in meiner in meiner Falschaussage noch weiterhin bestätigt gefühlt also verschiebe ich meine Schuld auf dich ich hasse diese Hunde ich hätte Hunden das Bonfire holen sollen diese Dreckigen wieso gibt es diese Hunde so viele boah dieses Schild dieses Schild macht mir jetzt alles wirklich so kaputt dieses dumme Schild ne ich hab die Puppe noch nicht äh kannst du den YouTube Normie mal die Emojis erklären ich bin Rentner und kenn mich nicht aus äh es gibt so ne extra so ne App 7TV für deinen Browser äh die brauchst du um mehr Emotes zu sehen ne du musst ausrufezeichen Emotes machen äh es ist ne Browser App damit ähm siehst du mehr Emotes und so das ist generell so ein Twitch Ding also die so gut wie alle Twitch Streamer benutzen erweiterte Emotes die du nur damit sehen kannst das ist aber die Kiste meint ihr dir ne was ist hier Vanilla drin in der Kiste und wie komme ich da dran der Falkenring stimmt okay Pyromancy Feuerpleicher ja da ist ne Kiste wusste ich auch nicht oder hab's verdrängt so so ich hol jetzt mal das Bonnfeil Junge dieses Schild wegen diesem scheiß Schild ne bin ich jetzt so arsch langsam die ganze Zeit das war die falsche Richtung ja fühle ich Draghi genau das genau das so haltet euch fest Chat der Seance Ring liegt genau da und dann bringt er mir gar nichts mehr gar nichts mehr gar nichts mehr Lederschild nice oh zum Glück muss ich nicht so lange mit dem riesigen Schild spielen sehr sehr nice okay das ist glaube ich auch ein Bonfire zu dem man sich teleportieren kann oder glaube ich vielleicht mal schauen glaube ja ich muss noch die Hose loswerden die ist auch noch glaube ich recht schwer das ist in so eine Stallgemaschen wir haben vielleicht schon 11 Uhr ich dachte ich bin heute easy durch ja scheiße da wird das Gemälde ne aber wir können mal oben die Nebelwand testen ist auch das Interesse wo ich rauskomme unten sind halt noch ein paar Items da könnte vielleicht was cooles liegen und die den Teleport zum durch das Nebel ne nicht durch das Nebel durch die durch das Gemälde kann ich nicht machen weil mir fehlt noch die Puppe ich muss noch irgendwo dringend diese Scheißpuppe finden ohhhh no way es ist Ziege und der Stray Demon oh Explosion kommt das ist eine sehr ekelau oh oh er damaged Smoke äh damaged äh Ornstein das ist sehr nice hey wie lustig das auch ist Chat dass das so gerandomized ist dass wirklich der eine groß und fette ist und der andere klein und dünn hä wie lustig ist das denn hast du uns denn jetzt klein und dünn betitelt ja also im Gegensatz zu Smoke ja wenn du die hast müssten wir wie viele Nebelwände haben zwei die zum anderen Fahrstuhl und die raus aus dem Boss ja ich weiß nicht was zweite Phase wird zweite Phase könnte richtig richtig schmerzhaft sein ich glaube ich sollte eigentlich in zwei in zwanzig erst nicht machen zweite Phase könnte richtig richtig schlimm sein zweite Phase gewinnen Junge jedes Mal wenn ich sterbe muss ich das hier machen immer wieder mit dem Fahrstuhl das ist sehr nice dass er ihn töten kann das ist sehr nice weil die Combo wäre sonst ziemlich ekelhaft der 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 während er die ganze Zeit in Explosionen spammt müsste ich mich halt irgendwie im Nahkampf gegen eine Ziege werden das wäre echt ätzend das wäre echt ätzend so er ist weg zweite Phase oh nein so jetzt frage ich mich kommt jetzt ein anderer Boss oder wird er jetzt noch größer das heißt theoretisch wenn ich jetzt andersrum töte könnte ich gleich einen anderen Boss bekommen lol er wird einfach zu Fire Sage hey wie funny ist das denn hey wie funny ist das denn das ist ja viel zu cool die kann aus dem wie Exprosionen Damage ist auch viel zu solide Dafür, dass es eine Dex-Waffe ist Die nur plus 5 ist Das ist viel zu solide Ja, der leuchtet so schön hier in der Halle, ne? Sieht voll nice aus Exo-Pro schon! Exo-Pro schon! Boah, ich krieg den Seance-Ring jetzt! Drecks Game Drecks Randomizer So, ähm Jetzt können wir auch easy zu Gwenewehr hochfahren Ähm Checken wir mal die Nebelwand ab Oh mein Gott, wir sind in Rolando Wir sind auf der anderen Seite Okay, jetzt, Chat Jetzt, jetzt rushe ich durch Jetzt rushe ich durch das Spiel durch Oh Gott Genau, big time rush kommt jetzt Schauen wir mal kurz, was hier ist Oh 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 Hab's nicht mal ein Icon? Irgendwo ist er so drinnen Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel hierfür habe Ne, von der Seite kann man das nicht mehr aufmachen Ciao Ciao So Wie viel brauche ich für ein Level Up? Ich glaube 3K oder 4K mehr, glaube ich 4.000 mehr Geil, Mann Einfach geil Einfach geil, Chat Einfach geil Wir gehen nochmal kurz in den Gemälderaum Die Items dort abluten, bevor ich nach Rolando gehe Vielleicht finden wir da noch eine geile Waffe Jo, gute Nacht, Erik Geil, Mann Geil Ja, aber er ist verschüttet Ich bin nass Jo, Jules, gute Nacht Ja, es wäre echt interessant gewesen Was passiert wäre, hätte ich den Sage zuerst getötet Äh, den Stray Demon Was wäre anstatt der Ziege gewesen, ne? Und ich frage mich, ob das nur Zufall ist Mit dem Fire Sage Also, dass aus dem Sage ein Fire Sage geworden ist Ist das nur zu Krasser Zufall gewesen? Oder ist es im Randomizer so Dass da nur irgendein Boss kommt Der noch eine andere Version hat Oder so Ob das so irgendwie geregelt ist im Randomizer Ja, es hat viel zu gut gepasst Viel zu lustig Allein schon die erste Phase war auch schon viel zu gut Keine Ausdauung Boah, was ist dieser Raum hier? Hab hier echt so viele Gemäldehüter in dem Raum? Ja, natürlich kommt Der wieder Dieser scheiß Kettenbeginn Äh, falsches Item Doro kommt Ah, renn Eingeschissen Wäre aber sehr schwer gewesen Weil das Stray Demon den anderen ziemlich schnell tötet Ja, ich hätte irgendwie Ne Waffe haben müssen Die schon sehr gut gelevelt ist Capra wäre bestimmt zu Gwynn geworden Ich kann mir gut vorstellen Dass das Gemälde Ähm Auch kein Gerandomizer Port ist Dass ich beim Gemälde auch einfach nur In die Gemäldewelt komme Kann ich mir sehr gut vorstellen Z.B. wie beim DLC war es ja auch so Dass es kein Gerandomizer Port ist Ohrnsteinshelm Roll So Dann lasst uns jetzt Nach Neulondo gehen Wie läuft's? Sehr geil Sehr geil Ich habe gerade Gerade Nach langer Zeit Etwas Endlich erreicht Äh Warte Was ich nochmal Testen wollte Chat Ist Hier einmal Zurück zu gehen Dann gehen wir mal kurz Abfall abgeben An unsere Lieblingskrähe Ehm Keine Ahnung Was ich zum ersten Mal gezockt habe 2013 oder so Vielleicht 12 Keine Ahnung Wann kam das Spiel raus? Ja da habe ich so ein Jahr Ein, zwei Jahre später gespielt So Dann legen wir hier Müll hin Dann loggen wir uns kurz aus Muss man sich dafür ausloggen? Ich bin mir gar nicht sicher Ich glaube doch Man muss sich ausloggen Okay Hat sich nicht gelohnt leider Also du kennst noch FPS Drops in Blightdown Dafür Müsste man Eine Mod entwickeln Äh Ja ich habe mit Damals mit der DS Fix Mod gespielt Aber nicht wegen Den Frame Drops Sondern eher Wegen Generell 60 Frames So Jetzt können wir hier hoch Zuge Wie ne wer Was schenkt sie uns jetzt Chat Anstelle des Der Lord Vessel Andere? Ich dachte es geht nur hauptsächlich Äh Abfall Was kann ich da noch tauschen? Hier gab es keine Items Ne? Jetzt für den Mod so eingestellt Dass du mehr Seelen bekommst? Ne So my girl Oh mein Gott Sind das gigantische Beine Was gibt sie mir? Sie gibt mir gar nichts Chat Chlorantiering Nice Okay Ähm Ich will dass sie sich auf mich setzt Äh Free Äh Chat Wenn ich sie töte Kann ich dieses Bonfire hier benutzen? Glaub nicht Ne Okay Dann lassen wir noch am Leben Weil ich glaube sie droppt ja auch In die Menschlichkeit oder so Ne Die dann jetzt in dem Fall Da keine Menschlichkeit ist Sondern was anderes I guess Scheiß Ich hätte mir mehr erstes machen müssen Machen wir hier auf den Shortcut So Habe ich fast getötet Die Sau Ein Kettenbrecher Nice Neue Waffe Kein Damage Let's go Ja ist geil Dass ich eigentlich nur noch Dex Waffen heute bekomme Oder? Wir hatten heute eine Stärke Waffe gehabt Ansonsten nur Dex 11 11 11 Und der lässt mich nicht durch Jetzt geht's an Jetzt kommt True Damage 20 Was haltet ihr davon? Das ist crazy, ne? Grenzen Cheating Würde ich auch sagen Aber man muss halt In einem Randomizer Halt alles benutzen Was man kriegt, ne? Auch Cheats Oh mein Gott Ich fresse gleich meine eigene Scheiße Kann der irgendwie weg? Kann ich irgendwie seitlich Vorbei Hast du keine Bombe? Meinst du Er platzt dann mit einer Bombe? Er explodiert dann einfach In Stücke One Hit Man kann doch seitlich Man kann doch seitlich laufen Macht mehr Damage Ja ich hab eine Bombe Die werfe ich Die macht anstelle von 20 Damage Wird sie 43 Damage machen Und dann hat er immer noch 5000 Leben Wenn die genau 43 Macht Macht 5 Gifted Subs Okay 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 machen wir Deal Okay chemin Die Willst du rauf upgraden? Also wenn ihr schon länger nicht mehr mit diesem Randomizer dabei wart, ähm, ich bin so gut wie fertig mit dem Randomizer und ich kann meine Waffen immer noch nur plus 5 machen. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja, was der Zwischenstand so ist. So, ich hab genau eine Bombe. Wo ist die? Wo ist die scheiß Bombe? Meine Bombe ist weg. Ich hatte doch eine Bombe gehabt, Chat. Hä? Hä, die ist weg? Hä? Ich hab doch heute reingeschaut, Chat. Und ich hatte über den Wurfmessern eine Bombe gehabt. Wo ist die hin? Stimmt, ich hab das auf die Scheinwand geworfen. Ah, okay. Keine 5 Subs für mich. Weil irgendjemand meinte, wirf mal die Bombe, vielleicht geht da durch die Wand kaputt. Ist ja nicht. Ciao. Loser. Oh mein Gott, schon wieder ein Hund. Tron gibt trotzdem 5 Subs. Vielen, vielen Dank, Tron. Dankeschön. Kuss. Du schuldest uns 5 Subs. Ja, Tron hat das für mich übernommen. Er hat die Schulden eingelöst. Für mich. Ich hab keine Ahnung, wo ich Bomben finde. So, wie machen wir das mit nem Hund? Gar nicht, oder? Lass uns den Hund skippen, Chat. Ah! Und bei ein Apple-Kuhn, dankeschön. Dann gibt's jetzt ab. Den Skip merk ich mir. Schnauze. Wo ist der Bombenmarkt? Wo ist die Nebelwand, die mich zum Bombenmarkt führt? Der Gewinn. Ah, okay. Der kann ich noch nicht hin. Glaubst du hier noch irgendwie Items? Nee. Nee. Komm ich überhaupt hier hoch? Bin ich jetzt hier gefangen? Ist das gar nicht mal so ein cooler Skip, wie ich dachte? Ja gut. Ich dachte, ich kann hier... Ich kann da einfach hoch. Naja. So, was mach ich jetzt mit dem Hund? Okay, Bombe-Kombo. Happy Feed. Ey komm, das kann doch nicht sein, wie ich runterrutsche. Jo, gute Nacht Furiko. Furkyo. Ja, wie komm ich da jetzt dann durch? Wahrscheinlich nur, wenn ich die Gegner töte, ne? Mit der Hilfe von Mr. Saxo Beat. Es hätte auch schlimmer sein können, ja? Und da hinten hätten Gegner stehen können, die mich die ganze Zeit anschießen. Aber wir haben Glück. Jetzt fall doch runter. Aber ich glaub, den Golem kann man skippen. Ich glaub, der kommt nicht hinterher. Der kommt hier an den Dinger nicht vorbei. Dann muss ich nur ihn töten. Ich mach bei ihm 17. Jetzt. Jetzt schnell. Jetzt schnell. Schnell. Wo-we-ga-bu-ba-di-ga-ga-bu-ba-di-du-ba-ba-du-ba. Easy game. So. Dann sterbe ich hier mal kurz. Nicht. Da ist euch kurz mal das Herz in die Hose gerutscht, oder? Seltener Ring der Opferung. Passt zu mir. Ich bin ein Opfer. So. In dem Gebäude gibt es auf jeden Fall einiges zu nennen. noch zu suchen. Zu finden. Und oben haben wir einen NPC. Der ist auch wichtig. Äh. Taurus ist als normale Gegner schon aufgetaucht, ja. Boah, geil. Boah, geil, ey. Was ein Drip. Was ein Drivey. Yo, Angel. Gute Nacht. Ciao, ciao. Wie viel wiegt dein Outfit wert? Alles. Alles. Was du dir jemals vorstellen könntest. So. Da können wir runter. Ein bisschen looten. Dies, das. Bonfire gibt es hier ja nicht, ne? Oh nein, der fällt nicht runter. Ey, warte auf mich. Ich wollte mitkommen. Also an sich kann ich jetzt easy zur Nebelwand direkt durch. War irgendwie cute, ja. Theoretisch kann ich jetzt easy zur Nebelwand durch. Und die ganzen Items skippen. So nicht. Ich zeig euch einmal kurz, wie es nicht geht. Und wisst jetzt Bescheid. Wenn ihr das so macht, dann rutscht ihr runter und dann ist vorbei. Das ist nicht richtig. Jetzt zeig ich euch das, wie das geht. Was ist das für Phantasialandmusik, Alter? Apropos AR Tonnelikio Melody of Elemia. Wo ist eigentlich Venox? Letzte, was ich mir von ihm mitbekommen hatte, dass er irgendein geiles Date hatte. Dass er ein geiles Date hatte und das Date war geil. Date fand ihn geil. Und seitdem ist er verschwunden. Die Liebe hat ihn abgeholt. Wir können auch einfach die Leiter hier nutzen. So benutzt man Leitern. So, dann jumpen wir hier runter. Dann jumpen wir hier runter. Looten das einmal hier. Und dann rennen wir hier hoch. Skied gerade, okay? Könnt ihr so auf YouTube hochladen. Dann rennt ihr hier hoch. Und hier links rein. Und dann ist hier eine Nebelwand. Die normalerweise ihr einfach betreten könnt. Aber wenn ihr einen dreckigen Seed in einem dreckigen Randomizer spielt. Chat, irgendjemand Großes ist gestorben. Habt ihr das gehört? Irgendjemand Großes ist gestorben. Logans Beschleuniger, Alter. Ja, wie mach ich das jetzt? Ich müsste die eigentlich alle töten. Das ist der schlimmste Gegner, der da stehen könnte, ne? Da können halt so viele verschiedene Gegner stehen, die nicht stören würden. Und er steht da. Gut, brech mir den Guide ab. Ich mach halt auch gar kein Damage. Das lohnt sich niemals zu kämpfen, ne? So wenig Damage wie ich mache. Geile Hose. Das ist eine Nebelwand, Chat. Stimmt. Junge. Den Rapier so tief in sein Arschloch geschoben, sogar die ganze Faust ging noch mit rein. Heiß. Äh, gab's hier nicht draußen noch irgendein Brunnen, wo ein Item so am Rand lag? Das war erst nach der Nebelwand. Oder war das erst nach der Nebelwand? Das war erst nach der Nebelwand. Ja, dann checken wir mal ab, was das für eine Nebelwand ist. Die führt mich in, ich predicte, Capra Demon. Let's go. Caprius Damenon. Boah! ist ja nicht unbedingt ein guter Raum, um gegen Kwelak zu kämpfen. Aber ey. Wird schon, oder? Mein Damage Ist gigantrös scheiße Kann ich kurz hier durch? Sie macht die Explosion Der Stich kommt hier durch Okay, Plunging Attack 74 Ich könnte noch meine Waffe mit Feuer buffen Damit ich noch weniger mache Ja, ähm Also es gibt auf jeden Fall So zwei, drei Arenen Die sind schon auf jeden Fall angenehmer Gegen dort, gegen Quäler zu kämpfen Muss ich zugeben Ich lebe noch Ich lebe noch Ja, äh, ich denke, da kommen wir später hin, okay? Ich hab da nicht so eilig, den Boss zu machen Kann natürlich sein, dass er eine Feuerhüter Feuerhüterseele Dass der Boss Na, 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 na Nö, na, 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 na Äh, den ganzen da Du wirst schon Fürstenseele Genau Doch Dorsten 왜 the So wir gehen wieder hier hin Und sterben Meint ihr, der Boss wird geladen, wenn man hier oben ist, Chat? Kommt und geil, ja. Dass die 4 Kings schon geladen werden, obwohl man hier oben noch ist? Weil als ich gerade in der Nebelwand war, kam so ein Geräusch, als würde irgendein großer Boss sterben. Wie vorhin, als wir Quelaq in Anolondo getroffen haben. Und Quelaq sich Exitus selbst gemacht hat. Theoretisch kann ja sein, dass da unten ein Boss ist, der gar nicht in der Dunkelheit dort überleben kann. Und durch den Boden fällt. Danke. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es dann sich lohnt, da noch runter zu gehen. Okay, gut, die Nebelwand ist ja eine andere. Wenn ich durch die Nebelwand gehe, komme ich natürlich ganz woanders raus. In einem Land vor unserem Damage. Game of Damage. Avatar, Aufbruch zum Damage. Herdes Damage. Nein! Wie oft soll ich denn bitte dieses dumme Schild noch bekommen? Was ist denn? Oh, guck mich an, ich hab coole Wurfmetter. Ich bin ein Arschloch. Junge, woher kommt jetzt diese pinke Echse? Gut! Moin! So, da oben ist Vanilla im Vanilla Game die große Glut, mit der man Waffen auf plus 15 machen kann. Vielleicht kriege ich ja hier gleich eine Glut. Das wäre doch Schmackhofer zu Premium. Das ist das dumme Rad. Amino. Genau. Alter! Geil! Ich glaube, ich kann gar nicht mehr laufen gleich. Ich halte einfach mein Schild hoch. Okay, der Run wird gerade sekündlich immer beschissener. War das hier oder war das oben? Okay, vielleicht war das oben. ist, weil ich hier bin. So, das Gegenteil von Glücksbringer. Nee, du bist geil. Sorry, Lio. Dankeschön für die 10 Euro, Lio. Dankeschön. Und Grüße. Und viel Kraft, Mann. Es kommen bessere Zeiten. Keule! Zum Beispiel jetzt. Das ist ein Zeichen, Lio. Ein Zeichen ist das. Okay, wir haben wieder eine Stärkewaffe. Ich könnte die auf plus 5 machen. Glaubst du hier noch in den Räumen Items? Ja, checken wir mal ab, was hier für der Nebelwand. Also, von der anderen Seite, wenn ich hier durch die Nebelwand komme, dann komme ich ja bei Quäler raus. Wo komme ich hier raus? Ah, ich habe den Ring nicht an. Ah, nee, das ist Manis. Das ist Manus, Schmanus. Manus, Schmanus. Leck mir mein. Manus. Wie ich runtergeflogen bin. Junge. Wer ist das? Ich glaube, ich habe ein Schwert gesehen. Schwert? Es ist Gwyn. Ach du Scheiße, Gwyn ist hier ohne den Jet. Ach du Scheiße. Ich kann nicht parieren. Ich habe ein Schild, mit dem ich nicht parieren kann. Ja, tritt doch gegen die Säule, Opfer. Oh, die Säule ist weg. So, was hat er denn von 28 Damage? Ich muss mich übergeben. Also, unsere Late-Game-Bosse sind Gewinn und Quäler bisher. Ja, okay. Ich bräuchte jetzt ein anderes Schild, mit dem ich parieren kann. Dann können wir die Scheiße aus deiner dreckigen Fresse raus polieren. So. Äh, parieren. Nicht polieren. Erstmal machen wir die Keule stärker. Für die Dominanz. Wir können theoretisch auch die Keule irgendwie auf Feuer machen oder so. Dann macht die noch richtig geilen Damage. Ist halt für Quedag nicht so geil. Auf Blitz. Weiß nicht, ob ich dafür eine bestimmte Glut brauche. Ich glaube, ich brauche für Blitz auch die große Glut, ne? Können wir nicht machen. Für normale Gegner wäre das gut, I guess. Aber für alle anderen Gegner nicht so gut. Äh, für den Run an sich wäre es nicht so gut, auf Feuer zu gehen, glaube ich. Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich top. Ich mache gerade geilen Progress. Wir können uns halt, ich habe ja noch ein paar Shops mit geilen, dicken Waffen. Die könnte man sich theoretisch sneaken. Und dann Gewinn oder Quäler machen. Und das ist ein Item, okay. So, ich würde gerne, äh, zu dem NPC hoch. Der Bro wartet schon die ganze Zeit auf mich. Er steht da, wartet bis halt der Held kommt und den Schlüssel abholt. Der das Wasser runter macht. Auf einmal geht das Wasser weg. Er denkt sich, what the fuck? Was passiert hier? Wieso bin ich überhaupt hier? Was ist mein Job? Ich muss ihm kurz sagen, alles gut, Bro. Das ist ein Randomizer. Sonst kann er nicht, heute nicht ruhig schlafen. Ah! So ein juicy Bild. Ah! Ey, wieso ist das schon wieder ein Golem? Wieso ist das schon wieder ein goldener Golem? Können wir bitte mit diesen dummen Golems aufhören? Oh, ich mach guten Damage. Er aber auch. Hey, Keggy. Was? Will nicht bei Fresse polieren stören, aber vielleicht erinnerst du dich, äh, wie ich hier mal einen Fragebogen reingestellt habe. Ja, bald wäre ich soweit, wenn ich das wieder dürfte. Okay, schieß los. Wie soll ich sagen, die ist so bodenlos warm. Wegen den ganzen Hotties hier im Chat. Hey, hey, chill. Wieso bauen wir das so weg? Illegal. So. Dasselbe Spielchen nochmal, nur diesmal ohne Sterben. Wäre schon cool, oder? Ah, da ist ein Dreckshund. Wow, schon wieder. Diesmal bin ich nicht vergiftet. So, goldener Mann. Revanche. Revanche. Ich hab die Wand geschlagen. Ob ich Visieren lieber nicht an. Das Holzgeräusch gegen die Wand ist nice. Das meinst du? Das meinst du? Moin. Hä? Er hat sich erschreckt. Hoi, der Witzker. Was machst du denn hier? Oh, noch mehr Gewicht, Chat. Nice, Schwarzeisenstulpen. Boah. Also, das wäre jetzt eigentlich auch... Ich bräuchte nur ein richtiges Schild-Chat. Zum Parieren. Dann wäre das eigentlich ein perfektes Bild für Gwyn. Oder? Kannst du Sachen schon verkaufen? Ja. Weil ich hab... Gwyn hab ich auch immer so gemacht. Äh, dass ich ein Schild genommen hab, mit dem man parieren kann. Hab mir dann eine dicke, fette Steinrüstung aufgesetzt. Und einfach nur... Alles weggetankt und pariert. Was er mir entgegenwirft. Und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Auch in meinem No-Death-Run. Wozu parieren? Mit der Rüstung kommt doch eh kein Damage durch. Äh, doch. Da kommt sehr viel Damage durch. Immer noch. Ähm... Aber parieren macht, dass auch ich gut Damage mache. Weil, hast du ja gerade gesehen, ich mach 28 Damage mit normalen Schlägen. Das ist gar nix. Er verkauft einen Läuterungsstein und Priscilla's Joel. Junge, 500 Bleed. Ah, Dex-Waffe, ey. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich leider nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Dann holen wir noch die anderen Items hier. Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht gleich, ähm... Ein cooles Schild bekomme. Was ist hier eigentlich nochmal gewesen? Aha. Einfach runtertreten, die Sau. So, zieh dich. Reisehandschuh. Oh, es wird leichter. Junge, diese Rüstung. Diese dicken Schuhe. Diese... Dickes Oberteil, ey. Oh, der kleine Süße. Der kleine Fratz. Ja, da um die Ecke rein skedaddelt, komm. Oben war halt noch ein Item. Da bin ich vorhin runtergefallen. Diesmal ist der Gegner gar nicht mal hier. Der ist bereits schon runtergefallen. Da auf dem Dach haben wir noch ein Item. Komm, geile Scheiße. Lederrüstung. Junge, wenn's regnet, ne? Holy shit, wenn's regnet. Ich hoffe, es regnet nicht. Ja, ich verliere immer mehr und mehr mein Gewinnbild. Boah, die Axt kann ich nicht benutzen. Braucht die Glaube? Oh, scheiße. Scheiße. Das ist ein geiles Gerät. Aber braucht Glaube. Wie viel Glaube? 16. Ich hab neun. Ich muss sieben Level reinmachen. Und dann skaliert sie ja auch Mainly mit Glaube. Was macht der Bruder hier einfach eigentlich? Dann skaliert sie ja auch Mainly mit Glaube und nicht mit Stärke. Ich dachte nicht, dass ich das überlebe. Um early zu sein. Ja, schade, Mann. Dass es jetzt so abdriftet. Ich dachte, wir benden den Run gleich noch. Ich dachte, wir müssen sieben. Da, schon wieder, das meinte ich, das war vorhin auch. Er hat meine Waffe kaputt gemacht. 107 Damage im Backstep, not bad. Die kann ich halt leider nur nicht bei einigen Gegnern, Bossen nicht einsetzen. Ach, Mann. Ich überlege halt jetzt mir eine Waffe zu holen. Schon irgendwie eine Waffe zu kaufen, die wir noch zur Option hatten. Und damit versuchen, etwas zu reißen. Aber wenn ich jetzt irgendwie damit jetzt einen Boss töte, z.B. Quelak oder so, und Quelak droppt mir dann irgendeine fucking Waffe, die ich nicht mal benutzen kann. Und dann ist halt komplett drin. Dann habe ich nicht diese Option, zurückzugehen und eine Waffe zu kaufen. Oh mein Gott! Er fährt doch auch immer Schlittschuhe. Ich war schon überall. Überall! Und wieder! Bin! Oh, ich bin abgerufen. Irgendwo muss doch noch was sein. Ja, es sind ja noch ein paar Items. Hier liegen ja auch noch ein paar Items in dem Gebiet. Ich versuche die hier gerade zu holen. Wir haben ja noch einige Items, die rumliegen. aber ich habe keinen bock ständig das hier zu machen sondern will mir direkt eine geile keule holen bei einem npc und boss weg klatschen aber habt ihr angst dass das halt ein fehler ist ich glaube ich muss da auch gar nicht so rum weil da wo ich eigentlich hin will kann ich mich auch glaube ich eigentlich droppen lassen da wo ich eigentlich hin will wir haben aber noch nicht alles für den endboss nehmen ich kann mir gut vorstellen dass einer von den zwei jetzt posten die wir vor uns haben die die fürstensäle hat bisher sind alle fürsten sehen von dem boss ich habe Au, er fliegt! Und ich sterbe! Wuuuuh! Meine eine lag in einer Lunde rum. Das wäre eine Katastrophe, wenn die wirklich alle komplett gerandomized rumliegen. Und ich habe irgendwann eine Fürstensäule, die irgendwo rumliegt, die ich eigentlich abholen kann, aber ich weiß nicht, dass sie da liegt. Nein, ich wollte auf die andere. Okay. Ey, Zwiebel! Äh, ich will nicht hier hin. Wo bin ich eigentlich hin? Ich wollte hinter das Hauptgebäude, weil hinter dem Hauptgebäude lagen noch Items. Ich bin aber nicht sicher, wie ich da hinkomme. Ey, das ist auch so unlucky, ne, mit dem Typen. Das genau der hier ist, ne? Das ist genau der hier ist, ne? Das macht mir immer Angst. Egal was ihr macht. Ich habe immer Angst. Ich bin so seitlich rüber. Ich bin so seitlich rüber. das Mengengebäude komme. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne, auf der anderen Seite der Nebelwand dauer nicht. Oh mein Gott, bitte! Da! Da oben! Nein, 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 ich wollte davon auch kommen. So, hier. Verdacht nur ein Item. Okay, komm schon. Das Sonnenlichtmade, lol. Toll! Er ist hier wirklich rüber gejumped? Habt ihr das gesehen? Er hat so einen Sprungangriff gemacht und ist halt wirklich rüber gejumped. Hä, wie schlau ist der denn bitte? Er hat ja auch gehofft, durch die ganze Zeit dieses Hoch- und Runterlaufen schafft ich die irgendwie zu trennen, dass ich die einzeln machen kann mit Backsteps. Davon sterbe ich? Das hat ich schon Fallschreiben gemacht. Was kann die Krone jetzt? Äh, sie leuchtet. Äh, spendet Licht. Kannst durch dunkle Orte laufen und siehst alles. Apropos dunkle Orte. Ich mag die Sonnenlichtmade. Ja, ist ganz cooles Item, wenn du nicht irgendwie die ganze Zeit, äh, ähm, dir Licht herbeizaubern willst oder in der zweiten Hand eine Laterne tragen willst oder so. Wenn du quasi ganz normal spielen kannst und hast trotzdem Licht. Dann ist die ganz cool. Patches ist da, Chad. Scheiße, Patches war da. So, jetzt hat er mich runtergeschubst. Jetzt sind wir doch Freunde, oder? Jetzt geh ich wieder hoch, rede mit ihm und dann ist er doch beim Bonfire, oder? Und verkauf mir Sachen. Yo, Hubbledouble, gute Nacht. Boah, wir haben gleich schon null Uhr, Chad. Ich schaff's heute nicht mehr. Fuck. Äh, ich schaff's heute nicht mehr. Okay, jetzt sollte er doch zum Bonfire gehen, oder? Äh, zum Feuerbanschrein gehen. Schnell, ich hab meine Hose weg. Mein Gewinnbild ist wieder weg. Der Block war so cool. So, was verkauft er jetzt? Grüne Scherben. Große Scherben. Innere Kraft. Pyramantieflamme. Ah. Und verändert das Rollverhalten des Trägers. Alter, geil. Das ist der Ninja Flip Ring. Naja, nichts verwendet. Kann man später holen. Ähm, ja. Okay. Der verkauft Schwänze von Mausi, ja. Okay. Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Das Ding ist, ich hab halt nicht mehr so viele Items zum Looten. Weil ich hab ja schon sehr viel eigentlich weggelootet. Na? Mit Snuggi traden. Kennst du Items, die ich bei dir traden könnte, theoretisch? Also, ich hab nicht mehr so viele Items, die ich theoretisch looten kann. So. Und wenn ich jetzt sage, okay, da ich jetzt nicht mehr so viel zum Looten habe und nur sehr, sehr schwierig ne neue Waffe finde, kaufen wir uns jetzt eine der Waffen, die ich noch irgendwo in nem Shop rumliegen habe, die gut ist. Aber wenn ich dann den Boss töte und der Boss droppt mir irgendeine Waffe, die ich nicht benutzen kann, dann ist er dritt. Okay, Menschlichkeit. Kann ich nicht ablegen. Doppeltmenschlichkeit. Moosklumpen. Sack. Sonnenlichtmedaille. Schädellaterne. Sack. Sack. Sonnenlichtmedaille. Kettenrüstung. Das Trash. Ja, das wollte ich Alastomer für den Endkampf aufbewahren. Oder für den Moment aufbewahren, wenn ich halt wirklich nichts habe. Drachenstein. Quasi als letzte Möglichkeit noch irgendwie den Run zu retten. Und ich weiß nicht, ob ich dazu schon greifen möchte. Schädellaterne. Du gibst mir. Sicke Schuhe. Schädellaterne. Schädellatern. Um genau zu erwarten. Holy shit Abfahrt Oh my god Finally Eine scheiß Schwarzritterwaffe Was habe ich gegeben, Chat? Für die Schwarzritter Die Schädellaterne, ne? Ich habe leider nur eine Aber theoretisch, wenn ich die Waffe verliere Und ich hätte noch eine Schädellaterne Ja, es gab noch Irgendwo eine zum Kaufen Theoretisch könnte ich halt Die Schädellaterne nochmal abgeben Äh, ich glaube, ich mache erst Quälack Ich habe keine Seelen Funke Titanit Brauche ich dafür? Scheiße Ich dachte, das war Demont Titanit Davon habe ich nicht so viel Man kann nur einmal traden Ah, okay Gut, dann hat sich das erledigt Dann muss das jetzt schallern Die Schwarzritterne Boah, ich töte gleich Qelak und sie droppt mir direkt irgendeine Waffe oder so. Ich sehe es schon kaum, ne? Okay, einmal kann ich noch. Ich sehe es schon kaum. Oh, ich habe eine scheiß Rolle, ne? Ein dummes Schild. Ich guck mal gleich, ob er noch ein Schild verkauft. Ja, warte, ich benutze einfach nur so. Ich habe glaube ich noch eine kleine. Wer verkauft denn ein Schild? Well, I... So. Gegenstände kaufen. Er hat ein Zielschild. Ein sehr kleines. Als ob die Schuhe so schwer sind. Verarsch mich nicht. Er verkauft keine Schuhe. Ich habe dich immer gesehen, ne? Okay, let's go. Vielleicht, solange ich das Schild noch habe, vielleicht noch Gewinn lieber probieren. Mit dem Parieren. Ähm... Kammer der Prinzessin. Quälack ist in dem Raum doch viel schwerer als Gewinn. Meinst du? Also kommt darauf an, wie viel Damage ich mache. Wenn ich super viel Damage mache... Dann... Töte ich die. Mit aller Kraft. Mit Leidenschaft. Okay, machen wir jetzt kühler. Okay, komm ich runter ein bisschen. Dieser Scheiß Schuhe, ne? So, ob die so schwer sind. Ich überlebe es nicht. Okay, dann schauen wir mal, was das wird. Ist der nicht fest? Boah, das Dämmige ist richtig scheiße. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Das ist wahrscheinlich ein richtig Late Game gescaled. Eigentlich ist das viel Schaden, weil sie so hochskaliert ist. Ich hatte sie eigentlich geschafft. Boah, ich weine gleich, wenn sie mir eine Waffe droppt. Ich weine! Stimmt, wir hatten bisher noch kein Broken Straight Sword oder dieses Tilt Ding. Wir hatten die beiden kaputten Dinger noch gar nicht gehabt. Wird Zeit. Ja, weiß ja nicht. Ne? Muss ja nicht sein. Wir hatten schon viel Pain gehabt. Wird Zeit. Wird Zeit. Moin! Ja. Jedes Mal stimmt irgendwie da der Endball oder so. Boah. Damage. Kommt direkt um die Ecke, kommt hier eine. Nice, nice, nice. So. Okay, nochmal. Tanken, 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 tanken. Sie spuckt direkt um die Ecke. Geiler Rangie. Geiler Rangie. Gott gleich Rangie. Ja, hier wäre jetzt vielleicht das große Schild gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, hier wäre jetzt vielleicht das große Schild gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, das ist der schlimmste Angriff jetzt in dieser Arena. Einfach ihre Explosion. Das ist das Schlimmste, was sie machen kann in dieser Arena. Ich kann das halt nicht dodgen. Ich muss es tanken. Ja. 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 Also wenn ich jetzt Quilack töte und sie droppen mit der Waffe, dann gehe ich weinen ins Wenn nicht, dann machen wir noch Gwinn. Ich bin in der Lava, sie drückt mich rein, sie drückt mich rein, sie drückt mich rein, sie drückt mich rein, sie drückt mich rein. Ja, das Ding ist, mit den Plunging-Attacks hat jetzt beim ersten Mal so gut geklappt, mein Plan, und zwar reinrennen, alles weg tanken und versuchen so schnell wie möglich zu töten, bevor die ganze Arena voll mit Lava ist. Das hat jetzt beim ersten Try verdammt gut funktioniert. Dass ich das unbedingt weitermachen wollte. Aber jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Deshalb, I don't know, vielleicht probieren wir mal Plunging-Attacks. Die Capra-Demons-Tread. Jo, gute Nacht, Poppy. Ciao, ciao. Ich glaube, dieses Geräusch jedes Mal hier. Stark. Starkes Gameplay-Streamer. Starkes Gameplay-Streamer. Hm? Starkes Gameplay-Streamer. Starkes Gameplay-Streamer. Hornet- mah-te-regt. Boa-olin, fraget mich, garantier mich. da ist lava das mache ich jetzt sie macht den stich direkt die explosion wieso renne ich in die lava die oh mein gott ich bin da irgendwie festgebackt ich kann die treppe nicht mehr hoch ich weiß nicht ob es wegen ihrem bein war oder wegen der lava ich war einfach nur festgebackt ich kann nicht mehr raus da unten ein tod noch da haben wir die 300 voll ich hab das damage gemacht komm schon Ich weiß halt nicht mal, ob mir da eine Fastroll was bringen würde oder eine Midroll, das würde mir glaube ich alles nichts bringen. Da ist wirklich einfach nur draufhauen und hoffen. Hoffen, dass sie nicht zu viel die Explosion macht oder mich irgendwo in die Lava reindrückt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und einfach drauf. Drauf, drauf, drauf. Okay, nochmal. Okay, socks auf mich up. Fuck, va rumah! Das passt dich noch mal. Hinter mir ist Lava. Sie macht noch mal. Trinkt doch. Ich seh nix. Sie macht noch mal. Sie macht noch mal! Sie spamnt! 300! Junge, die hört einfach nicht auf. Crazy, wie die das spammt. Das ist ja eigentlich so ihr Angriff, den sie normalerweise macht, wenn du zu nah an ihr dran bist. Aber das macht sie wohl, wenn du in ihr drin bist. Dann hört sie damit nicht auf. Dann weiß sie nicht, was passiert. Sie gerät in Panik. Sie weiß nicht, was passiert. Sie kriegt Damage, aber sie sieht den Gegner nicht. Das war aber echt gut gerade. Ich hab echt viel Schaden gemacht. Ich hab den 300 zum Tod verpasst. Schade. War stark. War ein guter Tod. Vielleicht mein Lieblingstod. Top 10 Dark Souls Tode. Top 10 Dark Souls Tode. Dass ich noch den Chlorantiering habe, ne? Das ist crazy. Okay, let's go! Bleib unten. Einfach zurück in die Lava gebounced. Einfach direkt in die Lava gebounced. Ich hab's überlebt, aber ja, hinter mir Lava. Ich weiß halt nicht, wo ich am besten stehen soll. Also ich glaub, der Eingang ist ein beschissener Ort. Ich muss, glaub ich, immer an Anfang an ihr vorbei rennen. Weil ich glaub, wenn ich da stehen bleibe, blockt die mich halt direkt da drin hinten fest. Spuckt halt direkt. Und dann komm ich an ihr nicht mehr vorbei. Und hinter mir ist Lava. Ich glaub, ich muss direkt raus. Direkt hinter sie. Äh, diese Menschlichkeit da und den einen Hund. Ich glaub, die kann ich komplett ignorieren. Weil die tötet Quelag selber. Jetzt ist der wieder hier. Manche, mein Schild blockt mehr, als wenn ich so mache. Mit der Waffe blocke. Nächst mal, wenn die Explosion macht, immer schnell Waffe wechseln. Jass, Sprung istризüACCEL scheußer was die machen kann. Sprung ist wenig beschissen, nur da. Als ob der Hund so viel D irgendwann macht. Hey 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 hey. OK also, Gegner ignorieren kann ich doch nicht. Hund. Two hitted three hitted mich einfach. Junge, was ein Kampf. Ich weiß nicht, ob es eine beschissenere Arena gibt für Quelag. Eisengolem. Okay, ich meine, bei Eisengolem hat man ein bisschen mehr Platz, ja. Aber ich glaube, die kann ich da so gut aussperren mit dem Lava, dass du halt immer runterfallen wirst. Eisengolem generell eigentlich für jeden Boss scheiße, außer Eisengolem. Mondlichtschmetterling, ja, ich glaube, da kann sie nicht spawnen, da passt sie nicht drauf. Aber da wäre natürlich, ja, klar. Das wäre Katastrophe. Oder da würde sie vielleicht reinpassen auf die Brücke vom Taurus-Demon. Da würde sie vielleicht reinpassen. Beim Eisengolem war Mausoleumswächter. Jetzt ist der hier weg. Achso, geil. Ich dachte schon, ich spiele hier Dark Souls 2. Gegner zu oft getötet. Respawn nicht mehr. Gargoyle bei Eisengolem. Ja, da kann ja nochmal nur ein Golem kommen. Ein Golem ist da voll okay. Äh, ein Gargoyle ist da voll okay. Gar nicht so schlimm. Generell, egal wo Gargoyle ist. Gargoyle ist da noch mal easy. Dorgou. 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 Dorgou lebt immer noch. Der Stich, der geht so weit. Boah, Chad, ich krieg's nicht hin. Sollen wir vielleicht Gewinn machen? Zur Abwechslung, mal Gewinn. Da ein bisschen mal reinsterben. Gewinn sollte easy sein. Ja, wenn man so ein Giga-Chat ist wie du. Das ist ein Giga-Chat. Kann nicht so gut parieren. Deshalb benutze ich ja für den immer eine Steinrüstung. Er macht einen Backstep-Jump. Der Damage ist insane. Ich krieg viel zu wenig. Ich dachte, ich krieg viel mehr Damage. Das ist ein Problem, Chad. L2-Spam. Du Winn. Geile Hose. Keine Waffe bekommen. Ich hab am Ende nur gespamt. Ich kam auf seine Combo nicht klar. Da haben wir gespamt. Alter, was hast du für eine geile Hose eigentlich? Junge. Ein bisschen. Bitte was? Kann ich den Griden? Kann ich den Griden? Kann ich den jetzt grinden? Kann ich jetzt mal 60k? Kann ich den Griden? Okay, man kann ihn nicht grinden. Okay, weird. Ich kann hier in diesem Run ein bisschen Gwin trainieren. Da ist er wieder. Schnell weg. Manus hält ihn hier gefangen. Manus hat ihn in so einen Loop eingesperrt. Lore-wise. Ich hab keine Ahnung, wieso das passiert. Manus spawnt ja und... Nee, ich hab keine Ahnung. Liegt da vielleicht irgendwie ein Manus Leiche, wenn man Manus tötet? Liegt da vielleicht noch irgendwas von Manus? Was an dieser Furz einwand droppen? Das, wenn man Manus tötet, er dann halt irgendwie da immer noch liegt oder so, als Leiche. Und der Rando... Randomized halt die Leiche immer wieder zurück zu gewinnen oder so. Aber ich glaub, der liegt ja auch nicht, ne? Der ist dann eigentlich gar nichts mehr, wenn er ihn besiegt. Da liegt nur das Girl. Ach so, die Leute... Ah, weil er zum Hollow wird. Und dann spawnt er da immer neu. Wir können auch oben den Tentakel-Typen töten und die Nebelwand hinter ihm mal testen. Ob da was ist. Wir haben noch den Bossraum von Thief. Nicht gefunden. Ich bin gefangen. Junge, das ist doch... Das ist doch hier Bullshit. Das ist doch Bullshit. Das ist doch kompletter Bullshit. Als ob das einer meiner letzten Kämpfe ist, ne? Das ist crazy. Was haben wir denn noch außer Thief und Capra Demon Bossraum? Und halt Endboss, ne? Nur noch die drei haben wir. Ansonsten war ich, glaub ich, in jedem Bossraum. Ja, nur noch die... Ansonsten war ich in jedem Bossraum, glaub ich. Four Kings, fuck, stimmt. Ich war bei Four Kings immer noch nicht true. Vier Tauros-Dämoner kommen da. RIP direkt verloren. Das ist einfach nur Glück. Ich muss einfach nur Glück haben. Ich muss einfach nur Glück haben. Das Ding ist, ich könnte jetzt in die andere Nebelwand gehen. Und da wird definitiv ein anderer Boss kommen. Vielleicht auch ein starker Boss. Und der könnte mir... Die Fürstenseele droppen. Und dann sind wir durch. Quasi. Das Ding ist aber, ich könnte auch durch die Nebelwand gehen. Da kommt auch ein wirklicher Boss. Der droppt mir aber nicht ne Fürstenseele. Sondern der droppt mir... ...ne komplett katastrophal beschissene Waffe. Und dann muss ich mit dieser komplett katastrophalen beschissenen Waffe... ...gegen Fehler kämpfen. Also es ist... Ja, es ist Gamba, ja. Es ist wie der Bosskampf selbst. Glücksspiel. Aber genau so könnte da auch ein schlimmer Bosskampf sein. Und Quelag droppt mir ne Waffe. Quelag droppt mir ne Waffe. Nochmal Kalamichi. Bist du mir in Gefahr. Kann ich anfangen zu kämpfen heute noch? So ein geiler Song. Oh mein Gott. Ich... Ach, der Effekt funktioniert hier auch bei Kalamid? Ach du Scheiße. Das ist ja schrecklich, Scheiße. Eben. Ja, ist okay. Ja, ist doch okay. Ey, das Spiel will mich einfach grad nur noch verarschen. Ist das Ding jetzt für immer kaputt oder muss ich das jedes Mal kaputt machen? Ich hoffe, dass du jedes Mal kaputt bist. Weil da jetzt jedes Mal hinzurennen, hoffen, dass Kalamiji mich nicht komplett wegmacht. Ich mein, schon jetzt am Anfang des Kampfes zu Kalamiji durchzukommen, während sie dich vollspuckt die ganze Zeit. Mit ner Fettroll. Das ist ja schon ein Comedy-Akt. Ja, führen wir es da raus. Ob ich es denn jedes Mal kaputt machen muss. Das wäre ein Traum, wenn ich das jedes Mal kaputt machen müsste. Das ist ja schon mal kaputt. Nee, jedes Mal noch so schnell. Das war gut RNG. Gut RNG. Kann man Kalameji Swans cutten? Scheiße, 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 Scheiße. Irgendwie schlägt die die ganze Zeit immer mich drüber. Kalameji die Schuppenlose. Fürstenseele, komm schon. Banditenstülpen. Ich muss Quälack machen. Ich muss Quälack machen. Mein Bonfire ist kaputt, Chat. Wieder keine Waffe. Wieso traurig? Ah, das Obsidienschwert bekommt man aus der Seele von Kalameji. Ja, dann haben wir jetzt noch Quälack. Und dann haben wir ein Problem, Chat. Wenn Quälack mir keine Fürstenseele macht, ergibt. Weil ich brauche eine Nebelwand, die mich zu Four Kings führt. Aber ich kenne keine Nebelwände mehr. Im Raum, bei dem man zu Seele zum ersten Mal begegnet, gibt es jetzt Items, oder? Die gab es auf jeden Fall schon da, als ich da war, ja. Also ich war schon mal in dem Raum. Er ist aber nicht da. Und ich habe da die Items schon gelootet. Maybe nach Quälack vor Kings. Aber da gibt es keine Nebelwand in dem Raum. Da ist dann Sackgasser. Hey, Antonio, es geht ab. Ja, stimmt. Level-Check. Scheiße, ich wollte nicht runter. Ich wollte den Hopfen anvisieren. Ich spuck da nicht zur Seite. Der kleine Hund spuckt da auch. Alles spuckt hier Feuer. Ich spuck die Menschlichkeit da oben nicht auch noch Feuer. Alle müssen Feuer spucken. Ich dachte nur, die roten Hunde können Feuer spucken. Die jetzt auch. Schon mal in den Abgrund gesprungen? Ich komme ja nicht da rein zum Abgrund. Ich bin Heavy-Load, ja. Ich bin Heavy-Load, ja. Mein Xeno-3-Rand. Side-Reise einfach. Was ist da im Weg? Die Nebelwand? Also der Abgrund ist ja hier hinter dieser Nebelwand. Dann spielst du Xenoblade 2, damit du auch abhaken kannst. Ich bin durch mit der Reihe. Ich bin offiziell durch. Ja, genau. Ich müsste die andere Seite finden von der Nebelwand, damit ich da runter sprengen kann. Na. Ja, ich weiß. Viele Leute mögen das Spiel. Ich hab auch immer das Gefühl, ich bin irgendwie der Einzige mit dieser Meinung. Weil mich hat's halt komplett enttäuscht. Keine Ahnung. Viele, viele mögen das Spiel. Ich hab diesen Scheißhund nicht. Ich hab diesen Scheißhund nicht. Dummer Köter. Drei machte mich einfach sauer. Ja, wir haben uns auch gegenseitig in Rage getalkt. Ich bin auch JRPG-Fan, aber die Chain Attack Müll war wirklich das gesamte Spiel kaputt. Ja, es ist gefühlt auch kein JRPG. Also es ist einfach nur ein Spiel im JRPG-Mantel gehüllt. Keine Ahnung. Es ist doch nicht wirklich... Also was heißt kein JRPG? Es ist kein RPG, sagen wir so. Es ist kein RPG. Für mich persönlich war es irgendwie kein RPG. Weil die ganzen RPG-Elemente, die waren irgendwie nicht vorhanden. Und irgendwie auch nur Fake. Es ist einfach nur J. Die ganzen RPG-Elemente waren irgendwie Fake. Die existierten einfach. Und das Kampfsystem war auch einfach nur warten, bis man diesen Super-Modus macht. Und dann hast du damit in einer Runde den Boss von hinten. Das war irgendwie das Game. Keine Taktik. Keine Customization. Kein Looten und Leveln. Kein Looten und Leveln. Und es ist tot, Chad. das ist ein sehr guter try jetzt alles oder nicht das zurückspringen war sehr nice sehr geil das ist der try wachtturm keller schlüssel was ist ein wachtturm keller schlüssel was ist ein wachtturm keller schlüssel oha kefka dankeschön dankeschön für die belohnung danke danke ach für hevel oh ja ja useless ja jetzt haben wir ein großes problem die hat mir nur 14k gegeben krass jetzt haben wir ein riesiges problem in der siff arena war dieser lava skorpion wir haben jetzt ein problem wo finde ich jetzt eine nebelwand ich habe absolut keine ahnung mehr wo mir eine nebelwand fehlt ich habe immer noch nicht die blut gefunden ja log will ich eigentlich nicht schauen weil log ist dann ja dann habe ich halt aufgegeben verloren ich weiß nicht wo du überall warst ja überall kennst du irgendwelche nebelwände die vielleicht nicht so nicht so bekannt sind irgendwelche nebelwände die nicht so nicht so stanni sind auf einmal ist jetzt eine ratte hier ist ein wurm ist es ist eine nebelwand ist eine nebelwand die eine Nebelwand, in dieser Spindelwendeltreppe eine Nebelwand, in den beiden war ich und halt natürlich zu Pinwheel, die Nebelwand, da war ich auch. Im Wald, bei dem Baum, wo man durch kann, dieser Secret-Weg im Wald, da war eine Nebelwand? Chat, aber diese Wand, die man aufmachen muss, aufmachen kann mit dem Medaillon im Wald, was man von anderen kaufen kann, da ist keine Nebelwand hinter der Tür. Ja, da war eine Wand, in dem Secret-Bereich? Und Chat, uns fehlt immer noch eine Puppe für Steel Sea, um in Steel Sea zu kommen. Das ist ja vielleicht auch eine Nebelwand, der Eingang ins Steel Sea. Das Key-Item? Ich meine nicht Steel Sea, ich meine die gemalte Welt. Sorry. Da brauchen wir die Puppe, die habe ich immer noch nicht gefunden. Sorry. Ich habe jetzt aber nicht den Fehler gemacht, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit alle vier hatten, nur ich habe vergessen, die vierte abzugeben. Ich habe nicht diesen Fehler gemacht, oder? Chat, den Fehler habe ich nicht gemacht, oder? Chat, den Fehler habe ich nicht gemacht, oder? Ja, die Seelen sind irgendwie random. Wenn ich mich zum Beispiel nur hinsetze und aufstehe, kommen nur so 4.000. Wenn ich mich aber reinporte, sind es manchmal 8.000, manchmal 12.000. So sind es manchmal jetzt 4.600. Das war's. Aber wenn ich hier rein droppe, random. Mit Snuggly-Trade könnte da noch Möglichkeit sein. Wie jetzt alle Trades bei Snuggly durchgehen muss. Komischerweise hat aber Gwenevere vorhin gesagt, dass du alle vier hast. Hat sie das? Sie redet darüber? Ja, ich habe halt auch ein bisschen Angst, bei Snuggly zu traden, dass die mir dann gleich wieder eine andere Waffe gibt. Und ich eigentlich auch der Hoffnung bin. Oh, gewollte Unmatt. Ich und die Daughter habe ich seit dem Tag, bevor ich bequiesse. Wieso gibt sie mir noch was? Und versiege dich, du wirst enden. Hä? Ich war doch vorhin bei ihr. Sie hat mir zwei andere Sachen gegeben. Hä? Einfach Geschenke. Äh, sie kann man töten, ja. Also sie ist eigentlich nur eine Illusion. Die ist schon tot. Man kann die Illusion brechen. Wer ist Snuggly? Äh, der Vogel, bei dem man traden kann. Wieso tun wir das nicht? Weil dann geht das Bonfire hier kaputt. Ich meine, wenn ich sie töte, gibt sie mir ein Item. Kann sein, dass sie mir ein gutes Item gibt oder so. Aber dann kann ich hier nicht mehr hin teleportieren. Und das wäre nicht so geil. Ja, und du kannst doch, nachdem du die geile gekillt hast, den Boss noch machen danach, oder? Welchen Boss? Die hinterm Riesenschmitt, die Kiste habe ich ja. Oh, es gibt eine Nebelwand unten, wenn man sie tötet. Wo gibt's eine Nebelwand? Also raus aus dem Raum hier ist schon eine Nebelwand, wenn ihr die meint. ... Gebt mir nicht mal ein Item. Okay, Bonfire funktioniert noch. So, und welches, was meint ihr jetzt? Ne, bei Gwindolin war ich ja schon drin. Äh, ich hab die Wand von beiden Seiten, ja, schon gehabt. Doch, doch. Ich bin auf der Seite, ich bin aus Gwindolins Raum auch schon rausgekommen. Da war vorher dann eine Statue, ich kam da nicht durch. Hier ist jetzt keine Nebelwand? Ist die Nebelwand weg, Jim? Nee, ist da. Boah, crazy. Eine Nebelwand irgendwo. Also, vielleicht ist es wirklich. Vielleicht ist es wirklich, Chad. In der Schmetterling war ich schon. Vielleicht ist es wirklich. Der Eingang zu dem Bild. Also, zu der gemalten Welt Eingang. In den Kristallhöhlen, wo man die blaue Scholle Vanilla findet. Und einmal im DLC in dem Raum. Mit der Mimik, in der man den Schlüsselzug gar findet. Ja, Items, Items ist gerade nicht mein Problem. Ich will gerade eigentlich nicht nach Items suchen. Sondern ich bin immer noch überlegen, ob es irgendwo, ähm, eine Nebelwand noch gibt. Weil wenn ich jetzt anfange, weil ich habe einige Spots, die ich auch noch selbst weiß, dass es noch Items gibt. Aber wenn ich jetzt nach Items wieder suchen gehe, nach der Puppe suchen gehe zum Beispiel, dann laufe ich Gefahr, wieder halt irgendeine scheiß Waffe zu finden. Und davor habe ich gerade Angst. Deshalb überlege ich gerade noch, ob es vielleicht doch noch eine Nebelwand gibt, die ich übersehen habe. Und wenn ich die mache, komme ich zu den Four Kings. Und bei den Four Kings ist die letzte Seele. Und dann gehen wir zum Endboss. Abfahrt. Das weiß ich nicht, Draghi. Keine Ahnung. Ich denke mal, das geht nicht. Also ich denke mal, dass... Die Randomizer sind ja eigentlich so, wenn das Spiel nicht durchspielbar ist oder so. Dann gibt dir der Randomizer eigentlich einen Error. Gibt es einen Bereich hinter der Scheinwand, wofür du den Ring brauchst? Vielleicht etwas wie eine Nebelwand? Äh, ja, da ist halt eine Nebelwand zum Boss. Die habe ich schon benutzt, ja. Töte mal die Feuerhüterin. Töte mal da hinten die Mimik. Und dann gucke ich in den Spoiler-Lock. Ach ja, sie ist jetzt oben, ne? Scheiße. Moment, geht jetzt ihr Bonfire? Sie ist jetzt nicht mehr hier. Jetzt geht die Bonfire. Einmal hinsetzen, damit wir uns hin porten können. Wollen wir noch in den Wald schauen? Sicher, dass da eine Nebelwand war? Hinter dem Baum? Aufzüge habe ich schon von beiden Seiten. Also wir meinen nicht die ganz normale Nebelwand. Wenn man einfach nur den Weg runterläuft. Okay, mein Schild ist schon mal weg. Wir meinen jetzt nicht die normale Nebelwand, wenn man einfach ganz normal von André runterläuft. Wenn man da an dieser Tür vorbeiläuft, die nicht aufgeht, wenn man das Medaillon nicht hat und dann die Straße weiter runterläuft, dann kommt eine Nebelwand. Über die reden wir gerade nicht. Weil die habe ich schon. Ja, der Zauberstab war kurz gruselig. Das ist irgendeine Keule oder so. Von beiden Seiten, ja. Ich meine hinter dem Baum, der verschwindet, muss einer sein. Okay. Jetzt dann die nächste Frage. Wie kam ich noch mal in den Teil des Waldes? Ich war doch heute schon drin. Mehrmals. Wie kam ich da noch mal hin? Höhe, falsche Zeit. Höhe, falsche Zeit. Das ist der Ring. Das ist der Ring. Äh, scheiße, das ist der Ring. Rip. Meine Leben ist halbiert. Ich habe nur noch 50 Prozent Leben. Solange ich diesen Ring trage. Bei Wendelin meinst du? Kriegst du auch eine Waffe dafür? Ja, ich mache jetzt mehr Magie-Schaden. Jetzt kann ich zaubern. Mehr Leben, mehr Leiden. Ja, ich mache immer in die falsche Richtung. Ja, einen Zauberstab habe ich ja schon. Achso, nein. Das meinst du? Nee, bei Wendelin-Bosskampf hatten wir schon sehr, sehr early. Da war Ornstein drin. Das dreht es von der Nebelwahl, dass die mich in den Wald zurückbringen. Ja, Hallöchen. Was geht ab, dieser? Boah, wie kam ich in den Wald? In den Wald vor dem Schmetterling. Ich war da heute drin. Mehrmals. Wie bin ich da reingekommen? Wie bin ich da reingekommen? Du musst nur zur André, von da aus kannst du eigentlich zu dem Spot den, den Stone Mind. Da ist eine Nebelwand dazwischen. Da ist eine Nebelwand dazwischen. Aber die Nebelwand ist doch gemeint, oder? Ich dachte, ich soll den scheiß Baum kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Mit dem Baum. Keine Ahnung. Ich dachte, da ist ein Baum in dem Raum, wo der Schmetterling ist. Also in dem Raum, nicht in dem Raum, wo der Schmetterling ist, aber in dem Waldgebiet vor dem Schmetterlings-Bosskampf. Da gehst du ja in diesen Bereich rein und dann kannst du rechts in diese Höhle rein, wo es Richtung dem Wolfsring geht und nochmal rechts an der Wand entlang ist ein Baum, den man kaputt machen kann. Ich dachte, über den Baum redet ihr. Vor dem Schmetterling-Kampf, den meine ich. Vor dem Schmetterling-Kampf, den meine ich. Ja, genau. Und da kann ich nicht einfach durchlaufen, weil da ist eine Nebelwand voller. Deshalb, wie bin ich da hingekommen? Ich war doch heute da. Das war von Isar Leaf aus, glaube ich. Ich habe dafür keinen Teleportpunkt. Also ich kenne die Fock-Gate bei dem versteckten Bonfire Richtung Schmetterling. Genau. Darüber reden wir nicht. Sondern hinter der Fock geht. Da ist ein Baum, den man kaputt machen kann. Da kommt man in so einen Abschnitt. Ich habe nicht das Amulett von André. Ich habe das Gefühl, jeder redet von euch hier gerade von einem anderen Ort. Also Stone, Draghi und Majin. Ich habe das Gefühl, ihr redet alle drei von einem komplett anderen Ort. Nein, es geht nicht um das Amulett und die Tür. Immer noch nicht. Können wir jetzt erstmal kurz darüber reden, wie bin ich in dieses Waldstück gekommen vor dem Turm vom Schmetterling? Erstmal darüber. Bevor wir jetzt diskutieren, wer von euch über was redet. Du hast es gefühlt. Ja, und du hast zugeschaut. Ich weiß, welchen Weg er meint, da es definitiv keine Fock geht. Ich kann euch gerne, damit ihr versteht, worum es hier geht. So. Hier ist das versteckte Bonfire im Wald. Hier ist diese Tür, für die man ein Medaillon braucht. Und hier geht es einen Gang runter. So, wenn du diesen Gang hier runter gehst, dann geht es ja noch hier so seitlich rein. So. Und hier ist eine Nebelwand. So. Diese Nebelwand wird nicht gemeint, sondern in dem Bereich dahinter, also hier jetzt wieder von dem das war jetzt die Nebelwand, die ich gezeichnet habe. Hier ist so ein großer Raum. Hier ist der Turm vom Schmetterling. Hier geht so eine Höhle rein, wo man dann zum Wolfsring kommt. Und irgendwo hier steht so ein Scheißbaum, der fake ist. Und den kann man angreifen. Dann kommt man hier noch in einen kleinen Bereich. So. Und Stone meint, er glaubt, hier ist irgendwo eine Foggate. Da drin. Kevka meint, da ist keine Foggate. Über diesen Bereich reden wir hier. Über diesen Scheißbaum. Nicht über die Nebelwand davor und auch nicht über das Medaillon. Amulett. Aber ich habe vergessen, wie ich vorhin in diesem Waldstück war. von dem Baum aus kommst du zur Höhle mit dem Wolfsring. Okay, Kevka redet jetzt wieder was anderes. Ich war vorhin bei dem Wolfsring. Ich habe keinen Baum kaputt gemacht. Außer der Baum wird als Randomized Gegner genommen. Und er wurde gerandomized und deshalb stand bei mir kein Baum. Da muss ich jetzt komplett wieder laufen von, weil keiner den Weg mehr kennt. Müssen wir komplett wieder von hier aus laufen. Der Wolfsring ist hinter dem Baum, das ist richtig. Jetzt sagen zwei Leute, dass der hinter dem Baum ist. Weil ich war definitiv beim Wolfsring und da war keine Nebelwand. Jetzt sagen zwei Leute. Ja, wir gucken in Spoiler-Log. Ich hoffe, ich habe einen Spoiler-Log. Weil ich habe sonst keine Ahnung. wo wir noch eine Nebelwand haben. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir eine Nebelwand haben. Ich könnte schwören, wir haben alle. Außer es ist irgendeine random Nebelwand, die so eine PvP-Wand ist, die man Vanilla-Spielen nicht sieht. Außer du wirst invaded. Ja, Birko, ich habe auch Hunger. habe ich einen Spoiler-Log. Seed-Info. Okay, coole Difficulty. Difficulty unfair. Ah. Hints-Sheet. Das sind für die Key-Items. und das ist das generell alle Items. Fock-It. Da ist nur eine Readme. Ich glaube, wir haben für Fock-It kein oder ist es das hier. Painted World, ne, Darkwood. Ist es das hier? Wie suche ich denn jetzt nach Fock-Kings? Schreibe ich einfach jetzt Fock-Kings? Was? Comment, be nice, don't have Boss-Flag, since fight cannot be escaped. Text to Fock-Kings. Junge, wieso ich? Ey, schon wieder so ein Spoiler-Log, wo man halt nichts checkt, ne? Ich check da gar nichts, Chad. Habst du mir wie die geschaut? Wie ich in den Wald gekommen bin, meinst du? Jakobst. Ich kann hier nichts auslesen. Imagine ein Fock-Gate Spoiler-Log machen, der nicht komplette Katastrophe ist. Oh, nee, das ist er, glaube ich. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Wie heißt die Arena von den Kings? Heißt die Arena nicht irgendwie Abgrund oder so? Wie heißt die auf Englisch? Oh, ich muss nach unten so runden. Die heißt einfach nur Abyss. Boah, Jakob, du kichst mir gerade mega auf den Sack. Four Kings. Boah. Ja, steht wirklich auf, wirklich einfach nur Abyss. Nee. Wieder nach oben. So, wir haben hier einen Four Kings Eintrag. From New Londo lower to Four Kings. Kommt man zu Duke Seaf raus? Ja, das ist richtig. Da waren wir drin. From Burg start near Drake and Count in Upper Burg to New Londo stairs to Four Kings. Oh mein Gott, ich hab die Nebelwand vergessen. Oh, oh mein Gott. Ich, oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott. Chat. Die eine Nebelwand, die ich die ganze Zeit schon gesagt habe. die ganze Zeit, wenn es darum ging, das Wasser abzulassen, habe ich immer gesagt, diese eine Nebelwand, die nicht funktioniert, weil man eine Nachricht bekommt, dass erst Wasser abgelassen werden muss. Ständig sage ich, wir haben diese eine Nebelwand, die können wir erst machen, wenn Wasser weg ist. Die ganze Zeit, wenn ich über dieses dumme Wasser rede, erwähne ich diese dumme Tür. und jetzt ist das Wasser weg und ich habe sie vergessen, dass sie existiert. Oh Mann. Oh Mann. Ist das dumm. Ja, jetzt mit halbe Leben? Die hier. Arschloch. Die ging nie. Oh Mann, ist das dämlich. Ach, du Scheiße. Also, ich könnte jetzt den Ring wegmachen, dann haben wir wieder full life, weil ich muss jetzt den Ring ablegen. Aber die Regel besagt, ich muss eigentlich den rechten Ring weglegen. Weil ich muss jetzt einen Ring anlegen, sonst kann ich da unten nicht laufen. Da wären wir niemals drauf gekommen. Irgendjemand, irgendjemand, der das VOD jetzt gerade schaut, irgendwie ein paar Wochen später, sitzt da und schreit die ganze Zeit den Bildschirm an. Die Deine Tür, von der du die ganze Zeit geredet hast. Okay, wer kommt hier? Chat, was ist das? Hä? Das ist Artorias. Ach, leck mir die Eier. Artorias ist im Abyss-Chat. Artorias ist im Abyss. Er ist unsichtbar und ich bin mit meiner aktuellen HP One-Hit. Ich weiß nicht, wie sehr unsichtbar ist. Wahrscheinlich kann irgendwie in der Arena nicht richtig dargestellt werden. so. Wie war das mit der Schwierigkeit da Wunsch her? Weißt du, ob der Ring jetzt kommen müsste, Chat? Oh mein Gott. Kann man Artorias parieren? Kann ich einfach Parry sparen? Aber das ist wieder Lore Weiß ganz cool, ne? Dass der im Abyss ist. Eigentlich Lore Weiß wieder cool. Ich kann theoretisch weiter Items suchen und hoffen, dass ich einen Ring finde. Aber Ringe sind schon eher weniger vertreten und ich werde sowas von eine Waffe finden und diese wundervolle Waffe verlieren. Ich habe halt keine Ahnung, wieso der unsichtbar ist, wenn er wenigstens sichtbar wäre. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ihn kämpfen kann, auch wenn ich full life wieder hätte, ohne bin nicht bei allem Waffe. Ich sehe ihn halt nicht. Stimmt, Patches hat einen Holz Maserring verkauft. Wir gehen zu Patches. Du hast recht. 15 K kostet der. Aber dann muss es damit es wieder stimmt muss der ja noch schnarr ich nicht so. Seelen abholen jetzt ja kann man awaken ich kann jetzt Bosse besiegen ohne sie zu sehen mit ner fett roll zum Frühstück also gucken tack kann jetzt hätte ich jetzt keine fettroll würde ich jetzt so coole flick flachs machen mein verkaufte vielleicht auch noch coole schuhe aber ich glaube meine schuhe wiegen sehr viel wenn die weg sind vielleicht würde ich schon flick flachs machen 6 9 es geht eigentlich so schwer sind die rafel wie viel er verkauft schuhe mit 6 5 kannst du nicht generell leichte rüstung kaufen hier ist halt gerandomized ich weiß ja nicht wer die verkauft ich habe mir jetzt nicht alle shops gemerkt der bruder hier ok er will nichts mehr verkaufen dann muss er sterben vielleicht dobt er mir eine hose grüne scherbe boah imagine das wäre jetzt eine neue waffe gewesen ja äh hier er verkauft eine hose mit 6 9 auch zu schwer meine füße werden geleckt danke biako das eine leichte hose jetzt schon mal keine fat roll 6 rüstung das eine 15 rüstung 1 18 18 der helm ist 14 die handschuhe sind auch 18 beim helm könnte ich jetzt ein bisschen noch sparen immer noch keine schnelle rolle ich brauche wahrscheinlich ein leichtes oberteil und auch dann wird es wahrscheinlich immer noch schwierig weil die waffe viel wiegt bei den typen da hinschauen einmal hast auch wenig ausdauer jo hatte nicht so viel Zeit nicht so viel level Zeit da rein zu leveln weil ich musste schnell damage und leben boosten aber jetzt schon mal keine fat roll das ist schon mal ein sehr gutes upgrade um bei artorias zu dodgen keine fat roll ich habe wieder vernünftig leben das sieht schon um einiges angenehmer aus nee ist auch zu schwer nee na ist egal lass was machen passt schon äh der beschleuniger ist schwer 2,5 der geht so schlimm ist er nicht ok lasst uns artorias schlachten by the way der zweite in dem run bevor wir in schlachten gehen wieso habe ich hier keine 20 estus warum der zweite ja der randomizer hat mir den zweiten gewinnen ich frage mich ob wir jetzt mehrere artorias haben werden werden ist das jetzt nur ein artorias das ist die 4 kings normalerweise teilen sich 4 kings eine lebensleiste und wenn du dem einen genug schaden gemacht hast dann stirbt er und er spawnt der zweite das wäre jetzt crazy wenn das jetzt auch so wäre nur mit 4 artorias wär schon funny 4 unsichtbare artorias und wenn ich zu langsam bin dann sind ja alle vier gleichzeitig da boah geil geiler randomizer geiler sieben diese dumme fixe ja ich dachte ich springe direkt runter dann muss ich nicht die ganze diesen dummen weg runter laufen im kreis wenn ich das vorsichtig mache dann falle ich bestimmt perfekt durch ey kommt schon jungs was ist dieser chip damage bleib ruhig das hat man hier nicht so runterfallen kann doch kann man ok die die so scheiße aus die sehen so scheiße ist trifft er mich Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll, wenn ich ihn nicht sehen kann, Jack. Keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll, wenn ich ihn nicht sehen kann. Der Gersich könnte versuchen, immer wegzurennen und seinen Sprung zu baiten. Der Sprung, mit dem er mich jedes Mal trifft. Momentan. Aber dafür dann das richtige Timing finden. Und dann immer wegrennen und den Sprung baiten und dann immer einen Schlag machen. Dieses Threat würde vielleicht nur funktionieren, wenn es nicht vier Artorias Assessor gibt. Wenn es vier Artorias Assessor gibt, haben wir ein Problem. Haben wir ein sehr großes Problem. Das Artorias Quartett. Das Artorias Quartett. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Jett hat eine eigene Lebensleiste, da wird ein Fiatorias erkommen, der hat über dem Kopf eine eigene Lebensleiste, da ist ein Thief gespawnt. Moment mal! Moment mal, ich glaube, die machen sich gegenseitig Damage. Die machen sich gegenseitig Damage. Die ficken sich gleich gegenseitig weg und ich kämpfe gegen den, der überlebt. Warum sollten sie das tun? Ja, weil das der Randomizer ist. Die sind ja normalerweise nicht in einem Raum. Wir hatten jetzt schon mehrmals Bosse gehabt, die zusammen in einem Raum sind, weil es Doppelbosse ist und die machen sich gegenseitig Damage. Hatten wir vorhin auch gehabt mit Quelag, die ihre eigenen Hunde tötet. Boah, was kommt denn da jetzt noch? Als die anderen Bosse. Was kommt denn da gleich noch? Ja, okay, jetzt spammt er nur noch den Stich, den ich absolut nicht erkennen kann, wenn er weitergeht. Okay, ein neues Strat. Ich renne weg. Ich renne weg und warte, bis Thief spawnt. Kalamed Manus. Also Kalamed wäre wirklich schrecklich. Also Kalamed wäre vielleicht aber auch hilfreich. Kalamed spammt dieses scheiß Feuer. Sehr breitflächig. Du dummer Huren. Spammt hält das Feuer sehr, sehr breitflächig und könnte mir vielleicht sehr gut dabei helfen, die alle zu töten. Aber wenn die sich kein Damage alle machen und ich muss die wirklich normal bekämpfen, dann wäre Kalamed der schlimmste Albtraum. Okay, ich renne weg, ich renne weg und warte auf Thief. Wo ist der Schmock? Wir müssen unbedingt testen, ob das überhaupt geht mit dem Damage gegenseitig, bevor ich überhaupt die Stratz mache. Die machen sich gegenseitig Damage. Versage! Scheiße! Ich muss einfach nur in ihm drinstehen und Atorias reinbaiten. Hehehehe! Was sind diese Schattenhände? Chat, was waren das für Schattenhände? Habt ihr gerade die Schattenhände gesehen? Hä? Hä? Da waren Schattenhände! Nee, nicht Manus! Die waren so halb durchsichtig. Die so seitlich aus Thief rechts und links raus kamen. Auf seinem Buddy, ne? Yeah, ich gewinne, wenn die Leiste leer ist. Deshalb, es war fast geschafft. Wir müssen das gleiche nochmal machen, nur ich darf nicht am Ende one-hitted werden, wie gerade eben. Wollen wir schauen, was noch für Boss gespawnt? Da ist ein dritter gespawnt, da waren irgendwelche Schattenhände. Oh, was noch ein dritter gespawnt? Was ist das für ein Switch-Geräusch? Hat er das Switch-Geräusch? Ach, Scheiße. Ich drücke vier... Ah, mein Gamepad ist aus. Mein Gamepad ist aus. Mein Gamepad ist an. Ja, Digger, was ist das denn? Wo waren die 4 Kings in dem Rando? Bisher haben wir keine gesehen. Einen habe ich gesehen. Aber der hat nicht angegriffen. Der stand... Der war anstatt dieses Drachen, der die Brücke so die ganze Zeit mit Feuer bespuckt. Anstatt des Drachen, der da Feuer spuckt, stand er. Ja, war das krass, dass ich eigentlich noch überlebt hatte. Mein Gamepad ging aus. Der Charakter ist einfach nur noch geradeaus gelaufen. Und... Ich habe es noch überlebt. Ich habe es noch überlebt. Ich hasse diesen Hollow hier. Ich hasse diesen einen scheiß Hollow hier. Wieso steht er da? Wäre das Dark Souls 2, hätte ich ihn jetzt 10 Mal getötet, damit er nicht mehr respawn. Okay. Ich brauche nochmal so viel Glück. Ich muss auf jeden Fall hinter... Hinter Thief laufen. Weil wenn ich hinter Thief bin, dann fängt er an, seinen Schwanz zu spammen. Seinen Schwanzangriff zu spammen. Und das macht Artorias komplett weg. Artorias vergisst in dem Moment seinen Namen. Er weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Er weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Ey, dieser dumme Stich. Brä ist hier. Ey, ich höre dir auch mal dieses dumme Switch-Geräusch. Hört ihr auch immer dieses Switch-Geräusch, wenn er spawnt? Oder bin ich dumm? Ja. Nee. Immer wenn er spawnt, kommt so ein... Wo kommt das Switch-Geräusch? Ich glaube immer, wenn ein Freund online kommt oder so. Irgendwie sowas. Wenn eine Benachrichtigung bei Switch kommt. Geräusch. Die Bauarbeiten dich ja so gerade, dass du deinen Namen vergisst. Ich weiß bei der Ball gar nicht, wie ich heiße. Keine Ahnung. Hab schon vergessen. Schon vor langer Zeit. Ja, Thief ist der Freund, der online kommt. Achtet jetzt mal. Wenn er spawnt. Da kommt so ein... Das ist ein Switch-Geräusch. Ja, okay. Hallo, guten Tag. Wo ist er hin? Seine Aura ist sogar weg, Chad. Ach so, jetzt sieht man ihn gar nicht mehr. Ah. Okay, cool. Fair. Jetzt hat man nicht mal seine Aura gesehen. Geil. Hey, lass den Randomizer noch schwieriger machen. War doch viel zu einfach bisher, oder? Jetzt konnte ich euch leider das Switch-Geräusch nicht mehr zeigen. Dann cool hat mein Google getriggert. Okay. Okay. Wieder. Cool. Ging nicht nochmal. Hey Google. wir haben es gleich jetzt sieht man ihn wieder mein bester freund sie muss auf der switch online kommen habe ich es gehört dieser dumme Hurensohn wie er nicht stehen bleibt wie er sich die ganze zeit dreht ich fick gleich mich weg wie er sich die ganze zeit dreht und nicht angreift er guckt uns einfach nur zu anstatt mir zu helfen spring gleich einfach ist ja scheiß voll los ey hier Junge ich habe seinen Schwanz sowas von gekuschelt es ist auch so weird da stirbt doch jemand immer wenn ich hier reinkomme da ist die Kröte das ist so scheiße dämlich dass der unsichtbar ist ich suche die Switches an diese dumme hässliche Scheiß-Echse er greift nicht an ich könnte dafür es restliche nicht an dass der k이� Tudo delt hält hat das so geil diskutiert ja nicht an dass ich nicht du denkst gelзд Ich muss halt irgendwie schaffen, wenn er, wenn er, wenn er kommt, irgendwie hinter ihm herkommen. Einmal schlagen vielleicht? Ich hab, glaub ich, mich grad eingeschissen. So gut, das war einfach ein Wutschiss. So gut. So gut. Hey Junge, da muss irgendjemand das beim Randomizer patchen, so geht das nicht, da muss das irgendeiner patchen. Entweder Artorias rausnehmen aus dem Pool für Four Kings oder, äh, keine Ahnung, meinen dicken Schwanzlutsch, weil das geht nicht, was ist das, er ist einfach unsichtbar. Was ist das denn für eine dumme Kacke? Ey, wenn er jetzt vier verschiedene Bosse, äh, also, wären alles fein, aber du kannst mir doch nicht einen davon unsichtbar machen. Ja, vor allem nicht Artorias. Weil Artorias ist noch okay, weil er hat wenigstens eine Aura, dass du ihn wenigstens daran erkennst, aber wenn Artorias nicht da ist, äh, wenn es jemand anderes ist, holy shit. Ich gucke nicht in die Vergangenheit. Ich würde in die Vergangenheit schauen sollen. Switch. Ja, trifft er mich einmal, ist vorbei. Sobald er mich einmal trifft, bin ich halt gestagert, muss mich heilen, aber weiß nicht wann und wie ich mich heile, weil ich ihn nicht sehe. Ja, das ist das Schlimmste, ne? Das ist gerade hier der Schlimmste. Diese Holos, die sind wirklich der Schlimmste. Die geben ihm wirklich komplett den Rest. Vielleicht sollte ich wirklich noch irgendwie nach einer Rüstung suchen, die leichter ist, dass ich eine Fast-Roll habe. Aber ich weiß nicht, ob das mit der Waffe geht, bei so wenig, äh, Ausdauer. Aber die Waffe ist schon recht schwer. Okay, ich glaube, wir haben wieder einen Try, ne, ich würde schon sagen, wir haben wieder einen Try, wo er komplett unsichtbar ist. Ja, ist vorbei. Ich kann nichts mehr machen. Das ist einfach wieder nur Glück. Wieder RNG-Glück. Ey, diese eine Try, ne? Der war so gut. Was hat mich da getötet, ey? Ich glaube, das war wirklich der Torias, der mich getötet hatte. Ich glaube, der hat ja noch gelebt. Die haben beide, glaube ich, mehr Leben als der Balken da unten. Nicht so wie 4Kings, dass es aufgeteilt ist. Nicht so wie 4Kings, dass es aufgeteilt ist. Der Stich. So weit weg? Ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm, Shad. Er hat ihn getroffen. Achso, wie er ist, kommt. Ich hätte nicht angreifen sollen. Ich hätte einfach rennen sollen. Er macht den Laser nach hinten. Junge, mach doch deinen Schwanzangriff. Wieso macht er den Schwanzangriff nicht? Mach doch nicht den Laser! Das war wieder sehr gut, ey. Ich hätte nicht schlagen sollen. Ich habe geschlagen. Ich hätte nicht schlagen sollen. Ich hätte weiterlaufen sollen. Dadurch, dass ich geschlagen habe, bin ich stehen geblieben. Artorias hat mich eingeholt und hat mich gedamaged. Ich hätte einfach rennen sollen. Und dann kam auch dazu, dass Thief sich noch weiter gedreht hatte. Und dann eher seitlich vor mir stand, als mit seinem Arsch zu mir. Ich hätte wirklich nicht schlagen sollen. Ich habe Angst bei der Pyro-Hand. Ich habe Angst, dass die in die rechte Hand kommt. Ich weiß nicht, ob Pyro-Hand nochmal ein eigenes... Ich weiß schon. Eine eigene Regelung hat, dass es in die rechte Hand kommt. Weil das ja recht einzigartig ist. Ich habe Angst, dass es in die rechte Hand kommt. Ich habe Angst, dass es in die rechte Hand kommt. Was für Vergiften... Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Erstmal Artorias vergiften. Hmm. Untertitelung. BR 2018 Wissen wir überhaupt das Artorias ist, Chat? Wir sehen ihn nicht mal. Vielleicht ist das gar nicht Artorias. Vielleicht ist es jemand anderes. Vielleicht ist es... Ah, Junge, er ist vorbei. Er bleibt stehen oder so. Jetzt muss ich mich heilen. Er springt von oben. Kann er denn bitte stagern oder so? Töt ihn, töt ihn, komm schon, töt ihn, töt ihn, schwing nochmal mit deinen dummen scheiß Schwänzen, du dummer kleiner Wicht. Ich hätte ihn schon längst geschafft, ne? Da würde ich ihn sehen. Das macht das so schwierig, wenn du nicht ihn siehst. Ich kann nicht mal richtig einschätzen, wie weit er von mir entfernt ist. Geht schon ein Schwanz. Mich interessiert der dritte Boss nicht. Ich will einfach nur, dass Thief sich selbst und Artorias umbringt. Ich bete einfach nur, dass er es schafft. Und dafür muss ich halt lang genug überleben, damit das klappt. Ich will ihn halt gerne anvisieren. Dann kann ich ihn besser abschätzen, wie weit er weg ist. Aber wenn ich ihn anvisiere, dann kann er nicht vernünftig sprinten. Dann kann ich ihn anvisieren, wie weit er ist. Er dreht sich, dreh dich doch nicht, schlag doch mit deinem Schwanz. Ich bin voll drin, ich bin voll drin. Er macht seinen Schwanz nicht, Mama! Wer ist dahinten? Ah, Nito! Danke. Er könnte jetzt vielleicht zwei gleichzeitig treffen und mehr Damage machen. Wenn er angreifen würde! Da, die Hände! Das sind wieder Schattenhände! Da! Ach, das ist der Schatten einfach von seinen eigenen Händen! Leute! Also wenn er mit den Schwänzen nicht schwingt, dann ist das nicht machbar. Aber er muss mit den Schwänzen schwingen. Und damit er schwingt, muss ich halt hinter ihm stehen. Aber irgendwie macht er das nicht. Vielleicht muss ich draufhauen, damit er schwingt. Aber wenn ich halt draufhau, dann bleibe ich stehen. Und wenn ich stehen bleibe, dann... Das wäre geil! Das wäre geil! Das wäre geil! Ich wünsche mir Kalamed! Kalamed wäre wirklich geil! Kalamed macht Feuer und alle sterben! Kalamed wäre so nice! Also ich sterbe auch, aber... Die sterben zuerst! Vor allem bei Steve, ne? Kalamed würde da so mies reinschießen in Steve. Äh... Kampfhälen sind vorbei. Das ist halt super schwer, wenn du ihn nicht siehst. Er macht halt immer so ein Salto immer. Mehrmals hintereinander. So ein Salto, bumm! Salto, bumm! Salto, bumm! Aber wenn du das halt nicht siehst, ne? Poah... Boah! 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 Ooh! Boah! GoAT! GUSB, BOAT! Gute Nacht! Ciao Ciao! Was, ein beschissenes Königreich eigentlich, oder? Nito, Siv und Atogas sind die Könige von den Vieren. Wer stirbt hier immer am Anfang? Ist das einer der vier, der immer am Anfang stirbt? Oder ist es ein Geist, der hier runterfällt? Ist weg gelasert. Danke für nichts. Ja, das stirbt jedes Mal am Anfang einer. Jedes Mal. Irgendjemand stirbt da immer. Und gerade bin ich schnell genug gedroppt, dass man sogar ihn sehen konnte, wie er despawnt. Ja, ich finde auch, der Switch-Sound ist praktisch. Dann weißt du direkt, wann das Team da ist. Jo, Mikaya. Gute Nacht. Ich höre den immer noch nicht. Junge, der ist voll laut. Aber ich glaube, da muss man ein Gamer sein, um den rauszuhören. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Er macht den Schwanz an Artorias macht seine Schwanz-Scheiße Er trifft Artorias einfach nicht, ne? Er trifft Artorias einfach nicht Junge, ist Artorias auf einmal ein Gnom geworden oder was? Komm, Artorias trifft auch Sieb nicht, ne? Was ist das für eine Müll-Scheiße? Hey, Nito Cool, er macht den Stich von unten Bitte töte ihn, bitte töte ihn Bitte töte ihn Bitte töte ihn, bitte Das ist keine Fürstenseele Okay, ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Was, ich hab, also Ja, dann werden wir wohl es heute nicht beenden, Chat Ich hab diese Bonfeier hier nie funktionieren, ne? Schade Ich hatte gehofft, dass er eine Fürstenseele droppt Und dann können wir zum Endboss Aber Hat er nicht Das heißt Wir müssen jetzt wieder losziehen In die ganzen Gebiete, wo mir noch Items fehlen Wo ich noch nicht Items gesammelt habe Wir haben auf jeden Fall einige Orte Mit Items Weil wir haben jetzt alle Bosse besiegt Es gibt keine Bosse mehr Außer den Endboss Wir haben alle Bosse down Und wir können nicht zum Endboss Aber was ist dann nun eigentlich hinter dem Gemälde? Ich denke, es ist so wie mit dem DLC Ich denke, da wird nichts bekommen Also ich denke mal, das ist keine Nebelwand Man wird einfach nur im Gemälde rauskommen Ne, in der gemalten Welt drin selbst waren wir schon Nicht ganz, aber Ne, stimmt, Chat Es muss noch eine Nebelwand geben Wir waren Hier Weil wir waren in einem Gebiet Waren wir noch gar nicht Hier ist Hier ist Hier ist Priscilla in der Arena Hier ist ja diese lange Brücke Dann ist hier dieser große Turm Hier ist ja dieser Friedhof da Gedöns Hier ist noch dieser Dingens Hier ist so ein Brunnen Und hier ist das Anfangsgebiet So Was irgendwie so seitlich so geht So Und Wir sind durch das Ganze Wir sind hier gewesen Hier rumgegangen In den Turm rein Und Die Nebelwand hier benutzt Und die hat mich aber wieder hier rausgespuckt Irgendwas war da so komisch Das heißt wir waren niemals in diesem Gebiet hier Und da sind auch einige Items Einige Wenn ihr versteht Was ich meine Ich weiß nicht Ob es da einen anderen Weg gibt Da rein zu gehen Irgendwie einen Skip Irgendwie da reinjumpen Ich kann es euch von oben zeigen Was ich meine Dafür musst du doch in den Keller Von der gemalten Welt, oder? Ja und der Keller ist ja bei dem Brunnen Und wir können nicht zum Brunnen In dem Brunnen ist sogar noch eine Nebelwand Hier Hinter der Tür Da müssen wir rein Da ist der Brunnen Und da ist generell noch ein kleines Gebiet Wo es Items gibt und so Der Friedhof Die Wege hoch Die Nebelwand selbst Da unten noch Da, da unten waren wir alles nicht Kann man hier nicht drüber Irgendwie drüberjumpen? Und dann hätten wir da sogar noch eine Nebelwand Ketchup Jumpen runter Es geht lol Das geht ja wirklich Das wusste ich gar nicht Ich hab das nie gemacht Ich hab das auch nie irgendwo gesehen Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist Hey lol Macht man das so normalerweise? Guckt euch das an Das sind alles Items Der droppt mir den Helm Keine Scheibe Es sah so gewollt aus Das war nice, ne? Okay, das war's Der Run ist vorbei Ja, das ist okay Das ist okay, Chef Wir haben jetzt natürlich die super nice Waffe verloren Die super starke Waffe Aber Wir haben nur noch einen Boss Den wir machen müssen Und für den einen letzten Boss Für den Können wir uns eine Waffe kaufen Die Drachenwaffe In Sense Fortress Da gab's noch ein Drachengroßschwert Das kaufen wir uns dann Und damit machen wir den Endboss Wir müssen halt nur jetzt Items suchen Und die Fürstenseele finden Das ist so gerade das Main Ding Das mit der Waffe ist egal Ich hab auch einige Drachensteine gesammelt Wir können dann sofort die Drachenwaffe auf Max leveln Arschloch Aber du musst dich durch den Keller kämpfen Ja, das ist true Der Keller könnte jetzt echt ätzend werden, ne? Weil im Keller sind ja jetzt Anstelle von Den Rädern Anstelle von den Rädern Jetzt wahrscheinlich Irgendwelche Gegner Die mir den Weg blockieren Bei den Rädern Konntest du ja wenigstens ausweichen Geil Eisengrohle im Rüstung Ich komme Geil Geil Smogs Stulpen Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Stark. Das ist gar nicht so schlimm hier gerade. Könnt es schlimmer werden. Moin. Kannst du da weggehen? Ich muss da hoch. Ich muss da weggehen. Ich muss da weggehen. ja gleich ja der droppt glaube ich der droppt glaube ich also ursprünglich der typ der hier steht keine ahnung ob der jetzt mir eine fürstenseele droppen würde die jahre aber den helmen unser tor Goldner Schlangenring? Ups, das wollte ich nicht. Wolltest du ihn gerade backstab mit der Armbrust? Nein, wollte ich nicht. Alter Hexenring. Ich hab doch das Tor aufgemacht. Krieg ich das hier runtergeschossen? Ja, getroffen! Ist das alles dumm. Ist das alles dumm. Yo, Hexenring ist so geil gerade, ne? Ja, wieder was gelernt, ne? Dass man da so drüberjumpen kann. Über den Zaun ist einfach geil. Ich wär auch geliebt einfach. Wie ich einfach kein Damage von denen bekomme? Wie runterskaliert sind die denn bitte? Hä? Wieso bin ich hier, Chat? Ah ne, wir sind nur von der anderen Seite gekommen, ja. Ja, Pinwheel ist schon tot. Wir kamen von der anderen Seite zur Pinwheel. Stimmt, Hexenring müsste eigentlich wieder weg sein, ne? Da ist er eigentlich schon weg. Ich hype ihn einfach nur so. Ähm, musste man nicht noch irgendwie zu der Geloot von hier aus kommen? Hier war ja ursprünglich irgendwo ein Weg zu der Geloot. Wisst ihr, was ich meine? Zu dieser okkulten Blut oder so? Ich glaub ich krieg niemals klar, es tut mir leid. Ah, hier ist die okkulte Blut. Hier. Großschwertes Grabfürsten, Vernichtung beginnt. Großschwertes Grabfürsten, Vernichtung beginnt. Das Nitus Schwert. Chat, pass auf. Und jetzt unten anstelle von der Geloot ist da jetzt die Fürstenseele. Wir gehen mit Nitus Schwert zum Endboss. Boah, Finale. Traumende. Die, ich beiße mir in den Arsch. Äh, ja, ich glaub jetzt hab ich wirklich alles hier gesammelt. Ja, der, der Schild musste jetzt nicht sein. Warst du bei diesem Turm? Also im Turm drin war ich ja. Stimmt, hier oben noch. Das ist hier der Farmpunkt für die Covenant Items gewesen. Hey, lachender Hut. Der steht mir ziemlich gut. Okay, das war's. Ich hab ein cooles Schwert gehabt. Schade aber auch. Das war echt ein sickes Schwert. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich wollte nur kurz schauen, ob da oben etwas ist, bevor ich runter springe. Schade. Jetzt sind wir wirklich fertig. Mann, ich hätte, solange ich eigentlich die Schwarzritte Hellebarde hatte, hätte ich eigentlich diese eine Mimik töten sollen, den Anolondo. Also, die verteidigt wird von diesem einen DLC Gegner. Na. Weil die droppt ja auch noch ein Item. Oh, Moment, warte. Wir gehen nochmal nach unten. Äh, zu dem Schwarzritter. Im Brunnen. Weil wie gesagt, sein... Im Vanilla ist da ja so ein Feuerspucker, der einen Zauber droppt. Ich weiß, das heißt halt echt nicht, wie gründlich wir jetzt sein müssen, Chat. Ob das wirklich so sein kann. Also, dass theoretisch so ein random Gegner das droppen kann. Dann habe ich ein neues Schild bekommen. Oh! Mit dem Schwer zusammen, ah. Ach! Ach! Was hat der getroppt? Irgendwie gar nichts. Da ist er jetzt doof. Da war noch eine Wand. Da ist, glaube ich, ein Boden fertig. Da gibt es, glaube ich, noch nichts mehr. Wir haben alles gesehen, oder? Oder habt ihr hier noch ein Siegwerk? Ich glaube, ich habe schon alles. Oh! 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 Brandbombe! Alter! Endlich! Das ist ein Labyrinth! Das ist ein Labyrinth! Da ist er wirklich erklärt. Ich bin jetzt vielleicht. Ich bin jetzt fertig. Ich bin fertig. Und die werden respawnen, wie es aussieht, ja. Ich kann ihn nicht deportieren. Ja, Schuhe gibt ja Sinn. Macht das Game noch heute fertig? Ähm, gerne ja, aber ist sehr schwer gerade. Ich könnte noch bei der Krähe ein paar Items tauschen. Naja, der ist schon tot. Aber ich weiß nicht, was ich noch tauschen kann. Ich fühle das jetzt nicht, irgendwie eine Liste rauszusuchen. Ja, die, äh, Invader funktionieren irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Moos! Habe ich denn Moos? Meinst du hier soliden Moosklumpen? Und nen Sack? Was für'n Sack? Ach, den Helm! Ich hab so viel, ne, durch den scheiß Randomizer. Was sagt nicht? Ich bin vorbei. Da ist wobei, das ist ganz oben. Amal für Asylum Demon würde man bekommen von nen Sack? Ein Stein. Noch irgendwas? Den anderen nochmal? Stimmt, ich kann auch nicht mehr entweder, wenn der Boss tot ist. Blechrüstung. Cool. Sonnenlichtmedaille. Habe ich schon eine abgegeben? Kann ich die ganzen Münzen abgeben? Menschlichkeit habe ich abgegeben. Prismastein. Du, gib, gib. Okay. Okay. Ach, die sagt doch nein, wenn sie was nicht machen. Kann ich jetzt die Covenant-Items. No, no. No, no. No, no. Menschlichkeit habe ich schon abgelegt. Heimkehrknochen. Wanderflug. No, no. Köderschäle. Leute und Stein. No, no. Ja, jetzt. Einfach nur wildes Rad. Oh. Da sagt sie nichts. Beim weiteren Stand. Oh. Oh. Das ist schon abgegeben. Okay, cool. Nächste Waffe. Nein, nein. Nein, nein. Widerschädeln mag sie nicht. Aber es wäre aber auch nicht crazy, wenn hier einfach ein random Tausch eine Fürstensäle ist. Nein, nein. Das... Ja, I guess. Wir gucken in Spoiler-Lock. Nein, nein. No, no, no. Random Seat. Das ist es nicht. Ach, Mann. Ich habe immer noch nicht diese Large Embers. Eine Very Large Ember ist in Sands Fortress. Oh nein. Dieses eine Item, wo ich bis Ende nicht gecheckt habe, wie ich da hinkomme. Das ist bestimmt, ne? Rite of Kingdom. Hier, Lord Vessel. In den Katakomben, einfach nur Katakomben. Lord Soul, Bed of Chaos, in Anolondo. Und das war's. Okay, ist ja auch noch eine Hintliste. Äh, nicht Lord Vessel, ich habe Verwechsel gerade. Lord Soul. Du müsstest halt wissen, welche dir fehlt. Aber wieso sind hier nur zwei aufgezählt? Large Ember ist in der Undeadburg? Wo habe ich denn da was übersehen? Da sind doch vier. Ne, hier nur zwei. Lord Soul. Zwei Stück. Bei B? Ach, da oben. Ja, ich habe keine Ahnung, welche ich hatte, Chad. Also, vor Kings und Thief hatte ich, glaube ich. Äh, nee, nicht Thief. Ich glaube, A Bed of Chaos. Einer meinte, die in Anolondo hattest du schon. Sands Fortress. Hatte ich schon, hatte ich eine, was ist das denn? Iron Golem, genau. Beim Iron Golem habe ich meine erste bekommen. Genau. Das ist, denke ich mal, mit Sands Fortress gemeint. Undead Parish on Rafter in Room with Fog Wall. Die habe ich auch bekommen, ja. Die habe ich gehabt. Filing Shrine, hidden in Corner, near Graveyard Stairs. Ist das die eine, die ich immer noch nicht geholt habe? Ist das das eine Item, was ich immer noch nicht geholt habe? Weil mich da immer so ein Hund getötet hat? Nein, oder? Nein. 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 Damit die fünf Kisten sind. Nee. Grave Lotz, Graveyard Stairs. Das müsste ja die hier wahrscheinlich gemeint sein. Diese Treppe hier. In der Nähe von der Treppe. Und da hinten ist ein Item, was ich immer, glaube ich, immer noch nicht gesammelt hatte. Nicht hier, oder? Junge, das sieht hier so aus, als würde er mich perfekt wieder runterkicken wollen hier. Nee, beim Fernglas und so, da war ich schon bei den Kisten. Wie gesagt, ich glaube da hinten, bei dem Knochen-Typen. Da habe ich, glaube ich, bis zum Ende hin immer noch nicht gelootet, weil ich immer getötet wurde. Was war das? Keine Ahnung. Ich wollte einen Jumping-Attack machen. Aber hat mir nicht gefallen. Ich bin da irgendwie gestolpert. Oh, da hat sich das Item geholt. Ich treffe nichts. Ich glaube, die Tanke, die hier sind. Oh mein Gott. Ich mache mit dem Drachenschild gar kein Damage. So, bei ihm. Bei ihm lag, glaube ich, immer noch ein Item, oder? Ja, bei ihm liegt ja immer noch ein Item. Nee. Da ist noch eins. Nee. Wasser-Schwert ist ein gutes Schwert, wenn du es upgraden kannst. Ich kann meine Waffen nur bis plus fünf upgraden. Aber er hat sich ein gutes Schwert. Kann man ein Spiel damit durchspielen? Ganz angenehm. Oh, bitte, Jungs. Jungs, lasst mich doch dieses eine Item da liefen. Boah, wer wird der End-Boss sein? Wird das wirklich ein Vor-King sein? Das wird der Toria-Scientist. Wieder. Oder Manus. Ein weiteres Mal Manus. Haben wir ja noch nicht genug gehabt. Kalamed haben wir auch noch nicht genug gehabt, oder? Nochmal Kalamed. Das ist eine Katastrophe hier. Boah, ich spring gleich aus dem Fenster. Mausi. Mausi wäre ein guter Abschluss. Aber wieso steht da geschrieben Near the Graveyard Staircase hidden. In der Ferne ist... Das wäre ja alles nicht hidden, oder? Die liegen ja eigentlich Komplett. Komplett. Manus beschleunigt. Ja, ich habe mich untergekickt. Ich weiß, wo es ist. Okay, ich schieß los. Was ist gemeint mit... Was ist gemeint mit... Mit Pfeilingschrein Hidden in Corner Near Graveyard Stairs. Meinen die damit die Treppe, die schon runter geht zu den Katakomben? Die Treppe? Da gab es noch irgendwas hidden? Was ist das für ein geiler Stab, Alter? Manus-Stab oder so. Ist das, glaube ich, ne? Nein. 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 In der Corner. Ja, nicht mehr. Stopp. Nein. Nein. Ab nach unten. Das beste Scaling aller Catalysts ist aber halbiert die Nutzung. War das nicht Logan Stab auch so? Ich hab's noch alles schon weggelootet. Ich hab's noch alles schon weggelootet. Hä? Was ist denn gemeint? Hä? Viel näher am Feuerbaumschrein. Ah, ich kann Manus-Catalys als Waffe benutzen. Als Nahkraftwaffe. Als Nahkraftwaffe. Über Kaff. Über Kaff. Über Kaff. Was ist Über Kaff? Ich weiß nicht, wie ich's erklären soll. Okay. Du bist fast richtig. Da, wo ist da ein verstecktes Item? Da ist ein verstecktes Item. Nein? Ja, wir gehen jetzt zum Endpost. Ja, aber ich war doch gerade hier in der Ecke. Hä? Oh mein Gott, ich bin bis hierhin gelaufen und nicht weiter. Ach, fick mich doch. Fick mein dummes Arschloch. Heilige Scheiße. Ich wäre vor zwei Streams hier schon gewesen. Der Endpost nennt sich Schlaf. Ja, ab ins Bett dann. Ja, ich war da schon voll oft gewesen. Ich bin da voll oft in die Ecke gelaufen. Aber diesen einen Schritt hat nicht weiter gelaufen. Das kann doch nicht sein. Dass wir dafür cheaten mussten jetzt. Dafür mussten wir jetzt cheaten. Was ne dumme Scheiße. Ja, ähm, wir schauen kurz mal, was der Boss, was wir für einen Boss haben. Meine Waffen, meine linke Waffe ist gerade stärker. Du musst noch Waffe wechseln. Was für Waffe wechseln. Ja, ich will erstmal schauen. Vielleicht brauchen wir dafür gar keine Waffe. Vielleicht ist er jetzt Pinwheel. Ich war mir so sicher, dass du das Item hast. Ja, ich war mir auch sicher, dass ich Feuerbahnsteinen komplett abgegrast habe. Wir werden schon längst fertig. Crazy, oder? Dass es da einfach so random in der Ecke liegt. Ey, nie wieder Randomizer mit solchen Einstellungen. Nie wieder. Erst recht nicht bei Dark Souls 3, Chat. Erst recht nicht bei Dark Souls 3. Hat so viel mehr Items. Also bei Dark Souls 3 müssen wir auf jeden Fall eine Einstellung machen, dass die Items an wichtigen Orten liegen. Key Items auch an Key Placements liegen. Nicht nochmal sowas. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich scheiße. Weil Dark Souls 3 hat ja drei, viermal so viele Items wie das hier. Meine Lieblingsgegner nochmal schön zum Schluss. Und mich einmal hier töten lassen. Es gab echt wenig von diesen Wevern hier, von diesen Breaks. Super selten. Die sind super nervös, aber von denen gab es zum Glück echt wenige. Okay Chat, let's go. Es ist einfach gewinnen. Ich hab kein Schild. Ich kann mich separieren Chat. Ich kann mit der bloßen nackten Hand parieren? Das ging? Das ging? Das ging? Dann lasst uns kurz ne Waffe holen. Was macht Gewinn da eigentlich den ganzen Tag unten? Ja, die Flamme aufrechterhalten. Das ist sein Job. Er hütet die Flamme. Das ist ne Legende der Mann. Aber verkackt gegen den random Untoten. Das ist ja kein random Untoter. Ich mein, der hat die vier Fürsten besiegt. Ist der auserwählten? Das ist die Prophezeiung. Irgendwann wird ein Krieger kommen, der die Flamme erlöschen wird. Aber wieso ist er nicht gesprungen? Ich bin einfach runtergelaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Waffe war. Was, wenn die jetzt irgendwie 50 Millionen kostet? Ja. Normale Preise in Dark Souls. Wir haben gleich drei Uhr. Ich muss gleich noch Essen machen. Ich muss um sieben zum Doktor. Stark. Ist ja dann morgen dann frei. Easy. Kostet nur 7.000. Oh, und sogar ein Chill Chat. Kann ich damit parieren? Tessen wir es aus, ne? Ja, wir bleiben bei der dicken Rüstung. Nachdem geht oben. Oh, ne? Nice. Okay. Dann geh ich kurz upgraden. Ich weiß nicht, ob das im Randomizer... Äh... Ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesem Fog-Gate, Enemy Boss Randomizer und so... Ähm... Die letzte Nebelwand und der letzte Boss nicht gerandomized ist. Kann ich mir gut vorstellen. Keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Dass die dann... Als dass du nicht schon vorher dahin kommen kannst. Weil wieso konnte ich nicht schon vorher dahin kommen? Theoretisch. Durch... Andere Nebelwände. Ähm... Ich muss die mal wechseln. Zu zweihändig. Wenn ich parieren will. Wie viel Stärke braucht die denn? 50. Okay. Crazy. Boah... Abfahrt. Zehntausend kostet das. Pro Upgrade. Ja bitte. Was? Inflation kickt oder was? Äh... Drachenwaffen kann ich am Bonfire machen? Ich dachte ich kann nur ein normaler Plus 5 Upgrade zum Bonfire machen. Schauen wir mal kurz. Mitνα Binnen? Die püren? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Äh... Inflation. Ja ich sehe nicht. Schauen wir mal kurz. Ich sehe nicht. Gewinne gleich One-Hit mit der Wache. Der hat gerade echt guten Schaden genommen von dem Manusbeschleuniger. Von einem Zauberstab in meiner linken Hand. Okay, letztes Upgrade hielt mir genau einen Stein. Schade, ich höre wirklich mit maximalen Damage rein. Let's go! Das wird kein One-Hit-Cloppy. Wir brauchen keine Gamba dafür. Die Waffe ist nicht komplett broken, dass die hier Bosse One-Hitten wird. Das ist immer noch Dark Souls, ein sehr gut balanciertes Spiel. Keine Gegner töten, Chat. Wenn ich einen Gegner töte und der droppt ein Item, muss ich das Item einsammeln. Dann wird das Item einsammeln. Könnte eine Waffe sein. Und dann ist vorbei. Jünger, was für Pilzarmee. Weil hier überall Pilzer sind. Scheiß Freaks. Mit Magic kann man den gut One-Hitten. Ja, aber da brauchst du ja mehr Input. Da musst du ja Red Tear Stone Ring holen. Du musst dann den richtigen Beschleuniger holen. Du brauchst dann diesen Drachen Ring, mit dem du mehr Damage machst. Dann brauchst du die Krone, mit der du mehr Damage machst. Also es ist ja nicht einfach nur, hey, ich hole mir jetzt einen Zauberstab und einen Zauber und One-Hitte. So wie ich jetzt gerade mit der Waffe hier mache. Hey, ich hole mir jetzt ein Schwert. Upgrade ist kurz und das ist One-Hit. Damit du solche kranken, broken Shit in Dark Souls machen willst, musst du ja schon ein bisschen tiefer reingehen. Und einiges an Items zusammen kombinieren. In den Boden mit dir. Woah. Gegeben hab ich sie. Okay, let's go Chat. Finale. Finally. Finale, finally. Finale. 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 Ohne... Ohne Parry? So? Wie das Ding knallt. Du musst parieren, das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ich es mit dem Schild hinkriege. Das Parry-Timing von dem Schild ist echt weird. Ja, das ist ein sicker Move, aber der macht sehr viel Durability von der Waffe weg. Wenn du den spammst, geht die recht schnell kaputt. 50 pro Schlag, ouch. Wie viel hat die Waffe? 350. Boah, ich hab den bei Obsidian-Waffen gar nicht dran gedacht, mal zu testen. Die Drachen-Waffen haben alle irgendwelche coolen Moves, ne? Gar nicht dran gedacht. Muss ich mal gleich testen. Ich hab die Waffe ja noch. Aber erstmal Boss töten. Es gibt, also normalerweise geht dir die Waffe nicht kaputt, außer du benutzt sowas wie ne Kristallwaffe oder so. Oder spammst bei den Drachen-Waffen die Weapon hat. Aber ansonsten kann höchstens passieren, wenn so ein Syntakel-Boy seine Waffen kaputt in seinem Schleim. Aber in der Regel, ja, passiert das ja sehr gut. Das ist ein Sylvester. Das ist ein Sylvester. Das ist ein Sylvester. Oah! Fuck! Ich bin so fett und so langsam. also wenn man schön mittig trifft mit dem schlag 250 okay ich muss aufpassen ich darf es nicht machen wenn man schön mittig mit dem schlag trifft dann böllert das richtig rein jetzt hier so ein fahrrad im menschen würde jedes mal so ein fahrrad stehen von gewinn mit dem man irgendwie zum einkaufen fährt oder so könnte ich immer hier runter düsen schönen berg hier runter mit dem fahrrad ist ja so nice aber immer laufen einfach downhill jam ja ich glaube hier so ich glaube dieser ort hier wirklich wäre eines oder ich weiß nicht wie sandig das hier ist wie also wie unangenehm das ist also in vielen orten die es so in dark souls gibt ist das auf jeden fall glaube ich ein geiler ort um irgendwie mit dem fahrrad runter zu fahren ich weiß nicht wie fest die asche ist jetzt sie recht fest sieht recht fest aus kümmer ich glaube da kann man richtig geil mit dem fahrrad runter diesen oder so mit dem motor cross hier wieso gibt es keine fahrrad mod für dark souls ich finde generell es sollte mehr fahrrad mods im video spielen gehen fahrräder sind so lustig in unserem random fantasy game plötzlich ein fahrrad hast das ist irgendwie für dich feiern sie machen lieber überall in jedes spiel thomas der tank engine rein aber wer ist mit einem klassischen fahrrad scheiß modder sind auch unkreativ geworden ok versucht wieder zu parieren ich muss normal kämpfen oder wie gehen alle shops ab grasen vielleicht bin ich da noch irgendwo ein kleineres schild mit dem man einfacher parkieren kann mit hand parkieren das geht schneller obwohl aber mit hand kriegt was ist besser zum parieren buckler oder eine hand die schilder parieren alle gleich bis auf das parierschild was du vorhin hattest das zielschild und was mit der hand pariert die genauso wie schilder oder wie ein buckler sind zielschild anders wie normales schild ja ich muss normal kämpfen mit der kraft der sonne das spinnschild ist ein normales schild das ist ja auch kein parierschild ich bin so scheiße müde ne ich habe noch nie glaube ich die abysswatcher waffe gespielt ach abysswatcher ich habe gerade hingegangen um dark souls 1 artorias waffe gedacht lol das ist ein hyper armor Kann ich bitte meine Eier necken? Ich hätte mir leichtere Rüstung kaufen, aber das Schwert wiegt schon sehr viel, die Blechrüstung. Habe ich blödes Kraut? Habe ich Eier gehört? Ja stimmt, Schild ist auch echt schwer. Na vier geht. Wenn er eine Kombo durchschallert, dann ist es vorbei. Ja der Weg zu Grün ist Katastrophen. Also so optisch und so Atmosphäre sehr nicer Weg, ja. Aber spielerisch. So nach dem dritten, vierten Mal, wenn man gestorben ist. Der geht gar nicht, der geht nicht rüber. Ey bitte. Ach komm jetzt. Konsum-Items dürfen frei gewählt werden. Da macht ihr also die Grenze. Äh ich spiel halt mit einer Mod. Die rüstet Ausrüstung automatisch aus. Nicht sowas wie Konsum-Items oder Pfeile und Bogen und so. Sondern nur Ausrüstung. Das ist eine Mod. Wenn ich nicht mehr Konsum-Items ausrüsten dürfte, dann darf ich hier keine Heilung benutzen. Ja, ich bin kurz auf den Pfeiler gekommen. Ich bin kurz auf den Pfeiler gekommen. Ich schlafe gleich ein. Wieso kriege ich ihn, wenn alle Schilder gleich sind? Ich habe doch Gewinn glaube ich auch immer mit... 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 Graswarmenschild gemacht im Non-Dev. Habe ich doch nicht extra ein Buckelu-Schild oder Ziel-Schild geholt, oder? Und wenn alle Schilde gleich sind, wieso schaffe ich das nicht mit diesem Schild? Also mit einem Schildern zu zeigen. Ehe wird das Klang am besten! Wie verablaufen? Das Impelte ist nicht, warum habe ich jetzt ein Buckelu-Schild oder würdest du? Das ist gut! Wie heißt es. Das ist eine Schilder-Schild. Wie heißt es? Schilder-Schild. Meine Schilder-Schild-Schritte! Er presidency-Schilder-Schilder-Schими. Der hat eine Schilder-Schritte. Ich muss einfach nur diesen Scheißboss töten sein, Credits und dann sind wir durch. Kann ich essen gehen? Ich fühle mich einfach zu müde um vernünftig zu parieren. Wenn du jetzt noch essen kannst, Junge, ich habe mega Hunger. Ich habe genug gefrühstückt. Mach den nächstes Mal, ja. Ich bin einladen, ich habe ziemlich Angst. Genau. Ich bin einladen, ich bin einladen. Ja, bei jedem Weg einfach Powernappen. Ab wann wirst du sagen, es ist nicht mehr Nacht, sondern morgens? Ich richte mich da voll nach dir. Hört auf, überall immer Army dahinter zu machen. Eine geile Muschel macht mich nass. Oh. Keine Ausdauer mehr. Ich bin dumm. Keine Ausdauer mehr. Klebe läuft. Ich mach mit Perry. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Scheiße, die Pfeile sind kacke aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den letzten Post nicht hinkriege, was ist das? Das Schwierige war eigentlich der Weg hier hin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Post nicht hinkriege, was ich nicht hinkriege. Ich bin nicht hier. Hey, leg mich auf meine Kabelbewerbung. Guck mich nicht so an. Ich kann jetzt nicht einfach alles, was ich sage, einfach in meinen Armen wieder hinterpacken. Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Ich hab' den Bock mehr. Was? Gildet mich? wieso 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 so konnte ich nicht post ja kalamed wär geil gewesen kalamed ist easy was für zu langsam digga klopi was redest du bist betrunken was für resetten junge er hat doch nach dem parry so eine halbe stunde zeit immer zum reposten so jedes mal komme die wer runter fällt sie ist nur so scheiße einfach dumm in der luft rum fuchtelt er läuft nicht mal zu mir oder so sondern steht einfach zehn meter weiter entfernt fuchtel dumm in der luft und springt runter ok jetzt kommt ein ernster try check mit grün blatt auch nicht dumm das spiel ist kaputt ich kann nicht mehr variieren perry ist kaputt perry ist kaputt dann leichte rüstung holen und dann kann ich besser parieren oder platz dann grün weil er angst hat vor leichter rüstung ich glaube ich komme nicht auf mittel das schwert ist extrem schwer ich kann aber mit hand probieren dann krieg ich dann noch mehr schaden letztes antiklimatisches bromi dieser weg wenn das schwert kaputt geht dann geht mein pc aus ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich kann das noch nicht mehr. Könnt ihr euch bitte woanders... Hast du grad irgendwie... Was? Verpiss dich! Wollte Shiva schlagen? Also Biako liegt hier gerade vor mir. Shiva geht vorbei, er will sie schlagen, haut daneben, legt seine Hand auf die Tastatur und mein Gamepad geht nicht mehr. Abooo! Ich glaube, wir sind zum zehnten Mal hier hin und ich finde es immer noch lustig. Okay, jetzt mach ich's jetzt wieder ohne Parry, jetzt wird er wieder ernsthaft gebombt. Okay, let's go. Komm schon. Ah, leck, eier. Ah. 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 Die Kante geht auch nicht mehr hoch. Ja, jetzt geht er hoch. Jetzt auch wenn ich eine Rüstung kaufen würde, die wenig liegt. Das Schwert ist einfach zu schwer. Ja, aber ich habe kein Parry Shield. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Shop hatten mit einem Parry Shield irgendwo. Ja, dass ich einen Inventar habe, das weiß ich, aber was ist das dann für eine Challenge? Dann kann ich auch aufgeben. Dass ich ihn mit einem Parry Shield easy schaffe, das ist ja kein Problem. Ich bin mit einem Parry Shield. Ich mache nur dreimal. Dreimal? Wenn ich ihn nicht schaffe, gebe ich auf. Und dann machen wir einen Parry Shield. Dann ist es vorbei. Dann gebe ich auf. Das ist ein Schwanz. Äh, Flügel. Ich kann meine Fat Roll nicht loswerden. Außer ich sitze hier jetzt eine halbe Stunde und resette dieses Bonfire und farme Seelen, damit ich genug Level mache. Ich kriege die Fat Roll nicht weg. Das Schwert ist viel zu schwer und ich habe zu wenig Kondition, Ausdauer. Ich habe gerade sogar eine leichte Rüstung angezogen, trotz der Fat Roll. Das liegt an diesem scheiß Schwert. Und ich werde jetzt nicht um halb vier Uhr nachts müde und hungrig durch dieses gottverdammte Spiel rumlaufen und noch irgendwie irgendwo eine Waffe suchen, die leichter ist und auch stark ist. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird nicht, aber es gibt keinen Ausweg mehr. Alles, was ich jetzt machen könnte, dauert halt. Und dem bin ich mir auch bewusst, dass ich super viele Möglichkeiten noch habe, mir das einfacher zu machen mit etwas Glück. Aber ja. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht bis 6 Uhr morgens jetzt sitzen. Ich wollte heute generell nicht so lange machen. Und jetzt sind wir schon bei halb vier. Also ich muss irgendwann Schlussstrich ziehen. Und der Schlussstrich ist jetzt. Drei Tries. Und dann kommt hier. Der Bukla. Und dann kommt hier. Der Bukla. Drei Tries. Oh come on there. Oh come on there. was? Eigentlich können wir auf die drei Trice scheißen, Chat. Eigentlich können wir auf die drei Trice scheißen. Habe ich gerade festgestellt. Wisst ihr wieso? Weil ich eh schon verloren habe, die Challenge. Ich habe in den Spoiler-Log geschaut. Die Challenge ist eh vorbei. Ich habe aufgegeben, als ich in den Spoiler-Log geschaut habe. Der ist eigentlich vorbei. Da habe ich keine Steinrüstung. Die Challenge ist es sehr kort. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Aber ich habe ihn nicht. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Abfahrt. Abfahrt. Er hat Schuh, ich kann auch noch. Smogs Hammer. Ich kann nicht mehr laufen. 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 Das ist ein Gewinn des Reit hier. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, ihn nach dem Parry noch irgendwie zu reposten, wenn ich so langsam bin. Ich kann ja nicht dodgen. Scheiße, Chad, das ist ne kompletne dumme Idee. Okay, Chad, das ist ne komplette dumme Idee. Ich kann ja gar nicht dodgen. Scheiße. Ich kann ja laufen. Ich laufe jetzt den ganzen Weg so, ja. Ja, den DAX ist 3 random, müssen wir auf jeden Fall 4 reinstellen. Definitiv. Definitiv. Bei DAX 3 wird es auch mit dem Auto-Equip wieder angenehmer sein. Bei DAX 3 ist die Auto-Equip-Mod so ähnlich wie bei Elden Ring. Das, wenn ich ne Waffe plus 5 habe, dann kann ich theoretisch Waffen plus 5 finden. Da wird das auch rein... Da wird auch das angenehmer sein. Schade, dass DAX 2 da nicht so einen nice Support hat, was Randos angeht. Oder Bloodborne für PC. Das wär geil. Dieser Schade will DAX 2. Äh, ich. Mwah. Kijai. Okay, Sabi, Kijai. Mit dem Hammer ist ein Hüter, okay? Draghi ist ein Arschloch, Hashtag. Ich seh nix, Chat. Der Hammer ist zu groß. Scheiße. Ich hab ein Problem. Wie scheiße, der Sound ist da. Wie scheiße, der Sound ist. Ich hab ihn nicht getroffen. Nein. Die traurige Musik passt sehr gut. Zu diesem traurigen Abschluss dieser Challenge. Ja, ich dachte auch kurz, ich sterbe noch. Weil ich ihn mit einem coolen Sprungangriff töten. Aber irgendwie hat der Sprungangriff nicht getroffen. Äh, wo ist denn das Obsidian-Schwert? Okay, Chat. Brauchen wir Glam? Brauchen wir das richtige Glam? Ja. 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 Hahahaha Mein König, Sie schaffst du deinem Wettbewerb. Karpf und Framf deinen Wettbewerb beherrn. Wir sind hier, um deine Wettbewerb zu beherrn. So ein geiles Spiel, ne? Ja, schade, Chad, dass es am Ende dann doch wieder so mies gelaufen ist. Also ich habe auch die ganze Zeit gerade währenddessen überlegt, was es hätte, wenn ich heute nicht so lange gestreamt hätte und wir hätten halt das noch länger gezogen auf einen anderen Stream. Hätte ich heute irgendwie gegen 23 Uhr oder so, 0 Uhr aufgehört und wir hätten den Rest an einem anderen Stream gemacht. Hätte ich das dann auch geschafft? Und ich glaube, auch da hätte ich cheaten müssen. Dass diese eine Fürstenseele an dieser Stelle da liegt, ne? Also den Kampf mit mehr Zeit hätte ich geschafft, ja. Dann wären wir noch rumgelaufen, hätten noch Items gesucht. Ich hätte nochmal die Shops abgeklappert, ob es da noch was anderes gibt. Weil wir hatten auf jeden Fall mehrere Shops gehabt mit nicem Waffen. Das weiß ich noch. Der Uchi-Katana-Typ, der hat da auf jeden Fall auch noch irgendeinen nicem Shop gehabt. Das da war, glaube ich, auch eine nice Waffe drin. Also ich hätte da theoretisch einiges noch rausholen können, was Equipment-mäßig am Ende geht. Aber diese eine Fürstenseele, die hätte ich nie gefunden. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und hätte ich nicht in diese Cheatlock geguckt, hätte das wahrscheinlich auch niemand hier auf dem Schirm gehabt, dieses eine Item. Ich hatte auf jeden Fall noch einige Orte gehabt, wo ich hingehen konnte und Items sammeln konnte, die ich liegen gelassen hatte. Aber da wäre ja auch keine Fürstenseele gewesen. Und dann wäre ich verzweifelt gewesen und hätte dann trotzdem in den Cheatlock geguckt wahrscheinlich. Aber dass die Fürstenseele da so mies platziert ist, ne? Das ist echt, das ist wirklich sehr random. Aber hey, die Schwierigkeit war ja auch unfair. Das war mit Cheatlock ja sogar schwer zu finden. Ja, eigentlich kenne ich das Item. Aber irgendwie bin ich da nicht hingelaufen. Shiva, dein Arschloch stinkender Scheiße. Wie wäre es, wenn du dich mal sauber machst? Wo war die? Die war am Feuerbahnschein. An so einer Kante. Fünf Meter entfernt vom Bonfire. Um die Ecke versteckt. Ich habe es nicht gecheckt. Ja, wir sind sehr weit gekommen, ohne ins Cheatlock zu gucken. Das stimmt. Ich habe sehr lange durchgehalten und sehr lange durchgebissen. Das war teilweise auch echt schwer. Onstein und Smog war echt cool. Was da gerandomist wurde. Auch sehr schade, dass am Ende der Boss nicht gerandomist war, ne? Das wäre schade. Wenn da jetzt noch... Wir haben keinen einzigen Four Kings Kampf gehabt, ne? Keinen einzigen. So in Taurus-Dämonen, auch wenn da vielleicht in keiner Boss-Arena vorkam, wir hatten trotzdem gegen Taurus-Dämonen kämpfen müssen. In Anor Londo. Aber... Wir hatten keinen einzigen Four King gehabt. Wieso war der nicht gerandomist? Das ist doch standardmäßig... I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich check's auch nicht. Ich denke mal, ähm... Der ist halt im Pool der schweren Kämpfe. Also ich denke mal, es gibt einen kleinen Pool für... äh... schwere Kämpfe. Sowas wahrscheinlich wie Manus, Artorias, Gewinn oder so, ne? Dass die theoretisch so im Pool für den letzten Kampf sind. Weil das ist ja... Ich habe das ja so gerandomist, das ist eine Schwierigkeits... Kurve... Kurve? Eine Schwierigkeits... gibt, ne? Du weißt schon. Und ich denke mal, der Rando hat dann für den letzten Boss nicht wirklich viele Möglichkeiten. Weil es gibt nicht so viele schwere Bosse in Dark Souls 1. I guess. Da hatten wir einfach... einfach nur Pech gehabt. Yes, indeed. Und einfach den selben Boss nochmal bekommen. Auf mit Neues. Nein. her Vielen Dank.